Fragen, schalten wir schon mal rüber und damit herzlich willkommen. Es ist nun zwei Tage nach der Hochzeit, zwei Tage nach der Hochzeit. Ariane Kurayame ist allerdings zu Hause angekommen. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Erstmal, das Wetter ist scheiße. Heute ist ein großer Tag, auch nochmal für die Leute auf YouTube. Heute ist ein sehr großer Tag. Vor zwei Tagen war ein sehr großer Tag in Arianes Leben. Und ich bin immer noch gerührt von der Community, von dem Team, von allem, was da passiert ist. Es war so unfassbar toll. Und Ariane ist zu Hause. Denn ich kann euch sagen, am Strand gab es Juri-Time. Entschuldigung, Herr Miller-Amos. Und es gab auch zu Hause dann Juri-Time. So müsst ihr euch das vorstellen. Das hört sich komisch an. Aber ihr müsst euch das vorstellen. Zu Hause ging es dann tatsächlich weiter. Zu Hause ging es auch weiter. Mit Juri-Time. So. Ariane ist irgendwann freudig aus dem Auto gesprungen. Ja. Und dachte. Wir mussten da weg, weil da Mekri muss ja auch weggeschafft werden. Wir dachten tatsächlich, dass... Ja. Ariane dachte, sie hätte ein Ei gesehen. Und dachte, sie hätte jetzt das erste Ei des Servers um, keine Ahnung, 4 Uhr morgens oder so. Aber es war eine Burgershot-Tüte. Zu der Zeit waren wahrscheinlich noch keine Eier auf dem Server. Was Ariane nicht weiß, ihre missratenden Freunde, Barbara und Max, sind gerade unterwegs. Und suchen schon Eier. Ja. Da muss man mal die Musik anmachen übrigens. Da ist sehr, sehr... Hier, so. Ja. Die suchen einfach schon Eier. Ich weiß... Also ich hoffe natürlich für Ariane, dass sie das nicht mitbekommt. Oh, mein Gott. Warte. So, das ist ziemlich laut. Ich muss mal ganz kurz das iPad schon mal wegpacken. Ariane hat gleich Termine. Es... Ja. Es ist... Wir gucken jetzt mal in die SMS. Hat sie... Sie hat SMS. Okay. Irgendjemand unterwegs und bereit, runde Christlichkeiten zu suchen? Hat wieder jemand Eier versteckt? Ich bin auf jeden Fall bereit, heute. Wir brauchen weiße und schwarze Ohren, aber wir werden sie wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir haben auch keine Zeit, leider. 12.58 Uhr? Ich habe da einen süßen Brief gefunden und ich sage... Oh, der hat den gefunden. Hä? Wie cool. Oh, schade. Ich hätte mir gewünscht, der guckt. Der findet den im Stream. Hallöchen. Hallo, Ariane. Wir sind gerade schon beim Eiersuchen. Wir haben... Wie? Ohne mich? Du brauchst zu lange. Ihr braucht alle zu lange. Ja, aber ich muss doch arbeiten. Ich kann das um 22 Uhr. Was ist mit dem Black7? Sind wir kein Team mehr? Das hat nichts mit dem Team zu tun. Wir müssen so viel sammeln, so viel es noch gibt. Ja, aber... Wir stellen die dann am Ende auf. Ich kann mal... Nein, ich will die aber selber finden. Mit Ariane. Ihr beschwert sich, dass wir schon los sind. Was sagt mal? So ist es, wir können nicht warten. Ihr könnt warten. Ihr macht das gemeinsam. Jo, Jo macht auch nichts. Ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Ich hoffe... Bis 10, bis 10 können wir nicht warten. Ich hoffe alle meine Termine sagen. Ab ins Geheim. Aber das ist böse, so zu denken. Aber ich sage es nur dir. Ich habe kein Wort verstanden. Ist egal. Ist egal. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich bin ein bisschen perplex gerade. Okay? Ich werde... Ich behalte dich. Ja. In 22 Uhr werde ich mich melden bei euch. Ganz schnell. Okay. Hey! Shit. Nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay. Ja, bis später. Bis später. Jetzt weiß sie, dass sie die missratenden Freunde einfach ohne sie angefangen haben. Oh, die Schweine. Was weiß ich mal ganz kurz. Warte mal eben. Was kann ich hier mal kurz hier anziehen jetzt? Ariane, gibt das ja nicht? Nee. Okay. Unfassbar, Leute. Ne? Ich bin... Ja, also ich finde das ganz schlimm. Das geht ja gar nicht, ne? Das geht ja wirklich gar nicht. Irgendwie alles komisch aus, aber okay. Wir nehmen die schwarzen... Wir nehmen mal ihre normalen schwarzen Stuhl, damit wir jetzt mal schnell losgehen können. So. Einfach nur pure Enttäuschung. Haben wir denn schon? Nein, haben wir nicht. Moment. Einfach pure Enttäuschung. Wir müssen... Obwohl, ich weiß, was die gleich anziehen wird bei der Eiersuche. Das weiß ich. Er hat den Zettel gefunden. Ich dachte, das wird irgendwann mal passieren. Aber okay, der war wohl doch ein bisschen zu auffällig. Ich habe einen süßen Brief gefunden. Ich sage nur, unendlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn so schnell findest. Aber... Meisterdetektiv. Barbara und Mac sind einfach schon Eiersuchen. Ich hoffe, alle meine... Ich hoffe, ich hoffe, meine Termine sagen ab. Sag's keinem. Mist. Bitte, bitte sag, dass man Ostereier... Äh, dass man Ostereier... Dass man Dinge irgendwo kaufen kann. Öhrchen. Boah, sieht das geil aus. Oh, schön. Oh, das hätte ich gern gesehen, ey. Vergiss nicht, dass du so nah bei der Arbeit wohnst. Mist. Oh, scheiße. Ich will das Ariane komplett im Weißen und er komplett im... Oh. Ja. Okay, hör zu. Hier ist nicht Ariane, hier ist Agentin Ira. Ich habe eine wichtige Botschaft. Sind sie ganz ortsam. Okay. Also, wir brauchen ein weiteres Paar Öhrchen für einen Neuzugang. Und der Neuzugang braucht einen kleinen Test. Aber nicht so einen schlimmen Test, bitte. So einen ganz, ganz leichten Test, damit er sich die Ohren verdient. Ich bin fast gestorben beim Test. Ja, aber das können wir da nicht machen. Können wir... Könnt ihr euch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit aussuchen, die nicht Humanilation-Dingser ist? Ihr wisst schon Humanilation, das nicht? Er soll einfach ein Ei finden. Okay, dann verdient er die Ohren. Ja. Haben wir denn noch Ohren? Ich glaube, dass wir die Ohren kriegen, keine Ahnung. Scheiße, Mann, ich habe gerade auf den Witcher geguckt. Es gibt keine Ohren. Ich habe auch leider keine gefunden. Kacke, wo ist Harald? Wir brauchen die pinken Ohren. Die sind meine. Das sind deine. Hörst du gerade auf? Ja. Oh mein Gott, ich werde meine roten. Okay, wir brauchen... Was hat Barbara für Ohren? Schwarz. Wir brauchen weiße Ohren. Das ist eure Ausgabe, bitte dann. Ich stimme nachgefahren, man merkt ja schon, ey. Ui. Nico. Okay. Okay, den ihr hat gesprochen, keiner will sich daran halten. Trotzdem wollte ich das machen. Ich freue mich jedes Mal. Ich freue mich immer über diese RP-Überraschungen. Moment. Ich wünsche dir einen angenehmen Arbeitstag, Usagi-Chan. Ich freue mich auf die Eiersuche später mit dir. Ah, er weiß nicht, was ihn erwartet. Müssen wir dazu nochmal sagen. Ich habe übrigens eine 5-Minuten-Tierin nebenbei, ne? Er weiß nicht, was ihn erwartet. Ah, ist das süß. Ah, ist das süß. Ich habe mich so... Es ist zufällig, dass wir beide das Gleiche hier sagen. Ariane und ich hier. Ich habe mich so gefreut. Danke für den lieben Brief. Schreibe ich mal. Erzähl sich jetzt immer so komisch an. Ich werde auf der Arbeit den Tee trinken und die Cupcakes essen. Ich werde auf der Arbeit den Tee trinken und die Cupcakes essen. Mist, wir müssen tatsächlich... Utairina-Sai. Oh Gott, ist das süß. Ich weiß nicht, was ich... Ich will nichts davon wegpacken. Das ist ganz schlimm irgendwie, ne? Ah, ich will nichts weg... Okay, warte. Packen. Zwei davon weg, ja? Weil er kann sein, dass wir für die Arbeit gleich was brauchen. So. Utairina-Sai. Bis gleich, Eiergarten. Haben wir genug zu essen und zu trinken mit, weil Vipi die ist zurzeit? Ja, haben wir natürlich. Super. Cool. Nein, ich muss ganz kurz tun. Der Josterhase. Moment, war das Öffnpulro? Oh. Der weiten Weg zur Arbeit war. Boah, sieht das gerade cool aus. Mit dem Licht, also so wie es jetzt gerade ist, sieht es echt mega realistisch aus immer, ne? Da muss ich mal gleich mal kurz was machen. Die waren übrigens gestern, das Hanami-Festival war schon vorbei, aber beide waren nochmal kurz an der Location und ich habe Screenshots gemacht, ne? Die haben aber auch, also wir, die haben auch ausgespielt, also wir haben auch, oh mein Gott, jetzt ist eine Identitätskrise, ausgespielt, dass die beiden Fotos von sich machen. Auch ein Foto gemeinsam und so, ne? Die kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Ariane hat jetzt nur die Eier im Kopf, aber sie muss gleich die Arbeit im Kopf haben, Leute. Und da habe ich nicht eigentlich ein neues Auto. E? E? Joster möchte ein neues Auto. Hätte er sein zu verkaufen. Und er möchte, dass Ariane W&G fährt. Nein, ausgespielt, jetzt macht der Himmel einen Strich durch die Rechner, aber das sieht immer so cool aus bei dem Lichtsäure, weil die Autos dann so ein bisschen von unten zeigt. Die Hupa wird mal einfangen. Meint ihr, wir kriegen ein Aloha? Scheiße, das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht, das ist das erste Mal aber, weil so viel los war im RP, ob Ariane das Jo erzählt hat im Stream oder Jo erzählt hat offstream mit der Aloha-Frau, dass sie sich jedes Mal freut. Und sie das alles so herzlich findet, wie man hier begrüßt, also so allgemein, wie sie sich freut, immer ins WP-D zu gehen, im Gegensatz zu damals im Stream. Ah, super. Gucken gleich mal aufs Konto. Die Schulden anher... Ah. Cool. Also, das ist doch jetzt nicht wahr? Doch ist es. Ich hole meine Ohren. Das ist übrigens Autoscheiß, wie peinlich. Ich tu die Augen im Ohr an. Ich ziehe das komplette Outfit jetzt an, das komplette Oster-Outfit jetzt. Im Rollcall, auf jeden Fall, ich sag an euch. Ariane will so voll seriös sein. Jetzt hole ich auch meine Ohren. Es geht los, Leute. Es geht los. Los Santos ist im Eierfieber. Wir alle. Jeder fühlt es. Ihr habt es gerade selber gesehen. Entschuldigung. Ich fahr eigentlich gar nicht so schnell daher, ne? Mit dir das machen kann ich das auch. Das ist die Fashion-Ikone mit dabei. Das männliche Ich. So. Oh, Joske ist die Fashion-Ikone. Aber die andere Fashion-Ikone. Die etwas extravagantere. Ich glaub, mein Schwein pfeift. So. Wo sind denn hier meine Öhrchen? Da sind sie. Fantastisch. Kann ich schon meine Klamotten anziehen, die ich heute anziehen wollte? Jo, hat mir ja gestern gesagt. Wenn man keinen Respekt hat, dann ist das nicht meine Schuld von meiner Seite mit den Klamotten, sondern die Schuld des Anderen. Ist so. Mist. Ähm. Nun, dann ist es halt so. Es ist ja schön warm. Aber die passenden Schuhe. Flache Schuhe heute. Legende 1, 1, 2. Vielen, vielen Dank für Fünfer-Schenktesamt. Dankeschön. Verdammt. Es müssen diese Schuhe sein. Ich hab leider keine anderen. Keine anderen roten. Und die rote Kette noch. Mist. Aber ich könnte auch weiße Schuhe anziehen, weil meine Haare weiß sind. Das kann ich auch tun. Ja, aber vielleicht ohne Sachen. Oh, das würde gehen tatsächlich. Der ganze Schrank ist jetzt durcheinander. Moment. Oder die von Lia. Vielleicht nehme ich einfach die von Lia. Oder? Oder? Nee, ich glaube, die sind eher so ein bisschen. Okay. Was geht's? Oh, die passt in eine Kette unten. Die Jacke packe ich jetzt erst mal nach unten. Ich muss sie parieren. So. Nein. Scheiße. Oh, oh. Es gibt noch Hoffnung. Nein, es gibt keine Hoffnung. Egal. Dann ist es halt so. Okay. Ist das bescheuert, ey. Liebe ist jetzt schon, ne? Fängt schon wieder an. Fängt schon wieder an, Leute. Also wenn die wegen sowas gefeuert werden, müsste Weiß nämlich jetzt alle feuern. Also ganz im Ernst, ne? Der macht sich ja immer los. Eigentlich müsste der aber auch Ohren heute haben. Der neue Weiß müsste auch heute Ohren haben. Shit, wo kriegen wir für Jo noch Ohren her? Man merkt, wer am wenigsten schon ein Jahr auf der Insel ist, wer die Ohren hat. Ich nehme mal ne Frage. Ja. Sie arbeiten mit fürs PD, oder? Ja. Also so psychologische Gutachten und so. Genau, ja. Ich bin Staatsanwalt und ich glaube, ich brauche noch ein psychologisches Gutachten. Kann man da mal was draus machen? Ja, aber ich kann fragen, ob ich dabei sein kann. Aber die Gutachten macht Herr Lasten tatsächlich. Ich bin nur Seelsaugerin. Oh. Haben sie die denn neu gekauft? Oder haben sie die jetzt noch... Ich habe die gerade eben da hinten gekauft, beim Suburban. Bis später. Oh, son. Hier. Bitte sag, dass es die hier gibt. Bitte sag, dass es die hier gibt. Scheiße, wir haben kein Geld, ne? Wir müssen das zum Automaten gleich. Nein, 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 nein. Wo seid ihr? Wieso geht die Jacke? Okay, auch gut zu wissen. 150. Ja. Und die im Weiß und im Schwarzen haben wir Just und Ariane 150. Der Automat ist weg, ne? Oh, Kacke. Ich muss sie beeilen. Sie rennt mit Grund. Sie rennt mit definitiv jetzt mit Grund. Aber ja, der wird sich gleich bedankt, ne? Wo ist denn? Nee, wo ist der Automat? Da war doch irgendwo, da war doch ein Kino. Hier irgendwo war doch ein Kino. Da vorne. Wieso sitzen hier einfach, wieso sind hier so random Karakere einfach unterwegs? Das ist ja voll cool, Leute. Ah, okay. Wieso sind hier, okay. Wie soll ich den Anwalt gleich nochmal sprechen? So, hey, danke schön, übrigens. Scheiße, ich kann die Fioske nicht holen. Oh, kacke. Oh, aber die hier. Sind die Unisex? Scheiße, die sind nicht Unisex. Okay. Ja. Okay, ich weiß, wo es jetzt noch mehr Uhren gibt. Beim Suburban, in der Nähe von Vipidi. Ich habe mir gerade noch Weiße geholt. Ja? 150 Dollar, ja. Kannst du vielleicht Schwarze für Joske mitnehmen? Ich gebe dir das Geld zurück. Schwarze? Ja, Schwarze. Okay, okay, mache ich. Okay, super. Ich habe den Osterhasen gesehen, den Osterhasen. Wie, ich habe den Osterhasen gesehen? So ist es, wir wollten den Schlachten für die Hasenpfoten, die blicken Glück. Und dann war er weg, wir haben ihn aus den Augen verloren. Bitte schlachte den Osterhasen nicht, aber bitte besorg schwarze Ohren, das ist sehr wichtig für Jo, okay? Es hat Urban West Putschgefee. Ja, genau. Okay. Da, wo die Hüte hängen, bis gleich. Bis. Ich danke Ihnen. Gerne Ihnen. Hallöchen. Gut sehen Sie aus, Frau Korayama. Danke, Sie sehen auch fantastisch aus. Schöne Ohren haben Sie da. Danke, Sie brauchen auch welche. Darf ich leider nicht. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wecknen Sie mich doch nicht so. Entschuldigung. Ja, schickes Outfit. Dankeschön. Herr Korayama, wen haben Sie da nur geheiratet? Wen haben Sie da nur geheiratet? So, jetzt hat die aber so eine Hose an. Das heißt, die wird den Taser sowas von jetzt... Nein! Okay, das hat sie eh kaum an. Ähm... Ich glaube, ich werde das allgemein nicht mehr nehmen, weil es irgendwie keiner mehr hat. Keiner hat es mehr. So, ein bisschen doof, dass der... Das ist ein In-Ear-Stecker. Der müsste doch eigentlich hier hin. Muss ich erstmal checken, was hier abgeht gerade. 10, 30, MAPD. Das ist so geil. Liebe Lia, so hart. Lia ist echt, also... Ariane und Joska haben Lia noch so krass gelobt einfach. Weil wir klingeln bestimmt ärgerbar. Weil wir wieder aktiv sind. Kurz nochmal... Hoffentlich wird die Laune gleich nicht kaputt gemacht, der Armfrau. Nex holt dir Öhrchen in Schwab. Ich habe mir hier noch welche in Weiß geholt. Hing und... Ne, Yin. Ne, nicht Yin. So. Ja, Ariane braucht halt nicht wirklich was, muss ich sagen. Was ich noch gucken möchte, ist, dass es vielleicht damit passt. Ist ja immer so ein bisschen schwierig. Schutzwesten, ja, Schutzwesten, ja, Schutzwesten, ja, die muss trotzdem ein anderes Outfit anziehen. Ja, ich, ja, gerade selber, scheiße. Ja, die muss leider ein anderes Outfit anziehen. Boah, das ist doch doof. 10, 20, mit dem was Edge-Tanksteller. Jetzt mal komplett über... Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Öhrchen. So. Wir machen das jetzt mal ganz gut. Check, für euch. 4, 1, 5, aktiv. Man muss ja trotzdem passend sein, ne? Ja, check, 4, 1, 5, aktiv. Vielleicht gebe ich auch mal die Tasche zu. Das kann man ja auch machen, ne? 6, 1, the last, but 5, 2, member, PD. Check, 6, 1, 5. Ich muss da noch ganz kurz zu Ende essen, wenn wir die Termine da eintragen. Nächen. Die 2, 56 löst sich aus der 4, 04. 4, 04 wieder aktiv. Die Ernstcharakter finde ich das bestimmt nicht so toll. Boah, ich mag diesen Anwalt da unten, dass der auch immer so komplett bunt kommt und so. Ist so cool. Kein Aloha, aber coole Leute da unten. Check. Einfach mal ein bisschen auflockern, ey. Da hat Ariane auf dem Blick geschickt. Sollst du gucken mal ganz kurz, T-Nuta? Leitstil, 4, 4, 2, komm. Hört sie? Oh, korrekt, du. Flich 4, 4, 4, 3. Leitstil, hörst du, komm. Zur Info, wir haben einen Einsatz jetzt am Pier, hier läuft ein Hase rum. Seltsak ist schon informiert, wir bleiben einmal vor Ort, um den Verkehr nicht mit dem Hasen dazu einträchtigen. Den ist als Hase unterwegs, aber wer ist als Hase unterwegs? Den ist glaube ich nicht, ne, aber okay, das ist ja lustig. Check, Streifkennung. 4, 4, 2. Check, brauchen Sie eine 10, 10? Schreiber nach Wettbewerb? Nase, komm. Man weiß ja nie, aber check. Ariane hatte ein Gespräch über Schreiber mit einem Charakter, wo ich alles jetzt im Meta-Schutz sage und ich verstehe, was das Problem ist. Schreiber kann da gar nichts für. Schreiber kann da gar nichts für. Schreiber kann da gar nichts für, weil es hier ist unter euch. So, man kann einen wegen diesem ganzen Scheiß dir leid tun. Bitte. 6, 1, 13, 30, nördlich rotes Parkhaus. Das ist ausgefallen. Ich muss mal gucken, welche Nummer Tenuta hat. Tenuta. 25 Uhr. Oh, Lia. Boah, da müssen wir auch nochmal, ne. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ohrchen, stimmt nicht? Ohrchen? Ohrchen. Ich mag es, dass wir das hier so alles gestalten können. Also, Gafit und Ariane, ne. Dass das dich dieses, dass einer sagt, du musst das jetzt so und so und so machen und so. Und dadurch fallen da eigentlich irgendwie zig Sachen ein. Und dadurch hat man richtig Bock, so die Energie auch reinzustecken. Und irgendwie das alles mitzugestalten, ne. Das finde ich voll nice. Schreiber-Chan. 1, 1, 0, ich bin so doof. 1, 1, 0, ich bin so doof. 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 Guck, ob ich noch ein Schreibblatt frei habe. Ein bisschen eng, ich muss auf Rückseite gerade schreiben. Ich esse nebenbei, Entschuldigung, Moment, mutte mich mal. Ach so, und das Geld an Bitter wurde zurückgezahlt, das ist auch mal wichtig. Alles gut, Erwin. Ich habe mich zu meinem Geburtstag, weil ich wusste, die Leute wollen wieder irgendwas kaufen. Wo ich gesagt habe, nein, habe ich mir so Japan-Zeugs gewünscht, also so Süßigkeiten oder Rahmen und sowas alles. Currywürfel, sowas habe ich gesagt, so ganz viele Kleinigkeiten einfach nur. Und Schreibwaren. Und ich habe einige Schreibwaren, japanische sogar, geschenkt bekommen. Deswegen freue ich mich voll und ich will aber den Blog hier so voll machen, weißt du? Wenn ich die nächsten dann anfangen kann, da bin ich echt voll gefreut. Hätte ich auch nie gesagt, dass ich sage, ich wünsche mir Schreibwaren. Ich stelle mir iPad hier auf. 4-4-3-10-20-MD. A-check. 4-4-3-10-20-Underführung der Europäer. 15-3-Strafenkennung. 4-4-3-A-check. Der Murray ist einfach gesuspendiert. Achso, stimmt. Wenn Murray suspendiert ist, kann ich ja jetzt auch sagen, was im Meta-Schutz mit... Seht ihr, ich habe ja gesagt, es kommt immer wieder. Ich brauche mal kurz ruhigere Musik. Im Meta-Schutz mit Garfield besprochen wurde. Denn Ariane hat Murray abgegeben, weil die Gespräche zu nichts hingeführt haben. Die Gespräche waren sehr einseitig. Ariane fragt, 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 fragt. Und es kommt immer nein, 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 will immer Sachen rausfinden. Und sie hat gesagt, und Garfield hat ja zugeschrieben, ich weiß nicht, warum er bei mir sitzt. So. Ich weiß nicht, jetzt ging es dir erst darum, dann darum. Dann hat er auch so ein bisschen reagiert, als ich mich an die Sachen nicht erinnern konnte. Da meinte dann Garfield so, hör mal, du hast so viele Leute, mit denen du redest und natürlich noch privat lehnt. Natürlich kannst du dich jetzt nicht an alles erinnern. Dann sagt man einfach so, können sie mir das nochmal sagen. Und sie meinte dann halt, ich verstehe gar nicht mehr, was sein Grundproblem ist. Er war eigentlich wegen Schussabgabe, vorher nochmal wegen was ganz anderem und dann wegen Beziehung. Aber sie weiß nicht, warum er bei ihr ist, weil er will keine Lösung. Das ist auch okay, wenn er sich nur so ausquatschen will. Aber auch das hat Ariane ja versucht zu fragen. So, hey, wollen sie jetzt nicht hier ausquatschen oder was? Die war ja noch sehr vorsichtig. Und Ariane hat das die ganze Zeit durchgezogen. Also so hat sie das in Garfield erzählt. Ich habe das die ganze Zeit durchgezogen, weil das ja so die erste Person war, die ich jetzt alleine bei mir hatte. Und ja, deswegen hat sie halt tatsächlich Mary abgegeben. Dann erstmal eine Mail an Garfield geschrieben und das alles so geschildert. Und dann nochmal hier im Büro und sowas alles. Und das ist im Metaschutz passiert. Damit der Charakter Mary nicht darauf vorbereitet ist oder so. Einfach zum Schutz so ein bisschen vom RP. Nicht, dass die Leute metern. Aber es gibt immer so unbewusst, wenn du das irgendwo mitbekommst, dann weißt du das unbewusst und das ist doof. Wenn Ariane jetzt zum Beispiel, wenn irgendjemand einen Komplott gegen Ariane plant und ich bekomme das irgendwo mit, dann habe ich es die ganze Zeit im Hinterkopf. Und das ist jetzt eine Sache, die wurde im Metaschutz tatsächlich besprochen, die wir jetzt auch drucken können. Den hat sie abgegeben, da wurde sie nicht mehr. War sehr mühsam und es hatte kein... Sie wusste einfach nicht, worum er bei ihr ist. Egal, was man gefragt hat. Egal, er hat halt immer so Anhaltspunkte gegeben. Da dachte man, man ist jetzt was auf der Spur. Aber dann war es hier mit 9-11 und sowas alles. Das war so Background-Story-mäßig voll nice, ne? Aber Ariane fragte die ganze Zeit, in welchen Verbindungen stehen das und das? In 20 Minuten ist der Rollcall am VPD. Wie stehen wir im VPD? Ja, also wie gesagt, solche Sachen. Und es war immer so... Es war kein Geben und Nehmen, es war einfach nur ein Geben. Aber wir haben nichts bekommen. Leitstelle für 428, komm. Das war sehr frustriert. Deswegen hat es den abgegeben. Und David meinte auch, du hättest das schon viel früher machen sollen. Wenn du das merkst, das ist dein gutes Recht und sowas alles. Und Ariane, ja, das war das erste Mal, ne? Ich habe mich bei den Gesprächen auch gefragt, was sein Ziel ist bzw. er wollte. Ja, ich weiß es auch nicht. Und es war so... Es war auch sehr mühsam, muss ich sagen. Die Gespräche waren sehr, sehr mühsam. Und irgendwann habe ich mir einfach nur gedacht, boah, ich muss ja jetzt hier so hart... Habe ich jetzt irgendwie eine Information verpasst oder ganz keine oder sowas? Es hat sich angehört wie, weiß nicht, nicht ein neues Spiel plus, sondern ein neues Spiel plus, 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 plus. Aber in Dark Souls. Aber du hast halt nichts zurückgekriegt. Regulär kriegst du ja immer was zurück in den Gesprächen. Das ist ja immer so ein gegenseitiges Battle zu spielen. Aber das war... Das war da leider nicht so. Und ich wollte sie jetzt auch nicht noch frustrierter spielen die ganze Zeit und habe dann mit ihr dann doch irgendwann Gaffi die Mail geschrieben. Fang, vielen Dank für dein Raid! Hallöchen! Guck mal, es ist Ostern! Oh! Es ist Ostern! Das ist ja lieb! Werd ihr mal... Beim letzten Stream hätte der Fang mal geradet. Da war ja richtig was los. Heute ist hier Ostern. Los Santos hat ganz viele Eier und so weiter und so fort. Und der Osterhase ist los, ist am Pier und da wird gerade die Polizei gerufen. Wir sind aber Seelsorgerin. Wir warten jetzt gleich auf unsere Termine und dann geht's auf große Ostereiersuche. Ariane richtet sich voll auf, weil ihre Freunde nämlich einfach ohne sie Ostereier suchen. Es gibt nämlich eine Geheimorganisation, die haben wir gegründet. Das ist die Black Seven, ne? Da ist Ariane nicht Ari, sondern Agentin Ira. Und Ariane ist Ehemann. Ja, der wird heute darin aufgenommen. Ist ein sehr ernster Charakter. Und der hat die hier geheiratet mit den Hasen. Ja, sie kommt. Und für ihn wohnen heute auch Hasen. Und da, jetzt Hasen. Hat ihr gehört? Ist ja immer eine Hase unterwegs und dumm. Also alles wie immer. Genau, genau. Aber die Heirat. Die Heiratfang hättest du nie mal gesehen, wie krass das alles war. Wir kommen mit dem State Park rüber. Mit Final Fantasy 14 Musik. Live Gesang. Das State Park ist bereits angekommen. So. Wenn du kannst, schau mal bei der Baby-Lodge oben. Könnte dir auch gefallen. Ja, da waren wir heute Nachtmorgen und haben uns das noch angeschaut und Fotos gemacht. Danke fürs Bescheid geben. Das haben wir dann sehr schön gemacht. Alles. So, Fotos poste ich noch auf Discord, ne? So. Also, wie gesagt. Jetzt gerade haben wir diese komische Flaute. Wir warten jetzt auf die. Gleich ist der Rollcall hier drin. Da sind ganz viele Polizisten. Da wird da irgendwas besprochen, wo Ariane wahrscheinlich gesagt bekommt. Nimmst du die Hörsen? Ne? Aber Ariane bleibt standhaft. Nein, die nimmt die dann ab. Sonst wird die gekündigt. Aber, ähm, ja. Danach geht's heute dann los. Black Sabbath und das letzte Ei. Das war eines der besten Memes. Ja. Es war letztes Jahr, da war ein großes Drama. Wir hatten auch alle Agentenklamotten an, ja. Und dann gab es ja die Suche nach dem letzten Ei. Ne? Ganz Los Santos, die ganze Insel war schon leergefegt von Eiern. Ganze Insel, ne? Das ist halt wirklich, also das dauert halt ewig, bis du, ne? Ähm, und wir haben das letzte Ei gesucht. Das haben wir an einer Tankstelle in Weinwood gefunden, ja? Und das war das letzte Ei für den französischen Jungen. Das ist Arianes Bruder, der leider, leider jetzt halb verschollen ist. Wie steht hier ein Supporter? Wieso wurde die grad weggeschoben? Habt ihr das gesehen? Wer war das? Wer war das? Der hat nicht kontrolliert, ob Ariane arbeitet. Ich könnte schwirren, hier war gerade ein Geist. Abergläubig. Bin ich ja schon. 4, 1, 5, für Leitstelle, kommen. 4, 1, 5, für Leitstelle, kommen. 4, 1, 5, für Leitstelle, kommen. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Wer ist hier? Aktive Modul, kommen. Hä? Negativ, wir sind gerade... Der wistet sich ein und guckt, ob die arbeitet. Aber wir warten ja auf unseren Termin. Dann bitte einmal MD abbrechen und das E-Werk anfahren. Das FD meldet, eine Bedrohungslage dort kommen. 4, 1, 5, verstanden. Einmal E-Werk anfahren. Kommen. Check. Leitstelle beendet, alle Funksprüche. So, wir müssten hier auch mal auffüllen. Können wir mal gucken, ob die Küche wieder aufgefüllt ist. Ich schwöre, ich hab da jetzt gerade gesehen, dass die geschoben wurde. Die Leitstelle hört sich kommen. Hat das FD erwähnt, was genau es für eine Bedrohungslage dort gibt? So... Ihr wollt ich gar nicht... ...und Negativ, sie werden gleich angerufen. Komm. Jack, wir begeben uns damit in die Nähe, 6103. Check. Wo Eier? Wo Eier? So, danke nochmal, Funk, für den Wait. Vielen, vielen Dank. Oh! Vor Oster von Cake & Candy. Hä, ist ja voll süß. Das ist ja süß. Ja, 6103. Bricht die erste Fahrt. Lebeck ab oder überführt wieder Richtung WPD. Danke. Tschüss. Abniane. Kuhayane. Danke. Z19 machen wir einfach noch. So, was sie misst, 1030. Wie viel? Heute sind wir richtig positiv gestimmt, so, ne? Danke ebenso. Ah! Boah! Ich finde das schön, dass du was... Was war... Ah, shit. Jetzt weiß ich nicht mehr, was der Funk gespielt hat, ne? Oder spielst du relativ oft, ne? Ich finde das schön. Als you were great, da hatte ich noch ein bisschen an, so nebenbei. Ich glaube, ich hatte mir was zu essen gemacht. Und ich fand das sehr schön, wie cozy das da wieder war. Wieso? Mit QuakeRide habe ich wieder mal gemobbt. Das ist ja wunderbar. Kann man die hinstellen? An. Von WPD. Oh! Überführt zum WPD. Dann geht's jetzt gleich los. 45, aber es dauert ja noch ein bisschen. Leitstelle für Infoortline, komm. Leitstelle, hört sie, komm. Also Schreiber. Oder eine Person mit Schutzwunde eingeliefert, komm. Check. Ja, fang. Alle warten auf Bobby, aber lass dir bitte jetzt erst recht mal Zeit. Hier ist alles sehr positiv gerade, ja? Wollte ich nochmal sagen. Also jetzt finde ich auch, du solltest dir sehr viel Zeit lassen, ja? Alles chillig. Alles chillig. Kann gerne alles so bleiben. Ach, du hast getrunken. So. Also. Der Herr Schreiber. Ich weiß nicht, wie er, ob er gut oder schlecht ist im PD. So, wenn er, wenn er nicht gut ist, dann ist es sogar sehr, also ne, dann ist es eigentlich, wie gesagt, Ariana hat mit dem Charakter geredet, der wurde immer, anstatt den zu kündigen, weil keiner quasi, ähm, von Anfang an, wenn man sagt, die Eier hatte, hört sich so an, als wäre das voll böse mit dem Kündigen, ne? Ja, aber lass uns bitte ausreden. Lass uns bitte ausreden. Lass uns bitte ausreden. Gut, der Hase ist weiter gehoppelt. Ähm, man hat ihn nicht gekündigt, früher und gesagt, hey, das ist ja jetzt vielleicht doch nichts für dich, sondern man hat ihn halt von Department zu Department geschickt, quasi wie abgeschoben. So, wisst ihr, wie ich meine? Wie abgeschoben. Das ist das Gegenteil bei Ariane. Bei Ariane war er so, sie sind scheiße, ne? Und, ähm, bei Schreiber ist es so, ja, versuchen wir mal hier. Und, und da wurde, diese Verantwortung wurde einfach abgeschoben. Und jetzt wird die Verantwortung für Schreiber auf Ariane und Gafi tatsächlich abgeschoben, dass die da irgendwas, ähm, entscheiden sollen. Und wenn Ariane jetzt entscheidet, hey, das ist wirklich nicht gut für den, äh, dann ist sie jetzt das Arschloch tatsächlich. Weil sie keiner getraut hat, irgendwie, den armen Mann quasi zu sagen, hey, jetzt ist es vielleicht doch nicht so. Ariane ist ja so, die sagt, das haben wir ja letztens gemerkt, weil ich, ähm, also Ariane und ich auch kannte den ganzen Hintergrund überhaupt gar nicht, ne? Ähm, ähm, äh, Ariane hat jetzt gesagt, natürlich geguckt irgendwie, jetzt, äh, wo können wir ihn unterbringen, ne? Äh, hier hat, es muss doch irgendwas anderes gehen, das kann das so sein wie bei mir, ne? Und so haben wir es auch ausgespielt, so will ich es auch weiter ausspielen. Ähm, sie weiß nur jetzt bestimmte Sachen und findet das auch super unfair ihnen gegenüber. Das ist nicht Schreibers Schuld, ja, das ist die Schuld von ganz, ganz vielen Leuten, die die Kacke hier gebaut haben, die ihn halt weitergeschickt haben, ne? Ähm, ja, Maus, das ist wie gesagt, und auch keine Meta-Andeutung, das ist das, was ich jetzt weiß, das ist das, was jetzt, äh, ähm, Ariane weiß und fertig ist, mehr will ich gar nicht wissen. Ich will nicht mal wissen, dass es noch andere Gründe gibt. Maus, bitte sowas nicht machen, auch keine Meta-Andeutungen, die sind hier auch verboten. Und, ähm, ja, das ist halt jetzt blöd, ne? Weil dann wird, ja, entweder ist Ariane diejenige, die sagt, aber die kann das auch nicht beurteilen, das ist halt das Ding. Ariane kann nicht beurteilen, Schreiber, sie hat nur gesehen, Schreiber war letztens voll ehrlich bei dieser Befragung, dann war das natürlich sehr süß, dass sie gesagt hat, ey, mir ging die Pumpe, weil du merkst, er will das aber hier haben, er will nicht, dass man ihnen das wegnehmt. Aber einen Monat hat man ihn ja dann irgendwie, äh, dahin geschoben, dann wieder einen Monat da und so. Es ist nicht die Schuld von Schreiber. Keine Wälder, aber das ist wirklich schön und haben auch noch andere gedacht. Ja, ist wirklich schön, hat mich, vielleicht sehen wir es heute nochmal. Geht immer noch kein Gehalt, oh scheiße! Kacke, es gibt ja immer noch kein Gehalt! Da gucken wir mal, wie viele heute im Rollcall sind! Ah, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie viele heute da sind! Es gibt immer noch kein Gehalt! Ja, da müssen wir mal vielleicht da rauf gucken, ne? Oh! Ich dachte, die haben eine Einigung! Ah, bis zum 31.03. Die Stunden werden am 10... Ach so! Ja, Ariane hat zum Beispiel Auto selber getankt jetzt, ne? Aber... 4, 4, 2, 2, 10, 20, Lassbeerter Tankstelle. Ja, also ich mach grad sehr viel im Meterschutz, ne? Aber ich hab jetzt heute, hat man ja gemerkt, es kommt immer mehr raus, ne? 4, 1, 5, 10, 20, Tankstelle East East Highway. Ja. Wo ist es da eh irgendein? Jo, Leben riskiert, ne? Äh, den 3, 3, 3, 3... Dann spielst du inzwischen schon GTA RP? 4, 1, 5... Äh, dieses Jahr vier Jahre? Okay. Sind es schon vier Jahre? Ich weiß es überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Und ausgerechnet heute schalten Leute ein, wo Ariane hier ihren Bekloppten hat, ne? Weil Eiersuche, genau. Das Ei für den französischen, für den französischen Jungen. Wir haben gleich unsere Termine übrigens, ne? iPad steht bereit. Das Ei für den, äh, für den französischen Jungen. Und dann ist nämlich Ava, ja, eine der Agentinnen, äh, ist dann besessen gewesen vom Ei. Und ich denke, heute wird es Barbara sein. Das ist RP im RP und es ist so bescheuert. Und es ist auch natürlich, äh, affig so ein bisschen, aber eher so lustig affig, ne? Äh, aber einfach mal, ihr werdet jetzt gleich sehen, wer jetzt noch hier dabei bleibt. Das RP wird gleich sehr, sehr ernst sein, ne? Ähm, gerade mit Schreiber und Tenuta, der in Europa Todesfälle hat, ne? Oder hatte, äh, und da gleich drüber berichtet und sowas alles. Und danach haben wir halt dieses Eierding. Also nochmal so ein ganz krasser Cut, ne? Und, äh, ja, ich geh mit Ariane zum Volker jetzt erstmal. Es ist Abend, das heißt, sie sagt Konbanma. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das durchziehe erstmal. Ja, gibt kein Gehalt, ne? Ja, sieht man ja. Ist ja super. Wenn es im VPD kein Gehalt gibt. Ja, check. Check. So, Meme. Wir sind immer ein paar Minuten zu früh. Hä, ist doch jetzt gleich schon. Ja, ist seit Ostern, darf man nicht vergessen? Ja. Es wäre auch gemein, wenn man das den Leuten so aus... Aber trotzdem, ich finde es trotzdem lustig, ja? Am Weihnachten waren ja auch Leute auf dem Server. Ja, check. Möchen. Aber nicht. Strandparty, Vagusratzieher, Prüfung, Sauna. Etage 75, 18, 72. Waffen, Waffe putzen, Fortbildung. Guten Tag. Guten Tag, ich muss leider mein Outfit wechseln. Die passen doch besser zu den Ohren. Ja, ja. Mal gucken, ob wir die gleich abnehmen müssen. Ist ja weiß heute ein Ding. Wie sind sie das? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gesehen. Oh. Sie sind wirklich eine Fashion-Ikrone. Da ist sie auch. Ja, dankeschön. Sie sind die weibliche Person von mir. So was habe ich gerade tatsächlich auch gedacht. Oh, fantastische Schuhe, die habe ich auch. Die sind mein Partner, doch hierher kommen. Ja, einmal haben wir es ja schon mal aus Versehen geschafft. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ist Ihr Kleiderschrack auch so prall gefüllt? Oh ja. Sie wissen nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen? So ist es. Ja, hören Sie mich auch. Wir sind jetzt umgezogen. Wir haben jetzt so ein bisschen mehr Platz. Aber ich glaube, den kriege ich auch noch voll. Oh Gott. Der Umzug ist immer das Schlimmste. Ja, das hat auch gefühlt die ganze Nacht gedauert. Ja, ja. Ich leide mit Ihnen. Oh, ziehen Sie gerade auch um? Nee, ich bin erst umgezogen. Und ähm. 413 hakt ein. Ja. Alleine oder mit Ihnen? Alleine. Alleine. Oh mein Gott, ja. Okay, das wird dann ewig gedauert haben, oder? Oh ja. Ich habe auch noch so ein Auto mit einem kleinen Kofferraum und ja, das war sehr intensiv. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, dann sagen Sie uns Bescheid, aber Sie sind ja jetzt erst mal, äh, nee, jetzt bleiben Sie erst mal da, wo Sie jetzt sind. Ja, ja. Nö, da bin ich eigentlich auch glücklich. Ja, wo ist denn die Gesang so? Nochumash. Schön. Oh. Am Ozean. Oh, schön. Riesen-Terrasse. Gleiches Strand. Mmh. Kauf oder Miete? Miete. Oh. Sind die Preise aber, glaube ich, auch gestiegen, so was ich letztens schon mitbekommen hat? Ja, na 128 Dollar. Hä? Oh, das geht ja. Das geht wirklich, ja. Haben Sie Balkon nur für sich alleine? Ja. Oh mein Gott, ziehen Sie dann nie wieder aus? Mach ich auch nicht. Ah. Ich habe zwei Kleiderschränke drin. Oh, wow. Okay, da haben Sie aber wirklich geglaubt. Ja. Also schön. Ja, von den Trailer in so einem Haus, das ist dann doch schon ein Sprung. Das ist wirklich, haben Sie die ganze Zeit in den Trailer gewohnt? Na ja, oben bei U-Tool. Und Sandy Shores. Oh, ja. Wo sind denn der Trailer bei U-Tool? Dahinter ist ein einzelner Trailer. Ein einzelner Trailer hinter... Oh, wow. Okay. Willkommen. Ich habe gehört, da sollen manchmal so ein paar komische Leute rumlaufen. Ja, ich hatte auch schon einen Zettel auf meiner Terrasse liegen gehabt. Echt? So einen. Check. Bitte informieren Sie, dass in fünf Minuten ein Raw-Call ist. Da kann aber jemand nicht schreiben, ne? Das ist ja echt... Ja, das hat eine Weile gedauert zum Entziffern. Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja auf jeden Fall jetzt besser in Schumasch, aber da gab es mal eine Weile so eine kleine Einbruchsserie. Aber ich glaube, das PD ist da so oft Streife gefahren, dass das jetzt nicht mehr vorkommt. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt, was hier... Es gibt so viele Leute heute da, aber es ist ja auch Ostern, ne? Das stimmt. Ja, dann mal gucken, wer noch kommt. Ich hoffe, man denkt jetzt nicht mal... Viele sind ja bei den Familien, man denkt jetzt nicht, dass es wegen dem Gehalt, ne? Weil heute ist ja noch ein bisschen problematisch. Ah. Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Schau. Und wann ist 18.30, wie bitte? Das ist doch nicht wahr! Hä, wie ist das denn? Das ist ja jetzt krass, Louis! Na gut. Oh, nur drei Minuten. Ja. Ich komme gleich wieder. Okay. Komm, wir müssen die Eier suchen. Was? Haben sie schon Eier gefunden? Ja, hinter dem Kaffeeautomaten. Kaffeeautomat. Hier drin? Ich weiß auch noch, wo eins liegt. Da. Da vorne lags. Genau an der Ecke. Okay. Okay, gut zu wissen. Was? Ne, das stand jetzt bloß im Gang. Ne, es geht darum, dass ich ja vom Ex-Harvey eine Kusche gekauft habe, aber die ja mit von Homeland eingezogen worden ist. Ja, jetzt habe ich mit dem Kaser gerade gemeldet. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe schon gehört, dem PD ist das irgendwie verboten oder so? Oh, verboten? Ja, die Staatsanwaltschaft macht dafür fast geschlossen mit. Außer ich. Wissen Sie nicht. Oh, aber wissen Sie, Sie haben auf jeden Fall welche, haben Sie gesagt? Nein, ich wurde gebeten, die Öhrchen meiner Kollegen zu tragen, um zu erproben, ob sie mir stehen oder nicht. Aber finden Sie dann doch noch freundlich? Finden Sie doch schon Herr Snyder. Ja, ja, ich wüsste, da habe ich mich sehr gefreut. Da bin ich nämlich extra nochmal nach Hause und habe meine Öhrchen geholt, als er da unten an der Leitstelle stand. Also beim Suburban kriegt man die, falls sie dann vielleicht doch später nochmal Lust haben. Ich verstehe den sanften Druck in Ihrer Stimme und werde das in Erwägung ziehen. Okay. Alles klar. Mein Name ist übrigens Thomas Darst. Ich glaube, er hat noch nicht das Vergnügen. Oh, hier hat Kurayame. Bin ich, du brauchst gar nicht hinsetzen, nochmal Stronghold. Hab ich sie schon. Ah, Miss Kurayame. Dann nochmal ganz viel Glückwünsche für die Braut. Oh, dankeschön. Für die große Hochzeit, die vorgestern war das, nicht wahr? Äh, genau, genau. Danke, da freue ich mich. Ja, dann nochmal alles Gute nachträglich. Ah, tack. Dankeschön. Ja, war sehr wild, war sehr groß und teuer, aber war ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, gut. Ich habe nur ganz wenige Sachen am Rande mitbekommen. Ich bin gut befreundet mit Mr. Trambley. Ah, hm. Und der hat natürlich nichts verraten, was da genau stattfindet, aber er hat ein paar Eindrücke geschildert, sagen wir so. Also das, was er wahrscheinlich durfte. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob McGill schon abgebaut hat, aber vielleicht kann man ja nochmal was sehen. Das ist in der Nähe von Fort Sankuro. Da ist ein Strandabschnitt. Was da oben? Ach, da oben? Event-Hofzeit. Eine ganz andere, ja. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind ja so und heiraten. Das würde ich mir bei Herrn Weiß gar nicht mehr als gut vorstellen. Und dann fliegen da einfach so Jets über sie mit so bunten Rauch einfach. Das wäre schon krass. Und Glitzerkanonen. Und Glitzerkanonen, genau. Leitstelle für die 223, komm. Ja, das wäre tatsächlich, das wäre so geschmacklos, dass es wieder schön ist. Ja, definitiv. Ich kann auch sagen, dass wir eigentlich super frisch waren. Ja, wenn etwas schrecklich ist, dann muss es so viel sein, dass es wieder überwiegt. Dann wird es meistens wieder gut. So ist es. Dann haben Sie den richtigen Spirit. Ja, ich halte ihn tapfer. Ich bin nur schon jetzt eine Minute zu spät. Leitstelle schon da? Ah, jetzt. Das klingt nicht so. Leitstelle für 56, komm. Die Staatsanwaltschaft sind immer cool, die Leute. Die sind immer cool. Hier wird es den 20, komm. Aua, mein Bauch. Auf dem Weg zum Rollcall-Raum. Auf dem Weg zum Rollcall-Raum. Auf dem Weg zum Rollcall-Raum. Ja, doch viele da. Ja, check. Warten wir noch auf eine Streife, komm. Check. Wir warten noch auf... Ich bin froh, dass Anneln im Kängel. Ich bin froh, dass Anneln im Kängel. Ich bin froh. Ich kenne ihn gar nicht. Ich finde es cool, dass wir diese ganzen Charaktere jetzt auch kennenlernen. Wirklich. Ich mag die Staatsanwaltschaft eigentlich voll. Ganz Anwälte hier. Die Seite sind von uns. Ich bin froh, Jack. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, da ist er den Lutner. Ah, okay. Er ist nicht mehr. Es verliert immer, glaube ich, Abwesenheit oder so. Gut, alles klar. Dann fangen wir jetzt trotzdem schon an, auch wenn der Hawk noch auf dem Weg ist. Ich hoffe, Ihnen geht es soweit allen gut. Als erstes einmal zu Thematiken von gestern. Hat jemand von Ihnen etwas, was er im Großen Kollegium hier erwähnen möchte? Das scheint jetzt erstmal nicht so. Doch. Die 4.17. Gestern gab es einen vermeintlichen. Ich war gestern Leitstelle. Und da haben wir einen Anruf von Meriwether, glaube ich, bekommen, die bei Kronjuwelen stationiert waren. Dort ist eine Person schnell aus dem Laden gerannt. Das Resultat war, dass Meriwether die Person getasert hat. Und im Nachhinein kam es dann dazu, dass die Person, die getasert hat, aus irgendeinem Grund unbekannt angerufen wurde. Und von den Leuten, von der Dame, die getasert wurde oder von dem Herren, ich weiß es nicht, Drohanrufe bekommen hat. Und es womöglich dazu kommen kann, dass die, wenn Meriwether wieder bei Kronjuwelen steht, dass es da, sag mal, zu Vorfällen kommen könnte. Und einfach nur, dass die Kollegen, wenn sie auf Streife sind, einfach mal ein bisschen mehr an Kronjuwelen, an Brodinger vorbeifahren. Und dort auch Community Policen, weil sich das sonst verschlechtern könnte. Was war das für ein Zettel? Den Rose geschiebert ihren Nachbarn. Mit der Person, die dort gestern getasert hat. Das war's. Okay, alles klar. Danke für die Info. Dann Leibsteller. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also zu der Info. Es handelte sich um die getaserte Person, um Yamara Beuth. Oh, ich habe die Musik aufgehört. Der Kollege oder der Freund von ihr hat da auch wirklich massiv angerufen. Also da sollte man nicht nur bei Kronjuwelen, sondern generell bei den Hotspots von Meriwether mal gucken, dass man da ein bisschen schaut, dass sie da nicht irgendwie angegriffen werden. Und des Weiteren hat das MD gestern Abend noch informiert, dass wahrscheinlich gestohlene, beziehungsweise geklaute Personalausweise von verstorbene Personen in Umlauf sind und diese aktiv beim MD benutzt werden. Darauf sollten wir auch ein bisschen achten. Ja, genau. Die Thematik mit den Personalausweisen. Achten Sie bitte auch, wenn Sie Personalausweise sehen, dass Sie die Ausweisnummern überprüfen. Wer wollte ich hier? Die Jungs erst auferstehen für Jungs dann. Die Jungs 76, eine Frage. Yamara Beuth und ihr Freund, zu welcher Zugehörigkeit? Eine Rancho müsste das sein. Ja, interessant. Und wissen wir auch, wer ihr Freund ist? Gestern wurde nur ein Rollerkennzeichen genannt, das ist auf Jefferson zugelassen gewesen, das Fahrzeug. Okay. Ja, das waren wir gerade aus dem Thema der Ausweise. Ja, gerne. Sollten Sie so einen Ausweis in die Hände bekommen, dann bitte sofort einen Detektbefind zu ziehen, wegen Prüfung, ob der Eschteil dieser Dokumente ist. Das wird das mal gegenprüfen können. Dankeschön. Alles klar. Alles klar. Wissen Sie soweit Bescheid. Kino, Chat schon wieder verliebt. Nochmal die Leitstelle. Achten Sie darauf, was im Verlauf des Abends am besten sollte Kroniowelen und Brodinger heute geöffnet haben. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Kroniowelen so negativ. Okay. Gut. Alles klar. Ansonsten noch aktuelle Themen von gestern. Dem scheint dann nicht so. Dann möchte ich noch eine kleine Sache zu gestern sagen. Es gab gestern zwei Ruhrüberfälle bei dem Fest oben an der Bayview Lodge. Einen davon konnten wir, ich sag mal, dadurch, dass wir vor Ort waren, mehr oder weniger verhindern und Leute festsetzen vor Ort. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Dabei auch nochmal Danke an die Kollegen, die vor Ort waren. Marianne und Jo gestern haben darüber geredet. Hoffentlich hat hier keiner Quatsch gemacht, weil das ist so schön. Die auch bei sehr geringer Sprechenkapazität einen guten Überblick verhalten hat. Genau. So viel zu gestern. Ansonsten hat eine Abteilung etwas, was sie sagen möchte? Die Administration. Ja, gerne. Sie müssen in den letzten Tagen, wenn Sie Ordnungsfähigkeiten erstellt haben, bitte noch einmal hineingehen und die Straftaten anpassen. Wir mussten leider von der Administration aus die Straftaten anpassen. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie jetzt in Zukunft dort reingehen, aber auch allgemein von den vergangenen Ordnungsfähigkeiten, die Sie getätigt haben, bitte einmal reingehen, Straftaten anpassen. Sollte natürlich Ihnen irgendwas auffallen, kommen Sie bitte auf uns zu. Hat irgendjemand eine Frage diesbezüglich? Das nehme ich als negativ. Das war schon alles. Okay, alles klar. Sonst noch eine andere Abteilung, die was sagen möchte? Die Offs. Ja, die Marshalls, keine Offs. Ja, Thema Haftzeitenblätter. Gucken Sie darauf, dass Sie die ordentlich pflegen. Wir haben immer noch drei Haftzeitenblätter und dann Lucy Middleton, wo nicht ersichtlich ist, wer diese Person entlassen hat. Das heißt, wir gehen bei den drei Personen gerade davon aus, dass sie quasi nicht entlassen wurden und eigentlich noch im State Prison sein müssten. Das ist ein unnormaler Aufwand. Gucken Sie auch nochmal aufs schwarze Brett, welche Person das betrifft. Gucken Sie, haben Sie die vielleicht entlassen? Und generell in die Zukunft gucken Sie, dass Sie die Entlassungen in Ordnung nicht durchführen. Da steht alles eins zu eins drin, was Sie machen müssen. Das ist eigentlich... Mit der Psychologie müsste eigentlich dann Dingens machen. Gut, vielen Dank. Wir müssen noch mit den Rehen mit Garfield. Also sagt, hey, ich gespräche Dingens da. Ja, es findet heute in Morningwood an der Kirsche eine Osterandacht statt. Also Leitstelle schauen Sie, dass Sie da zwischendurch Streifen vorbeischicken zum Community Policing. Okay, alles klar. Sonst noch eine Abteilung, die was sagen möchte? Leitstelle eine Rückfrage. Wissen Sie, wann die Andacht beginnen soll und Obe-Eck-Daten? 21 Uhr. Dankeschön. Okay. Gut, gibt es ein Department, was was sagen möchte? Davis Department. Ja, bitte. Jetzt ab dem Freitag hat jetzt offiziell das Programm Coffee with the Cop gestartet. Da haben wir mit der Päropädie ja einen Pressebericht angefertigt. So wie ich das mitbekommen habe, wurde das bis jetzt sehr positiv angenommen. Auch ich war heute jetzt einmal dann vor Ort. Hier nochmal einmal für Sie, wenn Sie Interesse haben dort mal mit dabei zu sein, melden Sie sich gerne bei mir und dann nehmen wir sie mal mit. Und generell gilt, wenn Sie sich auch einfach, wenn Sie in meiner Mittagsschicht sind und ich bin zum Beispiel nicht da und Sie haben einfach Lust, das hat zum Beispiel ein Kollege letztens gemacht, das sich einfach da hinzustellen, stellen Sie sich gerne hin. Gehen Sie beim Davis Department ganz oben in den Schulungsraum, nehmen Sie sich da gerne ein bisschen Kaffee raus, ein paar Snacks, der ist genau schräg gegenüber. Und dann brauchen Sie nicht selber Geld ausgeben. Also Sie können das gerne auch, wenn Sie alleine sind oder sowas, auch selber mal sich hinstellen. Jo, dankeschön. Das ist klar. Noch eine Debatte mit etwas, was ich sagen möchte. Wir müssen das auch nochmal durchlesen. Passt eigentlich zwar. Nicht danach aus, sind Kollegen der Staatsanwaltschaft hier wieder, die was zum Rocker beitragen wollen? Nee, nee. Dann sonst aus dem Kollegium noch eine Bemerkung? Einmal die Leitstelle. Ich bräuchte gleich nach dem Roadcall einen Kollegen für die Flatbett. Diesen dann bitte entsprechend unten beim Leitstellen-Tresen melden. Ja. Check. Noch ein Kollege, der was sagen möchte. Bippidi-pappidi-puh. Gut, das scheint nicht so, dann ist der Roadcall hier beendet. Gehen Sie runter zum Leitstellen-Tresen. Lassen Sie sich neu einteilen oder sagen Sie Bescheid, dass Sie was anderes zu tun haben. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Passt auf Sie auf. So, schönen Tag noch. Ebenfalls Miskurayame. Ich bin Miskurayame. Keiner weiß, wie verrückt ich eigentlich im Kopf bin. Bittibidi-papp-bubp. Bittibidi-papp-bapp-bup-bu-bubp. Bittibidi-papp-bibb. Und so, ich bin Barbara. So, dann guckt das Stimm-Dimm-Dimm-Damm-I. Rappappapp-bappapp-bappapp-bappapp. Hallo, Ari. Alles gut? Alles gut, ja. Und bei dir? Alles gut. Könnt ihr mir bitte noch ein paar Eier übrig lassen? Äh, Eier? Wovon sprichst du? Ich hab mit Max telefoniert. Sekunde. Ah, okay, scheiße. Ja, soll ich jetzt warten, oder? Nee, warte. Ich ruf sie gleich rein. Eine Sekunde noch. Oh, was? Barbara, wieso hast du schon Eier? Ich hab erst eins gefunden. Du hast also wirklich eins gefunden? Ich hab geblüfft. Was hast du? Ich hab geblüfft. Hast du wirklich eins gefunden? Ja, ja, ich hab eins gefunden. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, Sekunde. Ich bin, ich geh nur mal ganz kurz noch auf die Rente. Mach das. Nein, ich meinte dich nicht. Oh. Ich hab nämlich gerade etwa eine Information bekommen. Aber die geb ich dir nicht weiter. Eine Information? Nein, was für eine Information? Ich hab den Osterh... Ariane, das muss ich dir nachher erzählen. Ja, erzähl mal. Aber ich habe Kontakt aufgenommen. Ja? Ich habe Kontakt aufgenommen. Das hat Max auch schon erzählt. Er hat den Osterhase gesehen, wurde in den Schlachten wegen dem Mädchen. Ja, Max hatte sich anders überlegt. Ich habe auch gedacht, ich brauche das nicht. Denn der Osterhase hat mir ein klares Zeichen gesetzt, dass ich jetzt zum Osterhasenrudel gehöre, Ariane. Zum Osterhasenrudel? Zum Osterhasenrudel? Wie? Ach, das Hasenei. Das Hasenei, das ich einst tragisch verloren habe. Ja. Der gibt ein Ei raus. Das ist so blöd. Ich will auch. Oh, wir werden ihn sicherlich heute nochmal treffen. Vielleicht, wenn nicht dann... Gehörst du wohl nicht zu den Osterhasen dazu. Da kann ich nichts für. Aber, naja, vielleicht. Ach ja, Glück. Okay, ich weiß, wen ich damit beauftragen kann. Hä? Wen denn? Joske. Glaubst du, der kann Häsisch sprechen? Der kann bestimmt... Oh Gott, musstet ihr Häsisch sprechen? Ich musste Häsisch sprechen, ja. Ich habe Hif-Hif gesagt. Hif-Hif? Hif-Hif, das ist Hasensprache. Hasensprache dafür sagt mir alles, was du weißt. Okay. Gut, das hör ich mir mehr an. Was? Was ist los? Abra? Ist okay? Alles okay. Aber, grah, ich sollte aufpassen, wo ich inlaufe, Ariane, ja? Wieso, was ist denn passiert? Ich bin gerade die Treppe runter. Ja, habe ich. Ich rufe mir das an. Gott sei Dank nur einen Meter. Und Gott sei Dank auch Weiß und Sand mit Gras. Aber trotzdem. Oh mein Gott. Wir haben hier einen Schock bekommen gerade, ne? Das ist ein Rohr. Ich glaube, dieses Rohr, das führt sicherlich dahin, wo wir hinwollen. Okay, bis später. Okay, Herr Schreiber, kommen Sie rein. So, Herr Schreiber, Sekunde. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Okay, nur noch kurz in der Ecke hier. Okay, ich muss mal kurz in der Ecke hier, wo ich schon mal. Soll ich mich mal von hier aus gucken? Hat keiner ein Ei versteckt, verdammt. Okay. Wir sind auf der Suche nach Ostereier. Ja, wer war das? Herr Barnes hat hier eins gefunden am Kaffeeautomat im Rollcall-Raum. Haben Sie schon eins gefunden? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Ich habe nur eben mal was im Funk gehört von irgendeinem Hase. Ja, der gibt auch Ostereier, aber es ist besser, welche zu finden. Herr Schreiber, Sie müssen heute bis tief in die Nacht Ostereier suchen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine der schönsten Zeiten des Jahres hier auf der Insel. Das ist so. Das ist wirklich so. Das muss ich Ihnen... Ich nehme das sehr ernst, tatsächlich. Es ist, ähm, ja. Was habe ich denn davon, also... Sie können dich zu Hause schön hinstellen. Achso. Und es gibt ganz viele verschiedene und es gibt super seltene. Es gibt schwarze, ich bin mir immer noch sicher, Herr Schreiber, ich weiß, wir haben jetzt irgendwie unser Gespräch, aber ich bin mir immer noch sicher, es gibt ein goldenes Ei. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt irgendein goldenes Ei. Ja, muss es einfach, weil... Aber das hat nur noch niemand gefunden. Nun, äh, ja. Herr Schreiber, genau. Ja. Wie ist es Ihnen in den letzten Tagen denn ergangen? Ich kann Ihnen natürlich auch das mit der Schweigepflicht nochmal vorlesen, aber das haben Sie ja schon gehört, ne? Das hatten wir ja, ja. Okay. Wie ist es Ihnen in den letzten Tagen ergangen? Wie ist es mir in den letzten Tagen ergangen? Also ich bin nur so lange im Dienst geblieben wie nötig. Ich habe meine Admin-Aufgaben gemacht. Ja. Ähm, um, ich sag mal, auch so ein bisschen keine Plattform zu bieten, um wieder was bei mir zu suchen. Mh, verständlich. Dann hatte ich auch selber so in die Wege geleitet. Da war Hill jetzt noch nicht da. Ich wollte mich gerne auf eigenem Wunsch degradieren lassen. Okay. Also von Officer 2 auf Officer 1, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass man da weniger von mir erwartet, sag ich jetzt mal, dass man da vernünftig sich aufbauen kann, zusammen mit Davis Partner, mit den Kollegen. Und, ähm, da war Herr, ähm, also ich verstehe den Gedanken, gerade das mit dem Druck rausnehmen. Und da war, äh, ist nur Herr Hill Ihr Ansprechpartner oder gibt es da noch jemand anderen? Also ich hatte das, äh, schon bei Herr Palmer angebracht. Er ist ja Assistant Chief. Ich hatte auch schon mit der Admin gesprochen, dass da sich dann auch nichts verändert. Ähm, aber Herr Palmer wollte jetzt noch nichts über Herr Hill entscheiden, weil Herr Hill ist ja der Chief aufs Department. Oh, mh, ja. Und Herr Hill haben Sie jetzt noch nicht erreicht? Nein, der war bisher auch noch nicht im Dienst. Also ich habe ihn nicht getroffen. Und Herr Palmer anscheinend auch noch nicht. Ja, es wäre, äh, ja. Ich habe gerade so ein bisschen was im Hinterkopf jetzt mit unserem Gespräch und irgendwie bestätigt sich das hier gerade auch wieder halb. Ähm, eigentlich kann ein Assistant Chief das ja auch entscheiden. Ich verstehe natürlich, dass er das nicht so entscheiden möchte, aber es ist ja ihr eigener Wunsch, dass sie sich da ein bisschen Druck rausnehmen. Wenn sie da jetzt wieder, wenn er jetzt wieder in der Warterei ist, dann ist das, finde ich persönlich, sehr unfair ihm gegenüber. Ähm, aber, äh, wenn er hier nicht da ist, ist er natürlich nicht da, ne? Ähm, ja. Aber ich meine... Gerade auch jetzt, ja, auch jetzt gerade wegen der Feiertage, da ist es doch verständlich, ich denke mal, wenn man dann andere Prioritäten hat. Das sowieso, sag ich ja. Also Herr Hild kann da ja natürlich absolut nichts dafür. Aber, äh, um Ihnen, das ist ja, ähm, für Sie ganz gut, Ihnen selbst da Druck rauszunehmen, dann müsste ein Herr Palmer eigentlich da auch schon entscheiden. Das ist ja nicht, dass Sie irgendwie einen hochsteigen möchten, sondern Sie möchten ja auch Officer 1 wieder. Ich kann das übrigens nachvollziehen. So ein bisschen wie das, was ich die ganze Zeit... Ich, ich hätte mich so gerne auf Rekrut zurückstufen lassen, muss ich Ihnen sagen. So weit wäre ich gegangen, zu dem Zeitpunkt. Wieso denn? Also, ich denke mal, die Theorie, das können Sie doch alles, oder? Ähm, bei mir ist das Problem, ich, äh, arbeite in... Also, es gibt viele Probleme, aber das Größte ist, ich arbeite in, äh, Kentucky mit bei einer, äh, Charity, ähm, beim Charity-Verein. Und da ist, sag ich mal, nicht jeder Tag wieder andere, viele Informationen. Es ist so ein bisschen so, als hätte man fast fünf Firmen gleichzeitig. Und da hat man manchmal, ähm, so ein bisschen andere Sachen im Kopf und, äh, ist nicht mit dem Kopf hier beim Dienst. Und, äh, ich musste oft alles wieder neu lernen. Es war einfach zu viel für meinen Kopf. Und als Rekrut, ähm, muss ich ja zum Beispiel, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, als Rekrut kommt jetzt ziemlich viel auf einen zu. Genau, das sowieso, aber ich muss zum Beispiel auch keine Akten machen und es, ich wollte auch diese Erwartungen nicht, ich wollte unterstützen. Das ist immer so mein Ding, ich bin eher so eine, ich bin niemand, der vorne steht, ich bin jemand, der unterstützt im Hintergrund. Das ist so meine Aufgabe und damit fühle ich mich halt wohl. Ähm, und das, das hätte ich als Rekrut halt eher bei mir gesehen, aber man kann sich nicht runterstufen lassen als Rekrut. Es sei denn, man macht Quatsch und hat wirklich gekündigt zu werden. Ja. Aber ich verstehe das, gerade dieses Druck rausnehmen, weil wir hatten ja drüber gesprochen, dass sie, ähm, sehr viel Spaß auch am Streifendienst haben. Für mich, bin ich ganz ehrlich, ich, für mich war es die Hölle, aber es ist sehr schön zu sehen, dass sie darin aufgehen. Ähm, die Frage ist nur, sie sagen, dass die Erwartungen, ähm, dann nicht mehr so hoch an sie sind, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass Leute dennoch Erwartungen an sie haben, weil sie halt schon, äh, so lange dabei sind. Das, äh, wäre schade natürlich, aber ich glaube, das haben die Leute dann immer im Hinterkopf. Ähm. Also glauben Sie, dass das nicht viel ändern wird? Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig, ich, ich, also, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nur, dass es sicherlich ein paar Leute gibt, die dann sagen, ja, der ist aber schon so lange dabei, der müsste das wissen oder so. Und ich weiß nicht, wie ihr Privatleben aussieht, ob sie da auch so ein eher turbulenteres Privatleben, so wie ich, äh, halt haben und, äh, vielleicht manchmal einfach nicht mit dem Kopf hier bei der Sache sind, aber ich wollte generell mal was ansprechen. Ähm. Okay. Ja, ich weiß nur noch nicht, wie, ähm. Bin ich aber gespannt. Ja, es ist so ein bisschen, ich hole mir auch hier und da so ein bisschen, ähm, ja nicht Meinungen ein, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit jemandem so ein bisschen geredet, so ein bisschen privater und, äh, im Grunde genommen, bei dem ganzen Kram, der Ihnen passiert ist, sind Sie eigentlich wirklich, sind Sie ja nicht wirklich, ich, Opfer ist ein zu starkes Wort, möchte ich sagen, aber ihm wurde halt nicht nett, wie soll ich das sagen, wir standen ja oben im Bocke, ne, das haben doch nicht in Sie gewesen sein, genau. Also, das M-Wort ist es nicht, definitiv, das sehe ich auch nicht, aber es ist eine Verantwortung, Hinschiebe, Rumschieberei. Ähm, sie wurden von einem Department in das andere geschickt. Und das jetzt so oft. Es ist immer so, als würde die Verantwortung, die man für sie hat, einfach weggeschoben werden, ähm, anstatt man sich mit ihnen wirklich beschäftigt. Und das ist halt wirklich etwas, was ich sehr, sehr stark hier kritisiere, weil sie darunter leiden. Deswegen sitzen sie jetzt hier, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir jetzt quasi die Verantwortung haben, dass wir schauen sollen, wie es für sie weitergeht. Kann ich tatsächlich nicht, Herr Schreiber, sag ich ganz ehrlich, denn ich weiß gar nicht, wie sie arbeiten. Ich habe die Informationen nicht und ich finde das, auch wenn es vielleicht nicht gemeint war von Leuten, ihnen gegenüber sehr unfair, was mit ihnen passiert ist. Ich kann keine Eilheillösung dafür finden. Das müssen andere machen, wenn sich dem mal jemand annimmt. Aber, ähm, im Grunde genommen ist das halt gerade so ein bisschen das Problem, was ich im Hinterkopf habe. Also, ja, Herr Schreiber, da soll jemand anders sich mal drum gucken, da soll jemand anders gucken. Deswegen wurden sie auch so oft rumgeschickt. Und das ist ihnen gegenüber nicht fair. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich gebe ja auch offen zu, dass das mich sehr verunsichert hat. Also, ich will nicht alles von mir wegschieben. Ich hatte auch mal eine Phase letztes Jahr, wo ich nicht so ganz bei der Sache war. Aber ich habe halt nicht wirklich große Fehler gemacht, dass die an der Kündigung oder sowas gerechtfertigt hätten. Also, wie ich schon letztes Mal sagte, ich habe hin und wieder mal so ein bisschen die Rekruten in Schutz genommen, weil das auch so irgendwie meine Aufgabe war, ein bisschen wow. Dass die anderen interpretiert haben, dass ich da jetzt den Fehler gemacht habe, wenn ich nicht beurteile, warum das so war. Ähm. Da habe ich den Faden verloren. Alles gut. Lassen Sie sich Zeit. Ich schreibe mir noch ein paar Stichpunkte auf. Und ja, dann hat man mich halt hin und her geschoben. Und jetzt erst, ähm, nee, eigentlich schon dann hier am WPD, als ich dann in die Admin kam mit Suarez, Hope, Elon Hopkins. Da hat mich dann wirklich das erste Mal so richtig an die Hand genommen. Dann auch aus Bildern beim MRPD. Ja, dann hier ist es auch nur, mach mal. Und, äh, das ständige Nachfragen hier können wir machen, äh, ich eigentlich auch immer ins Leere. Es lief mal ein paar Tage und dann war es schon wieder vergessen. Mhm. Sind Sie, ähm, Sie sind jetzt gerade im Davis PD? Bin jetzt im Davis Department, ja. Und Herr Hill hat sich ihrer angenommen? Also hat Herr Hill Sie da hingeholt oder wurden Sie wieder einfach weitergeschickt? Nein, das lief über Miss Purcell. Ähm, ich, also sie kannte mich ja noch quasi von früher. Man hatte immer so ein gutes Verhältnis, also beruflich. Ähm, und dann, ähm, ja, hatte sie sich so ein Ansprechpartner entwickelt. Und, ähm, ja, wie ging das los mit, äh, mit Davis? Tatsächlich hatte Herr Kowalski schon im Dezember darauf gepocht, mich in Davis zu haben, weil er auch gemerkt hat, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Da war ich aber gerade am VPD mit Admin und Fuhrpark. Ja, und dann, äh, hatte ich dann Miss Purcell mir im Januar mal zur Seite genommen. Und die hatte das dann beim Weiß einmal angesprochen, dass sie mich nicht haben will. Und dann ist das so passiert. Okay. Also Frau Purcell ist, ähm, wollte Sie haben im Dezember, haben Sie Frau Purcell denn gerade noch als Ansprechpartnerin? Also kümmert Sie sich auch um sie? Was meinen Sie mit kümmern? Ähm, wenn Sie dahin geholt worden sind und ich jetzt nur gehört habe, wie Sie einfach hin und her geschoben sind, dass Sie keiner so wirklich Ihnen, also natürlich haben die alle auch wenig Zeit, ist klar. Aber, ähm, wenn das so war, dass Sie hin und her geschoben wurden und jetzt das erste Mal wirklich geholt worden sind, so wie ich das jetzt verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch stehe, ähm, dann bin ich jetzt davon ausgegangen, dass zum Beispiel Frau Purcell, ähm, auch schaut, dass Sie da richtig eingesetzt werden und, äh, man da ihre Stärken auch fördert. Also, so würde ich jetzt, also ich weiß nicht, was im Mittwoch passiert. Ähm, ähm, wahrscheinlich wäre es so passiert, wenn ich dann den Weg in die Gang-Jugend gegangen wäre, also wir, wir sprechen zusammen, also wenn, wenn es sich ergibt, reden über aktuelle Sachen, sowas auf Arbeit passiert und, ja, jetzt auch wegen meiner Admin-Tätigkeiten, arbeitet man da jetzt auch eng zusammen, wenn es halt um die Gang geht. Okay. Und ich weiß auch, dass, äh, sie anrufen kann, wenn es Probleme gibt. Okay, das ist gut. Das beantwortet halbwegs meine Frage, das ist super. Ähm, hatte Frau Purcell denn irgendetwas Besonderes mit ihm vor, dass sie sie nach Davis geholt hat? Also was für einen Grund gab es, dass Frau Purcell sie unbedingt im Davis PD haben wollte? Ich glaube, weil sie genauso wie Kowalski, äh, es nicht so gern gesehen hat, dass man immer von A nach B geschoben wird. Mhm. Und weil sie mit mir selber operativ mal gute Erfahrungen gemacht hat. Weil sie hatte ja selber immer gesagt, ah, Herr Schreiber mit Ihnen, sie haben mir so viel beigebracht. Mhm. Und so kam es dann. Genau sitzen sie natürlich hier und wollen sich, äh, selbst degradieren. Welche kann Frau, äh, äh, Herr Palmer ist, äh, ist, äh, Assistant Chief im, äh, Davis PD und Herr Hill Chief? Äh. Genau. Ähm. Ich kann, ich weiß, er, sie haben ja gesagt, dass, äh, Herr Hill gerade nicht erreichbar ist. Ich versuch's trotzdem einfach mal. Einfach nur, damit, wenn er erreichbar ist. Ich will nicht, dass du die ganze Zeit jetzt reichst, aber langsam mal mit in der Schwebe lassen. Das lieb ich mal hin. Doch mal gut jetzt. Mhm. Okay, ich erreiche ihn auch nicht. Ähm. Ich bin da, Herr Hill, jetzt auch gar nicht böse. Wie gesagt, Feiertage und so. Nee, nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das meine ich nicht. Das ist absolut, es ging ja hin. Dann hat sich das auch ordentlich verdient. War ja auch denkbar, ob er krank und so, und hat sich das ordentlich verdient. Ja. Ähm. Ähm, nee, so meine ich das gar nicht. Ähm, es ist nur so ein bisschen dieses, dieses, es fühlt sich schon wieder an, als würde die Entscheidung irgendwie abgeschoben werden und das mag ich gerade nicht. Ähm. So auf die lange Wartebank. Genau, genau. Wie gesagt, ich hab mich so ein bisschen erkundigt. Ich, ähm, ich persönlich weiß nicht, wieso jetzt gesagt wird, dass sie irgendwie schwach im Dienst sind. Kann ich mir nicht, kann ich mir gar kein Bild draus machen. Ich bin auch die wirklich falsche dafür, da ich glaube, dafür wäre Herr Larsen bisher einen ganz anderen Blick darauf, weil ich bin nämlich auch schwach im Dienst gewesen. Ähm, aber ich bin ein Fan davon, wenn man einfach ehrlich zu den Leuten ist, weil, Herr Schreiber, ich stand vor einigen Leuten, ja, und wusste, dass ich nicht gut bin in dem, was ich mache. Und wenn ich dann höre, so, sie machen fantastische Arbeit und ich stehe da und ich weiß, dass es nicht so ist. Das mag ich tatsächlich nicht. Obwohl die Leute das so lieb meinen, muss ich sagen, ist das, ist das etwas, was mich meistens, da kommt auch nochmal drauf an, wer es mir sagt, bei manchen gebe ich was drauf, bei manchen weniger, macht mich das sehr wütend, weil ich ganz genau weiß, das ist gerade nicht die Wahrheit, die mir gesagt wird. Manchmal ist es auch, wenn man mir die Wahrheit sagt, bin sehr emotional, dann tut es auch weh. Aber ich schätze sowas eher, als wenn man einfach durch den heißen Brei drum rum redet. Deswegen habe ich Ihnen gerade auch ganz ehrlich gesagt, dass ich denke, dass es sehr scheiße ist, dass Sie jedes Mal hier einfach weitergeschickt worden sind. Und nehmen wir jetzt mal an, Sie sind grottig. Sie sind ganz, ganz, ganz schlecht als Schreifenpolizist. Sie schreiben eine Akte Bibbidi-Babbedibu. Ne, nehmen wir jetzt mal einfach sowas. So, dann würde ich doch, also verstehen Sie das nicht falsch, aber dann ist es doch fairer zu sagen, hey, wir kündigen Sie jetzt. Also jetzt mal ganz knallhart gesagt. Anstatt man sagt, weiter, 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 mach du mal, mach du mal, mach du mal. Sowas finde ich nämlich unfair. Jetzt als ganz krasses Beispiel einfach. Ja, wenn ich, also ich sage ja, wenn ich wirklich jetzt große, grobe Fehler mache, wenn ich, also wenn bei mir ein Officer ins Krankenhaus muss oder wenn ich für das Leben einer Person verantwortlich bin, internes Erzähler, dann, 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 dann würde ich da auch stehen und sagen, okay, das ist gerechtfertigt. Ich habe Mist gebaut. Aber das ist ja nie der Fall gewesen. Also, dass ich wirklich das richtig grobes, falsches getan habe. Mhm. Verständlich. Denn dafür, also es wurde noch nie jemand für, also ich wüsste jetzt auch nicht, wofür würde man sie kündigen. Und wenn, wenn man jetzt sagt, er ist schwach im Streifendienst und ne, ist irgendwie pass x und b die, warum, warum mussten sie so lange jetzt rumgeschickt werden? Das, das ist halt die Frage. Das erschließt sich mir noch nicht. Deswegen kann ich das absolut nicht beurteilen und mir einfach nur, ja, einfach nur ihre Sorgen anhören und ihnen dann vielleicht einen Tipp geben, wie das mit dem, mit dem sich selbst Druck rausnehmen. Das haben sie ja jetzt gesagt und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Ich kann, wenn ich mich in sie reinversetze, ich kann es verstehen. Weil dann können sie auch einfach mal ganz in Ruhe wieder durchatmen, sind dennoch hier. Und meine Einschätzung ist immer noch, dass sie Stärken haben, die irgendwo gebraucht werden. Und man weiß es einfach immer noch nicht. Aber die muss man halt finden. Die findet man nicht, indem man sie rumschickt. Bin ich ganz ehrlich. Das ist richtig. Aber wo Sie gerade Ehrlichkeit angesprochen haben, ich hätte tatsächlich auch so eine Geschichte, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Hauen Sie gerne raus. Also eigentlich ging es ja schon vor anderthalb Wochen los, an dem Tag, als Herr Hill mit mir auf dem Dach beim Büffi, die ich hier sprechen wollte, und so alles verschönlicht erzählt hatte. Sie haben ja gerade auch gesagt, wenn jemand da um heißen Brei redet. Ich finde das auch nicht gut. Am selben Abend kam ich dann in die Streife mit dem Commissioner. Und der Commissioner hat mir ganz anderes erzählt. Also eine ganz andere Welt. Und als ich dann Herr Hill danach nochmal so angesprochen habe, so quasi Butter bei der der Commissioner hat etwas anderes gesagt. Dann hat er doch so zugegeben, ja, sie haben da hier hin und wieder Schwächen, aber sie haben auch Stärken. Und ich sehe, dass sie es können. Wir kriegen das zusammen hin. Und ja, dann am letzten Donnerstag war es wieder. Am Montag war es Montag oder Sonntag, als ich beim Commissioner war. Auf jeden Fall war eigentlich schon wieder dann dort dasselbe. Der Commissioner sagte zu mir, man hätte mich aufgegeben. Man wüsste nicht mehr weiter. Es wurden Namen genannt, auch das Davis Department. Und als ich dann Herr Palmer damit konfrontierte. Und das ist das Problem. Wissen Sie, was Herr Palmer gesagt hat? Nee. Nee, das stimmt nicht. Das Davis Department hat sie nicht aufgegeben. Also irgendwo muss ja eine falsche Info an den Commissioner gekommen sein. Ich schreibe mir das nur auf, weil ich muss mir das alles insgesamt mal notieren, weil das wirklich so... Nein, bin ich zu schnell. Nein, 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 ich mache nur Stichwörter, weil wenn wir die Gespräche hier mal haben, will ich einfach nichts vertauschen. Ich will das alles wirklich... Ich will auch mit Herrn Larsen darüber reden, dass wir vielleicht auch mal ein Gespräch zu zweit machen können, dass ich das alles so weitergeben kann. Also Herr Palmer hat gesagt, dass Davis Department hat mich nicht aufgegeben. Ja, also er hat gesagt, das Davis Department hat mich nicht aufgegeben. Er meinte, klar, sie haben Schwächen. Jeder hat Schwächen. Aber er hat wörtlich zu mir gesagt, andere haben schon mehr verkackt. Das hat er mir so wortlich gesagt. Also er hat... Ja, das, was wir auch schon immer sagten, jetzt... Andere haben schon mehr Mist gebaut. Mhm. Und sind vielleicht sogar einfach noch... Haben vielleicht eine Suspendierung bekommen und sind trotzdem hier geblieben. Ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich weiß von mindestens einer Person, wo das darauf zutreffen könnte oder wo das darauf zutrifft. Ich finde aber auch generell, wenn es nicht so großer Mist ist, dann hat auch jeder noch eine zweite Chance zu verdienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, jemand plaudert jetzt interner aus und macht das sehr böswillig und gefährdet damit Leute natürlich, ne? Ja, wenn das Vertrauensverhältnis gebrochen ist. Genau. Und wir haben ja gesehen bei dem Gespräch mit... Ja, wo es ja um diese Ellis-Sache ging, da waren sie ja auch sehr ehrlich. Da hat man auch gesehen, hey, man kann den Herrn Schreiber vertrauen. Das ist keiner von denen, der jetzt irgendwie irgendwas hinter dem Rücken macht oder irgendwas verheimlicht. Ich hoffe, das ist auch den Leuten im Gedächtnis geblieben. Oder es bleibt den Leuten im Gedächtnis. Ich hoffe es auch... Ich hatte sie ja noch am Abend anguckt. Ich hatte da wirklich flattern. Ich dachte mir so, Scheiße, jetzt... Entschuldigung, dass ich das sage. Jetzt werde ich gekündigt, dachte ich, weil... Herr Folie war schon so geladen irgendwie im Funk. Ja, aber das hat ein bisschen mit ihm zu tun. Und dann ist gut. Ja, und da dachte ich mir so, oh nein, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? So diese Grundeinstellung. Was passiert jetzt? Ne, ne, machen Sie sicher keine Sache. Kann ich aber verstehen, hätte ich auch gehabt. Ich hatte mal ziemliches Flattern. Also wirklich fast schon Angst, als ich mit meinem damaligen noch nicht Ehemann das erste Mal gefahren bin. Ich kann sowas verstehen. Wenn jemand im Funk dann immer so streng ist. Ne, aber ich finde es toll, dass wir einfach komplett offen und ehrlich reden. Weil ich mag dieses Beschädigen überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, wir müssten wirklich einmal noch ein Gespräch mit Herrn Larsen zusammenführen. Herr Larsen ist nämlich, und das schätze ich sehr an Ihnen, auch sehr offen und ehrlich. Ich finde, dass wir jetzt nicht dazu da sind, eine Lösung dafür zu finden, weil wir beide hier nicht beurteilen können, wie das bei Ihnen im Streifendienst aussieht. Das ist aber kein Weiterschieben, sondern ich möchte hier mal wirklich einen Riegel vormachen, dass sich alle mal bewusst sind, was hier eigentlich passiert. Deswegen brauche ich noch ein paar Gespräche mit Ihnen und dann würde ich gerne irgendwann mal natürlich mit Ihrer Erlaubnis einfach mal auf den Tisch hauen und einfach mal mit den Leuten reden, was denn hier zur Hölle gerade schief läuft. Ja, was ich halt verstehe, ja gerade schon erwähnt habe, woher kriegt der Kommissioner ja weiß anscheinend falsche Informationen? Warum sagt er zu mir, dass Davis Department hätte mich aufgegeben? Herr Hill hätte seine Meinung über mich geändert, dabei war ich zu dem Zeitpunkt keine acht, vier Stunden vorher noch mit Ihnen draußen, also mit Herr Hill. Und dann wird ja nur, bevor ich zu Ihnen geschickt wurde, Folie reingerufen, der gar nichts mit mir zu tun hat und nur das, was der Kommissioner gesagt hat. Geben Sie da nichts drauf. Wichtig ist natürlich immer, was der Kommissioner sagt, aber mit ihm würde ich, er wollte ja, er hat ja gesagt, hier kümmern Sie sich mal ein bisschen um Herrn Schreiber, aber da werde ich halt, wie gesagt, irgendwann mal, sobald ich mehr Informationen habe und sobald wir das Gespräch mit Herrn Larsen hatten, würde ich dann, das müsste man schriftlich geben, dass ich das dürfte, einfach mal ein bisschen auf den Tisch schauen und den Leuten vielleicht mal die Augen öffnen, dass das, was hier gerade passiert, nicht Ihre Schuld ist, sondern wirklich jeder hier eine Teilschuld trägt. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht habe ich ja auch eine Teilschuld, ich weiß es nicht. Das kann gut sein, Herr Schreiber, wie gesagt, ich kann das nicht, ich kann das ist der Part, den ich nicht beurteilen kann, aber dieses Hin- und Herschieben ist Ihnen gegenüber einfach scheiße. Das ist wirklich sehr unfair. Deswegen, ich bin einfach jetzt so bierehrlich, ich bin einfach komplett ehrlich. Wenn man denkt, dass Sie nicht gemacht sind für den Polizeidienst, dann muss man auch so fair Ihnen gegenüber sein, ich sage es einmal sehr hart, und Sie schon kündigen. Ich sage es einmal ganz kurz sehr hart, und nicht diese Hin- und Herschickerei machen. Weil das ist Ihnen gegenüber sehr gemein. Ist einfach so. Das ist tatsächlich jetzt aber meine private Meinung dazu, weil ich noch nicht weiß, wie denn jetzt die Hintergründe bei den anderen sind. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwann erfahren, aber trotzdem so aus meiner Sicht jetzt gerade mit der Hin- und Herschickerei, das ist halt scheiße. Und das tut Ihnen halt auch nicht gut. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und sich degradieren möchten, damit Ihnen weniger Druck rausgenommen wird, wenn Sie mir sagen, dass Sie das Gefühl haben, dass die Leute sehr voreingenommen Ihnen gegenüber sind, weil die Leute vielleicht teilweise sogar die Fehler suchen oder teilweise sogar nur darauf warten, das ist ganz schlimm und da muss man einen Riegel vormachen. Und dieses Ehrlichkeitsding ist, glaube ich, ja, das müsste man vielleicht auch mal hier irgendwann mal in großer Runde im Workout oder so ansprechen, dass man vielleicht auch mal sich ein paar Eier wachsen lässt. Weil viele Sachen tun einfach weh. Es ist so, Herr Schreiber, was mir gesagt wurde, es wurde mir auf meine Arbeitszeiten geguckt und gesagt, warum sind Sie denn nur von dann und dann arbeiten gewesen? Tat weh. Tat wirklich weh. Ich verstehe, warum, weil es wohl so schien, als würde ich mich da durchquirlen. Und wissen Sie was? Ich habe mich durchgequirlt. Habe ich mich nur nicht getraut zu sagen. Weil ich wollte den Job auch nicht verlieren. Ich habe nicht gesagt, aber es ist einfach so. Viele Sachen muss man manchmal einfach hören. Und dann kann man sich auch nicht verbessern, wenn man die nicht hört, wenn man in Watte gepackt wird. Deswegen macht mich das wütend, wenn jemand mir sagt, Sie haben tolle Streifenarbeit gemacht, weil ich weiß, sie war beschissen. Muss man, äh, aus wenn mein Mann das sagt, da gebe ich was drauf. Aber sonst ist es halt... Wie gesagt, ich bin einfach komplett ehrlich. Ich glaube, Herr Schreiber, da schätzen Sie auch mehr, als wenn man jetzt wirklich hingeht und irgendwie Honig um den Mund schmiert. Auf jeden Fall. Also, da möchte ich schon die Wahrheit haben. Und ja, ich weiß das selber. Ich habe meine Schwächen. Aber auch ein Herr Hill hat da gesagt, Herr Schreiber, ich sehe, dass Sie da und da Stärken haben. Und also, ich bin, ich steile ja laut den Aussagen von der Hill. Der Komischner sagt ja was anderes, was Hill betrifft. Ja, nicht völlig verloren. Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Sie können auch hier komplett, Sie können auch sagen, ich kann das Handy ausmachen. Sie können sich auch komplett einfach mal auskotzen, weil manchmal tut das halt auch sehr gut. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, so eine Frage. Bei Vorgesetzten hat man natürlich auch Respekt und verhält sich dementsprechend. Fällt Ihnen das sehr schwer, mit denen zu sprechen, auf eine dennoch höfliche und auf Augenhöhe Art und Weise, also dieses auf eine Art und Weise trotzdem ehrlich zu sein? Das war ein ganz komischer Satz, Frau. Das war nämlich mein Problem, tatsächlich. Ich wollte immer ehrlich sein, so in your face, aber man muss ja immer aufpassen, wie man da vor sich hat und wie man das sagt. Haben Sie damit Probleme oder geht das? Probleme? Ja, der Satz war ganz doof. Also, ich habe vor Vorgesetzten, auch jetzt Komischer, natürlich Respekt und dementsprechend vielleicht halte ich mich da etwas zurück, weil ich genau weiß, wie das Echo aussehen könnte. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man, es gibt immer so einen Unterschied und das muss man beherrschen. wenn jetzt der, ich muss mir gerade ein Beispiel überlegen, der Kommissioner vor mir steht und ich bin im Flur ausgerutscht und habe dabei alle Blumenkübel kaputt gemacht und das war aber nicht meine Schuld, denn es hat mich jemand geschubst. Wenn ich jetzt vor dem Kommissioner stehe und der ist sauer auf mich und ich sage, Herr Kommissioner, ich kann da überhaupt nichts für, ja? Da hat mich nämlich jemand geschubst und das ist absolut nicht meine Schuld. Jetzt kommen Sie jetzt, kriegen Sie sich mal ein, Sie Penner. So, dann wäre das scheiße. Wenn ich aber hingehe und sage, Herr Kommissioner, ich kann Ihnen das erklären, denn das ist ganz einfach. Es tut mir wirklich sehr leid, dass die Blumenkübel kaputt gegangen sind, aber ich möchte Ihnen sagen, wie es dazu kam. Mich hat jemand von hinten geschubst, ich habe noch versucht, die Balance zu halten und leider bin ich dann gefallen und in die Blumenkübel und ich hoffe, wir können dafür eine Lösung finden. Beides ehrlich, aber es kommt immer natürlich darauf an, wie man das rüberbringt. Das ist ein blödes Beispiel. Der Ton macht die Musik. Genau, der Ton und wie man sich so ein bisschen ausdrückt. Fehler eingestehen ist das, was man beherrschen sollte. Definitiv. Aber man sollte sich nicht komplett klein machen. Es ist trotzdem wichtig für sich auch einzustehen, wenn man selber denkt, hey, ich habe doch hier gar keine Fehler. So sind Sie gerade von mir. Genau. Sie sehen Dinge ein und sagen, aber es ist so und so und andere wohnen für wenige. Ich verstehe nicht, wieso man mich dafür kündigen sollte. Und das ist genau der richtige Weg. So können Sie dann auch mit dem Vorgesetzten reden. Wir haben trotzdem das Selbstbewusstsein, das zu sagen und trotzdem aber auch die Selbstreflexion, zu sagen, hey, das und das läuft tatsächlich nicht gut. Ja, Punkt. Ich wollte mit der Stimme am Ende runtergehen. Entschuldigung, das ist so viel runter. Das ist nicht schlimm. Regt mich ein bisschen auf alles. Mich regt es auch auf, aber wir sind da auch ein bisschen dann so die Hände gebunden, sage ich jetzt mal. Ich muss ja jetzt auch zum Beispiel auch warten darauf, dass dann Herr Hilde da ist, dass man einen Schritt weitergehen kann. Ja. Ja. Herr Schreiber, können Sie mir da Bescheid sagen oder können Sie mich, vielleicht wollen Sie mich ja auch beim Gespräch dabei haben, falls, nee, also das können wir alles irgendwie machen. Zum Beispiel, ich würde auch gerne Herr Hilds Meinung, ich würde auch Herr Hild gerne alleine dazu sprechen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es besser wäre, wenn wir das einfach sammeln, Sie mit Herrn Hild reden, wir nochmal gemeinsam mit Herrn Narsen sprechen und ich dann mit dem Kommissioner, Herr Hild und wer da jetzt noch irgendwie meint, er hätte da irgendwie mit zu mischen, in dem Büro umstehen und das Ganze mal ein bisschen ausklamüse. Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn Sie mit Herrn Hild sprechen und ich denke mal, dass da zu einem Gespräch mit Herrn Weiß kommt, ich glaube, das war so ein bisschen die Ambition vom Kommissioner, ich weiß es gar nicht. Ja, also ich habe da nichts dagegen. Ich weiß, dass beim Gespräch mit Herrn Hild auch Herr Palmer anwesend sein wollte, weil der hatte sich schon mit mir unterhalten und der meinte auch schon, dass das nachvollziehbar ist, dass man so ein bisschen den Druck rausnehmen will, um jetzt im neuen Team in Davis dann wirklich einen Neustart zu machen. Ja. Was man hätte vielleicht schon vorher machen sollen. Ja, das hätte Ihnen vielleicht angeboten werden sollen oder vielleicht sogar, wenn es sich jetzt auch hat, einfach gemacht werden sollen, einfach für Sie, dass man für Sie auch mal ein bisschen mitdenkt und Sie jetzt komplett damit alleine lässt. Das Schlimmste, was passieren kann, und sollte das passieren, kommen Sie bitte auch sofort zu uns. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Rollcon angesprochen wird, sagen Sie bitte alle nicht zum Herrn Schreiber oder so. Ich glaube, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Dann wissen Sie... Ja, dann ist man so ein bisschen der... Ja, der muss mit Sandtammt schon angefasst werden und so. Genau. Das, und es ist auch so ein bisschen fortführend. Ich sag Ihnen jetzt mal was, ne? Ja. Eine Freundin von mir in Kentucky, Tiffany heißt die, die wurde in der Schule immer gemobbt. So, und dann hat die das irgendwann mal ihrer Oma erzählt. Und dann ist die Oma einfach zu ihrer Schule gegangen, hat sich die Tüten geschnappt und hat denen allen eine Ohrlasche gegeben, so nennt man das bei uns in Kentucky. Einfach eine mächtige Ohrlasche. Sie war gewalttätig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber hat denen eine Ohrlasche gegeben und hat dann auch die Eltern von den anderen beleidigt. So, und jetzt überlegen Sie mal, wie es meiner Freundin Tiffany danach in der Schule ging. Das war eine... Noch schlechter. Genau. Noch schlechter. Deswegen muss man sowas auf jeden Fall verhindern. Deswegen machen wir das auf eine andere Art und Weise. Und ich werde mich da nochmal mit Herrn Larsen kurz schließen und nochmal ganz in Ruhe mit ihm reden, ganz privat und dann vielleicht einen kleinen Schlachtplan machen. Schlachtplan? Ich wollte jetzt irgendein krasses Wort nehmen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich weiß, was Sie sagen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das wird alles jetzt nicht so schlimm oder so. Aber einfach, dass wir mal schauen, wie wir am besten weiter vorgehen. Was machen Sie denn heute noch so? Was ich heute noch so mache, ich sehe jetzt mir nichts so vorgenommen. Ich wusste ja, dass ich das Gespräch jetzt mit Ihnen habe. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich nichts mehr in der Art mit zu tun gehabt hätte, wahrscheinlich schon wieder außer Dienst gegangen. Haben Sie noch gleich in der Art mit was zu tun? Nein. Ach, schon wieder was Süßes. Ja, wir haben tatsächlich... Wie sind hier die Süßigkeiten? Sagen Sie nicht, dass unser Schrank hier voller Süßigkeiten ist. Die kommen sonst alle ins Büro, die Geier. Wir verdienen ja noch nicht genug. Ne, äh... Ne, ähm... Also, äh, ja... Herr Schreiber, wie ist es bei Ihnen eigentlich hier so mit Ihrem Freundeskreis auf der Insel? Ist das ein großer, ist das ein kleiner oder sind Sie jemand, der einfach nach dem Mies nach Hause geht und direkt einsteht? Also, mal so, ich hatte ein, zwei Freunde, also Bekanntschaften, die sind dann entweder ausgereist oder man hat sich halt so... Dann ist getrennte Wege gegangen. Ja, also aktuell tatsächlich ist ein Freundeskreis, wenn man das so will, gar nicht so vorhanden. Man quatscht halt mit den Kollegen auf der Arbeit. Mhm. Und die einzigen sozialen Aktionen waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, ja, da hat mich die Miss Hope eingeladen auf ihren Geburtstag. Oder halt, ja, Wanderungen, die man dann auch außer Dienst gemacht hat mit den Kollegen. Okay, das ist schön, aber da ist nämlich das Ding, das Wort Kollegen. Ja. Ich hab, ähm, wir haben ja diese Rekrutenpflichtgespräche, das haben Sie natürlich jetzt nicht mitbekommen, sind ja schon länger da. Ähm, und da gibt's immer eine Sache, auf die wir so pochen. Wir sagen immer, ähm, es ist ganz gut hier, und es ist schwierig, ne, weil Sie sind ja alle sehr viel im Dienst, es ist schwierig, das hinzubekommen. Aber es ist immer ganz gut, einen Freundeskreis, ähm, unter den Kollegen zu haben, aber auch einen Freundeskreis von, äh, Leuten, die gar nicht im PD sind. Einfach damit die, die die Arbeit auch mal Arbeit lassen können und einfach mal ein paar Sachen auf der Insel ausprobieren und sich da vielleicht auch mal über alltägliche Sachen einfach auskupfen können. Ja. Einfach diesen Ausgleich haben, der ist so wichtig einfach. Tja, das ist mir bewusst. Ich, 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 also ich hab ja auch immer wieder mal Anläufe gemacht, aber ich sag mal, wenn, wenn's dann am Ende ja darauf hinausläuft, dass man halt wieder enttäuscht wird und die Leute sagen, ach, jetzt, ach, ich hab eine Absage bekommen, ich reise wieder zurück in die Heimat. Ja, verstehe. Dann ist man am Ende wieder enttäuscht und, ja, vielleicht ist das so, so ein Schutzmechanismus von mir, dass ich dann halt sag, okay, ich verzichte jetzt darauf. Ja, das ist verständlich. Ich hatte, an meiner Anfangszeit hier hatte ich, äh, einen ganz anderen Freundeskreis als den, den ich jetzt hab. Äh, da war eine liebe Omi dabei, Oma Edith hieß die, ähm, Ava hatte ich noch eine Freundin und, äh, Philipp, glaube ich, hieß ja auch und wir waren schon eine ganze Weile immer so gemeinsam unterwegs abends. Und die sind auch alle nicht mehr da. Ähm, es gab eine Zeit, Herr Schreiber, da war ich, bis auf meinen damaligen Partner, Entschuldigung, ich kann das nicht anders aussprechen, ähm, war ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang allein. Und, äh, da hab ich mich auch in die Arbeit gestützt, das hab ich aber auch gemerkt und ich hab meinen Freundeskreis mal links liegen lassen in meiner Rekrutenzeit, wegen der Zeit, ähm, die man dafür aufbilden musste. Ich kann Ihnen das trotzdem nachlegen. Die enttäuschen, also, dass Sie da einen Schutzmechanismus haben, glaube ich, ähm, der ist ja wichtig, weil, das wird ganz oft vergessen, das, äh, es wird oft vertauscht, dieses, dieses Wort Eigenschutz, ähm, halte ich, ich halte das für eine der wichtigsten Sachen oder wichtigsten Fähigkeiten, die man beherrschen kann, wird oft mit Arroganz oder Egoismus verwechselt. Das stimmt aber tatsächlich gar nicht. Hm, schön, ein Beispiel, ähm, ich hatte eine Person in meiner näheren Umgebung, würde ich jetzt, äh, nicht sagen, es war keine riesen dicken Freundschaft, aber war eine Freundschaft, äh, sehr selten gesehen. Und, ähm, das war eine Person, die Drama immer anzieht. Und, ähm, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, wie man auch, also, dass man auch immer für die Person da ist, weiß ich nicht, ob Sie sowas kennen. Wenn man dann nicht da ist und so, dann, dann, äh, hat man direkt, äh, ein bisschen Angst und, äh, auch so, oh, da war ich jetzt für die Person da. So ein bisschen diesen Zwang einfach. Ich hab gemerkt, dass mich das immer mehr runterzieht. So, ich hab mich gemerkt, dass es mich immer mehr runterzieht und dass die Person an sich aber nie wirklich für mich da war, sondern ich immer nur für die. Und, ähm. Ich weiß, ich kenn das Gefühl. Genau, das, das ist ein Scheißgefühl. Sie haben sich auch für die Rekruten eingestellt. Ja, ja, das, 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 tatsächlich ist es so, so ein bisschen so, weil ganz weit entfernt ist es so ein bisschen so eine ähnliche Situation. Aber das war gar nicht das Problem, sondern ich hatte das Problem, ich wollte irgendwann, es sind Dinge passiert und dann wollte ich die Person nicht auf meiner Hochzeit haben. Und ich hatte so Probleme, weil hätte ich die Person ausgeladen, hätte ich, äh, ein großes Drama gehabt. Hätte ich, äh, ein großes Drama gehabt, hätte ich hundertprozentig ebenfalls großes Drama gehabt und ich hätte mich nicht wohl gefühlt, weil ich wollte die Person auch nicht da haben. Also habe ich den Eigenschutz hochgefahren, habe das anderen Personen auch kommuniziert so und im Endeffekt weiß ich einfach, dass die Leute wahrscheinlich denken, ich wäre die böseste Person überhaupt, weil ich diese Person von meiner Hochzeit ausgeladen habe. Aber im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Deswegen... Damit sie sich nicht schlecht fühlen. Genau. Ich wusste, so oder so, explodiert das irgendwie, aber ich habe in dem Moment tatsächlich, und das war ich sehr selten, an mich selbst gedacht und meinen Eigenschutz. Deswegen, das mit dem Eigenschutz kann ich sehr gut nachvollziehen, aber wenn sie die Mauer die ganze Zeit oben lassen, lassen sie sie so lange oben, wie sie möchten, aber wenn sie sie die ganze Zeit oben lassen, dann kann es sein, dass sie wirklich auch gute Freundschaften verpassen. Sie müssen sich nicht, sie müssen nicht all in gehen bei einer Freundschaft. Es kann erstmal eine flüchtige Bekanntschaft sein, mit dem man vielleicht ab und zu was unternimmt. Das finde ich sehr wichtig, dass sie sich da auch nämlich den Druck rausnehmen. Aber mit dem Eigenschutz, das kann ich sehr gut verstehen. Auch wenn ich Ihnen jetzt raten würde, suchen sie sich Freunde, aber ich kann das sehr gut verstehen, wenn man so oft enttäuscht wurde. Wie sind Sie denn früher da aus dem Loch gekommen? Sie sagten ja auch gerade, Sie waren da so in diesem Strugel. Ach, das war, weißt du, ich bin von meinem Nebenjob damals zurück, war eine Brücke, das weiß ich noch. Irgendwie sämtliche Sachen zerbrochen, war alleine. Und dann habe ich angefangen, mich in die Arbeit zu stützen, bin ich ganz ehrlich, das habe ich gemacht. Und irgendwann habe ich aber da wieder so ein bisschen lockerer gelassen. Deswegen, für mich ist es so, ich mache um 22 Uhr Feierabend. Das hat mir eine Person, die ich kenne, macht das ebenfalls so und ich merke einfach, wie gut mir das tut, fest ein Feierabend zu haben. Und dann habe ich ganz langsam, ganz, ganz langsam mich wieder Leuten geöffnet, aber ich war über vorsichtig. Und ich habe angefangen, Leute aus meinem Leben auszusortieren. Das ist dieses, was gerne mal mit Böses oder Egoismus verwechselt wird. So habe ich das gemacht, aber langsam. Und, Herr Schreiber, ich habe Leute um mich herum, denen ich immer noch nicht hundertprozentig vertraue. Das würde ich denen auch jederzeit ins Gesicht sagen und ich glaube, die würden das sogar schätzen, weil sowas dauert. Da kann keiner von Ihnen sagen, warum vertraust du mir nichts, weil das braucht Zeit. Das ist ganz normal, finde ich. Ja. Nee, Edi, war sogar anders, war sogar anders. Ich kann gleich noch was ein bisschen dazu sagen. Sie sprachen das ja gerade schon mal an, diese Rekrutengespräche. Nur aus Neugier sind das dann irgendwelche Tests oder Gespräche, einfach nur ein ganz normales Gespräch. Beim Endeffekt, also so ein Rekrutentest, der sagt ja aus, ob man für den Polizeidienst geeignet ist, oder? Genau. Ich hatte so eine Idee, aber ich weiß nicht, was Sie davon haben. Einfach raushauen. Ja, dass ich den einfach auch mache, weil ich in der Beweispflicht stehe und wenn dann da rauskommt, ja hier, der Schreiber, der ist dafür geeignet, kann man dir das dann vor den Lotz knallen, sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Aber, jetzt kommt das große Aber, Herr Schreiber, das tut mir leid, das ist das blödeste Timing ever. Der Rekrutentest, der wird jetzt nochmal umgemodelt und wird ein bisschen härter sein. Den würden wir dann auch bei Ihnen, den wird Herr Larsen machen, ich würde den dann nicht machen. Also so einfach, damit man auch nicht sagen kann hier, weil ich bin eine super empathische Person, ich will nicht, dass man mir irgendwie sagt, ich hätte sie durchgewunken oder so. Aber die Idee ist sehr gut und ich glaube tatsächlich bei dem, was wir vorhaben, dass Sie jede Frage beantworten können. Allein aus Ihrer Erfahrung können Sie jede Frage beantworten. Ich will Ihnen das nur ganz transparent sagen, dass der nochmal ungemodelt wird, aber die Idee finde ich sehr gut. Behalten Sie die im Hinterkopf, aber behalten Sie auch im Hinterkopf, was ich Ihnen gesagt habe. Sie können sich das ja auch einmal so notieren. Das mache ich. Moment, dass ich mir ganz kurz was im Ding ist hier runtergefallen. Sie machen halt was, das ist ja das Ding. Sie sind so ein bisschen alleine damit, müssen jetzt alleine gucken. Eigentlich, das wäre jetzt auch was, wo ich mir gesagt hätte, das wäre cool, wenn Ihnen das jemand empfohlen hätte. Aber es ist halt sehr stark, dass Sie das jetzt selber einfach sagen. Und dass Sie das so freiwillig machen tatsächlich. Ja, mir liegt ja auch was hier an der Behörde, an der ganzen Arbeit. Es ist ja nicht nur der Streifendienst, sondern auch die Admin. Dann ja die Ausbildung, wo ich auch schon mal war. Es gibt ja viele Bereiche. Ja. So, habe ich aufgeschrieben. Perfekt. Ich gucke mal wirklich, ob ich den Herr Larsen heute noch irgendwie greifen kann. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, aber der ist wahrscheinlich auch Ostern im Feiern. Ansonsten werde ich mich mal ganz in Ruhe mit ihm so ein bisschen kurz schließen. Dann würde ich nämlich sagen, das nächste Gespräch, also Sie machen das jetzt, dass Sie mit dem Herr hier reden, wenn Sie den greifen können. Und Herr Palmer wird dabei sein, haben Sie gesagt. Also wenn es möglich ist, denke ich mal, wird auch dabei stehen. Okay. Machen Sie das, dass Sie mit beiden zusammen reden. Ich glaube, das ist für Sie auch ganz gut. Und dann haben Sie zwei unterschiedliche Blickwinkel und vielleicht auch vom Ehrlich, was heißt vom Ehrlichkeitsgrad, ehrlich sind Sie schon alle. Aber dieses Dinge, die man einfach manchmal hören muss, von diesem Grad her, ist vielleicht ganz gut, wenn da auch zwei Leute dabei stehen, dass sie sich gegenseitig ein bisschen regulieren können. Ja, ansonsten, Herr Schreiber, würde ich das Gespräch für heute beenden. Ich finde Ihre Ideen tatsächlich sehr gut. Und ich finde es sehr gut, das möchte ich nochmal hervorheben, dass sie wirklich von Ihnen gerade kommen. Man merkt es wirklich, dass Sie das wollen. Und wenn er weiß, Ihnen nochmal sagt, dann kündige ich Sie oder so, dann haben Sie kein Flattern, bleiben Sie cool. Ich glaube, dass, wenn Sie einfach cool bleiben und ich glaube, es ist so ein bisschen die Art, Sie sind ein bisschen wie ich. Jetzt gerade von mir überhaupt gar nicht, das finde ich sehr gut. So wie Sie von mir sind, wenn Sie so von dem Commissioner oder Herrn Hill sind, das hat eine ganz andere Wirkung. Ich war immer sehr klein vor den Leuten, das versuche ich mich gerade auch nach und nach abzugewöhnen. Ja, also so wie ich mit Ihnen rede, ich glaube, so rede ich auch gar nicht vor Herrn Weiß oder Herrn Hill, weil da weiß ich, okay, die Personen stehen über mir. Da ist man dann ein bisschen, also da drückt man sich ein bisschen gewählter aus. Natürlich, natürlich. Aber dieses Selbstbewusste, das auf jeden Fall können Sie ja dennoch beibehalten und versuchen, in den Gesprächen einzuwerfen. Einfach so für sich selbst einstehen, nehmen wir das so. Für sich selbst einfach einstehen. Sie stehen da und reden für sich selbst, Sie reden über Herrn Schreiber und es ist Ihnen sehr wichtig, dass die Leute Ihnen zuhören und wissen, was sie da gerade wirklich von Ihnen wollen und dass sie auch gehört werden möchten. Das ist so wichtig. Und nicht einfach. Das war's. Dann hätte ich tatsächlich, also eine Kleinigkeit noch, die hatte ich jetzt nicht angesprochen, also auch eine Sache, die mich auch irgendwie stört. Immer raus, Demi. Ja, dieses, dass man ständig, also es war schon, ja, zum Teil bei Herrn Weiß jetzt beim letzten Gespräch so oder auch in der Vergangenheit, dass man das immer so münzt, ja, Sie haben Probleme, psychische Probleme, das müssen Sie mit sich selber regeln, wir sind dafür nicht verantwortlich, also, dass man mir Probleme einredet, die ich vielleicht gar nicht habe und dass man das die ganze Zeit darauf münzt bei mir. Dass man, ja, wie Sie ja auch schon beim letzten Gespräch sagen, dass dann so die Grundeinstellung, eine negative Grundeinstellung entsteht bei mir. Ich schreie es mir auf. Ja, dafür ist dann, Herr Garfield, auf jeden Fall, also, gut, das besprechen wir auch. Ich habe es aufgeschrieben. Machen Sie sich da keine Gedanken. Ich will dann jetzt aber schon mal den nächsten Termin kommen gleich, dass wir so ein bisschen was vorbereiten. Was meinen Sie denn mit dem nächsten Termin, also, schon einvereinbaren? Ich schaue mal, dass wir das eventuell noch in der nächsten Woche machen. Ich müsste, ich mache das jetzt, ich schreibe jetzt gleich Herrn Narsen eine SMS, dass wir das in der nächsten Woche machen, dass wir beide nämlich bei einem Termin dabei sind, weil ich bin bei den Flitterwochen. So ab dem 7. müsste ich in den Flitterwochen sein, deswegen gucke ich, dass ich das auf die nächste Woche verliebe. Wo geht es denn hin, wenn ich fragen darf? In Japan. Also, aus Neugier. Nach Japan. Genau, wir heiraten auch noch mal in Japan tatsächlich. Noch mal? Ja. Dann reicht es mir dann nächstes Jahr noch mal in den Santers, aber ohne eine prunkvolle Hochzeit. Einfach nur so. Feiert man in Japan anders? Ich bin da jetzt nicht so in den östlichen Bereichen. Ich bin da auch noch nicht so, aber das ist eher so eine Tempel-Hochzeit. Und ich muss da so ein komisches weißes Ding auf dem Kopf tragen, aber es sieht eigentlich wunderschön aus. Das ist wirklich ein Märchen. Und man hat einen weißen Kimono an. Und Männer tragen, ich glaube, das heißt Yukata. Naja, das kann ich Ihnen auch nicht. Also, ich bin, ich würde mich da selber noch ein bisschen überraschen lassen. Ja, das verstehe ich absolut. Ja, okay, Herr Schreiber, dann strechen Sie sich nicht so sehr und schauen Sie, dass Sie diesen Druck wirklich jetzt schnell rausnehmen lassen und dass Sie da jemanden bekommen, der das jetzt mal entscheidet, macht und vielleicht zur Not, Herr Hill, wenn Herr Hill nämlich jetzt wochenlang zum Beispiel nicht da ist, weil krank oder so, ist das halt blöd für Sie, dass man das zur Not ohne Herr Hill macht und Ihnen dann Bescheid gibt. Also, dass ich dann noch mal auf Palma zugehe. Genau, ich kann es natürlich auch empfehlen. So rum können wir das auch machen. Dann ist das eine Empfehlung. Dann kann ich sagen, ich empfehle, Herr Schreiber auf Officer 1 zu setzen und dann hat das vielleicht ein bisschen mehr Gewichtung. Aber versuchen Sie es jetzt mal zu machen. Ach so, ich dachte, Sie meinen jetzt gerade, Sie empfehlen mir, dann mit Palma zu sprechen. Nee, 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 nee. Also, wir können Empfehlungen aussprechen. Wir können es nicht beschließen, aber Empfehlungen aussprechen, dann hat das ein bisschen mehr Gewichtung. Aber das erst, wenn jetzt gar nichts mehr geht, wenn Sie Herr Hill erst mal nicht erreichen, okay? Okay. Und Sie schreiben mir dann wegen dem neuen Termin und ich richte mich darauf ein. Okay, machen wir. Gut. Gut, Herr Schreiber, passen Sie auf sich auf und gehen Sie heute Eiersuchen. Ebenso. Einen schönen Abend noch. Auch so, tschüss. Tschüss. Ach, der Arme, da scheinbar nicht mal gar fehlt. Und Jo, das machen wir gleich sofort, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Nächste Woche befeuchte ich einen Termin vor meinen Splitterwochen zusammen mit dir, mit Herrn Schreiber. Das ist, das ist fast akut schon. Ich riefe dich dann auch ganz in Ruhe oder schreibe dir eine Stichpunkt-Mail. Wird alles auf ein Gespräch mit Vorgesetzten, mit uns beiden rauslaufen. Beschlossen habe ich das gerade. Da muss man nun wirklich handeln. Ah, Schreiber ist so süß, ne? Ja, ist einfach so süß. Wobei ich immer noch denke so, er sollte nicht so oft das WPD versteifen, sondern vielleicht sowas wie Dingens, wie FD, ist aber auch so schwer, ne? Aber sowas wie FD zum Beispiel irgendwie oder sowas oder einfach Marshalls und so. Ich glaube tatsächlich, der kann schon in dieser Behördenstruktur bleiben, aber er sollte sich nicht so versteifen. Es ist mir so leid, dass er so oft hin und her geschoben wurde. Aber Ariane und Gafi übernehmen hier auch nicht die Verantwortung für andere, die es verkackt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil keiner offen mit ihm... Guck mal, wie du mit uns redest, du, ganz offen. Ganz offen. Und wir haben ja gemerkt, wie er zum Beispiel bei den Commissioner... Also natürlich muss er auch bei den Commissioner zu reden, aber ich glaube, der Walter weiß, wird das so schätzen, wenn Schreiber einfach mal auf den Tisch schaut. So, wisst du, was ich meine? So. Okay. Hey, es freut mich, dass du dich gefreut hast. Das ist süß. Ich mag den Yin-Yang-Gedanken. Eistüttel. Ich habe ein paar Blumen für den Garten besorgt. Ah, wirklich. Wie lieb ist das denn? Danke, dass du daran gedacht hast. Ich rufe sie gleich zurück. Ist das okay? Äh, ja. Später dann. Alles gut. Super, danke. Ja. Hallo, Herr Tinuta. Ein wunderschön, hallo. Ein wunderschön. Lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig. Trotzdem wiedererkannt. Schick auf. Ja. Werden Sie oder ich? Hätte ich fast gar nicht erkannt mit der neuen Frisur. Ach so. Und es hätte ich schon lange nicht gesehen. Ja, es hat sich sehr viel geändert bei mir. Okay, kommen Sie auch gerne rein. So, vielen Dank. So, wo wollen Sie? Ich hoffe, ich mache, dass es positiv war, was ich bei Ihnen geändert habe. Sehr positiv, ja. Sehr schönes Volk. Dann kann ich Ihnen gleich noch ein kleines Update geben. Wo wollen Sie sich hinsetzen? Sie haben freier Platzwahl. Ich nehme einfach hier. Ich lasse mich jetzt einfach hier hin. Okay. Wollen Sie was Süßes oder irgendwie Paffee? Nein, danke. Okay. Ich war eben beim Eisladen. Oh, gibt es da eben Special Eyes heute? Äh, nee, nicht wirklich. Wir waren nur da zum Community Policen, deswegen. Ah, okay. Das ist sehr gut. Häti Nuta, wir werden ja gleich über ernstere Themen reden. Und ich werde auch vorher noch mal so ein bisschen rechtliches abklären. Aber jetzt kriegen Sie erst ein Update von mir. Erst mal, diese Ohren gibt es bei Suburban. Ja, hier vorne. Wie bitte ist sehr wichtig. In Pink, Rot, Schwarz und Weiß. So, muss die frohe Kunde verbreiten. Und im VPD sind Eier versteckt gewesen. Und ich habe schon ein bisschen geguckt und keins gefunden. Das ist auch ein Update. Ich möchte das wirklich mit Leuten heute teilen. Ich habe geheiratet, wie Sie merken. Ich heiße jetzt Frau Kurayame. Gestern das zweite Mal geheiratet. Das ist meine neue Haarfarbe. Ich bin jetzt Seelsorgerin im PD. Und mache das zusammen mit dem Herrn Larsen. Herr Larsen ist Psychologe. Und wenn Sie Probleme haben, können Sie jederzeit zu uns kommen. Wir haben eine Schweigepflicht. Und dazu gibt es dann gleich mehr. So, das reicht erst mal als Update. Und ich rede sehr viel heute. Sie möchte mich schon mal dafür entschuldigen. Kein Problem. Okay. Also. Aber ich hoffe, Sie haben denselben Mann zweimal geheiratet, weil Sie sagten zum zweiten Mal. Ja, ich habe denselben Mann geheiratet. Den für mich besten Mann der Insel. Aber das ist egal jetzt. Ich muss, nämlich, mir ist noch gerade eingefallen, ich muss ganz schön auf die Toilette. Ist das okay für Sie? Na klar. Okay, ich renne. Ich renne. So. Der beste Mann der Insel hat sich daher heiratet. So, ich muss pinkeln. Bin ich vor, wieder da. So, ich bin dann, wie gut. Vielen Dank. 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 So krass, dass dieses Offene, ihr habt gesehen, wie positiv Schreiber das aufgenommen hat. Ich will nicht. Ich will nicht in diese Gespräche jetzt heute schon führen. Ich brenne so ein bisschen dafür, aber auch für die Osteräuer-Suche. Moment. So, warum redet, warum redet, warum redet keiner so mit Ihnen? Warum so drohen und so hilft halt auch nicht. Einfach mal offen und so, das ist ein bisschen Alkoholisch, aber es ist kein Alkohol. Ja? Ja. 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 Ich snack mir gerade was auf Toilette. Ich muss jetzt auch zum nächsten. Ich mach das gerade so auf Toilette. Ja, ich mach das gerade so on the fly halt. Okay. Nee, im VPD. Okay. Okay. Ich hab dann einfach Eier versteckt und Herr Badens hat einfach ein Ei gefunden im Rollkohol-Raum. Ich war vorher nämlich drin vor allen anderen, ich hab's nicht gesehen. Red mich voll auf, deswegen hab ich schon hier alles abgesucht, aber noch nicht alles. Ja. Ist das dein letzter Termin? Ja. Okay. Dann sagst du Bescheid. Ich guck jetzt einmal tatsächlich auf unsere Haus als Location nach. Das muss ich einmal machen. Weil Miller das gerade am Telefon gesagt hat, weil er sucht mit Fincher nämlich auch. Ne? Er sucht mit Fincher zusammen auch Eier. Ne! Barbara und Max, die Schweine haben einfach angefangen. Barbara hat schon ein Ei gefunden und ich bin ein bisschen sauer deswegen, ne? Ein Ei nur? Ja. Und soll ich dir mal was erzählen? Ich komm hier so ins VPD rein, ne? Ja. Professionell und so wie ich ja bin. Ohne Ohren. Und dann seh ich an der Leitstelle, wie einfach einer meiner Lieblings-Fashionister, nämlich der Herr Anwalt mit dem Vokuhila mit Ohren da steht und andere auch mit Ohren. Da hab ich gesagt, ich glaub mein Schwein pfeift oder sowas, keine Ahnung, bin wieder weggerannt und kam mit meinem Oster-Outfit wieder. Und dann hab ich mir nochmal weiße Ohren geholt und dann haben wir uns grad unterhalten und hier trägt kaum eine Ohren. Finde ich ein bisschen tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sache ist aber auch, dass die Dienst-Erweisung der State Police vorschreibt, dass wir das nicht dürfen eigentlich. Ja, das hab ich... Das hab ich auch gehört. Das hast du jetzt nicht gehört, weil... War natürlich nur der Anwalt, der das getragen hat. Äh, waren glaub ich wirklich nur Anwälte, die machen das gestecken halt. Ari. Alles gut. Ich bin der Letzte, der sich dafür klatscht. Ich find's ganz cool, aber... Ich weiß auch, wie die Regeln leider sind. Ja, aber ich bin ja keine Streifenpolizei. Hm? Du bist aber trotzdem Teil der State Police. Ich bin aber im Büro. Ich lass meine Ohren jetzt um. Du bist aber trotzdem Teil der Dienst-Erweisung. Ich... Ich warn dich nur vor, meine Ohrkosan. Ja, aber ich bin ja nur... Ich... So, bis später! Ich weiß nicht, dass du es hast. Alles gut, bis später. Bis später, bis später. Ich hab's nur noch... Ich hab's auch noch... Dann... 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 Nee... Herr Tinuta, ich habe heute keine Ohren aufgehabt, okay? Ich weiß von gar nichts. Gut. Also. So. Scheiße! Moment. Mann. Ähm, ja. Herr Tinuta, Entschuldigung. Wär mich nicht wieder. Ähm, jetzt muss ich erstmal ganz kurz den Faden finden. Also. Moment, ich muss mal ganz kurz den Commissioner anrufen. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen hibbelig. Wir haben ja den Termin. Scheiße, wir haben schon 21.05 Uhr. Ich beeine mich. Verdienst nicht tatsächlich. Okay. Okay, so, da bin ich. Bitte, Nuta, ich ratter jetzt mal das Rechtliche runter. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder noch Rückfragen haben, dann unterbrechen Sie mich einfach, okay? Alles klar, Mori. Also, grundsätzlich gilt für das Gespräch hier die Schweigerechtigkeit. Für mich und Herr Narsen und alle, die in der Psychologie arbeiten. Ähm, alle, jetzt habe ich gerade einen Rückruf. Okay, Sekunde. Entschuldigung. Äh, ja, Herr Weiß? Ja, Sie haben versucht, mich zu erreichen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich stecke gerade in Dingen. Okay, Herr Weiß, ich hatte bis gerade in meinem Büro Hasenöhrchen auf. Sie können mir gerne das Gehalt für heute streichen. Ich habe vernommen, dass das wohl nicht okay ist für die State Police, weil die Anwälte hatten das heute auch gemacht. Und anscheinend, weiß ich jetzt nicht, ob ich Sonderregelungen habe oder nicht, aber ich habe sie jetzt abgenommen. Ja, also Sie sind ja immer noch in einer Behörde. Da sollten Sie natürlich eine gewisse, ähm, ich kann Ihnen kein Gehalt abziehen, wo Sie keins verdienen. Sie sollten natürlich, äh... Ja, aber Sie können mir, also das wird ja am 1. Februar ausgezahlt. Also man kann mir gerne das Gehalt für heute streichen. Das ist okay, habe ich einen Fehler gemacht. Nee, alles gut, ist ja gut, dass Sie da Bescheid sagen. Aber warum haben Sie Hasenohren in einem Gespräch auf? Weil, äh, bei der Psychologie wollten wir uns auch, das hat Herr Larsen ja auch eher so bunte, äh, Jacketts und sowas. Ich habe ja auch das Weiße an, einfach damit das hier ein bisschen positiver ist, wegen den ganzen Themen. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht mit den Hasenohren auch okay. Ich habe das an der Leitstelle bei den, äh, Anwälten gesehen. Die machen das heute geschlossen, da gelten ja andere Regeln. Habe ich ein bisschen verwechselt und, äh, habe die jetzt aber wieder abgenommen. Okay. Weil ich bin ja im Büro. Warum ich nochmal anrufen wollte, ist, äh, sowieso, wie geht es Ihnen denn jetzt so nach der Hochzeit? Wie fanden Sie es? Wollen Sie Feedback haben? Soll ich, gibt es eine, äh, Venture-Umfrage? Kann man irgendwo so eine, so eine, äh, Tour mitmachen? Dann gewinnt man was? Nee, also... Nein. Okay. Also Sie wollen kein Feedback haben? Äh, nein, aber wollen Sie wissen, wo man Öhrchen herkriegt? Wollen Sie für Verweisen? Okay, alles klar. Dann sehr viele Freunde noch, ne? Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Ciao. Entschuldigung, das war, äh, wer weiß? So. Tragen Sie keine Öhrchen im Dienst? Ähm. Das hat, äh, schon eben jemand versucht anzuleiern, das ist nach hinten losgegangen. Also von daher. Okay, gut. Herr Tinuta. Alle Gespräche psychologischer Natur unterliegen der Schweigepflicht. Ich hatte schon gesagt, es gibt hier aber drei Ausnahmen, äh, wenn Sie mich darauf hinweisen, dass Sie eine Straftat begangen haben, äh, begehen werden oder jetzt gerade eine begehen, zum Beispiel, Sie zücken jetzt ein Messer und halten es mir an die Kehle, dann darf ich das auch weiterleiten. Die zweite Ausnahme ist, wenn, ähm, Ihre Diensttauglichkeit in Frage gestellt ist. Nehmen wir mal an, Sie haben ein traumatisches Erlebnis irgendwie erlebt im Dienst und sagen, Frau Koryame, ich kann tatsächlich, ähm, keine Waffe mehr halten, ich zittere. Dann, ähm, würde ich eine Empfehlung rausgeben, dass man sie, äh, für eine Zeit, also nicht eine lange Zeit, aber eine Zeit dienstuntauglich, äh, schreibt. Und, äh, damit wir das Problem hier in Ruhe angehen können. Das wäre die zweite Ausnahme. Und die dritte ist, wenn Sie, ähm, jetzt, äh, möchten, dass Sie mit einem Vorgesetzten reden oder wenn Sie explizit darum bitten, dass die Schweigepflicht einer Person gegenüber aufgehoben wird, dann müssten Sie dazu nämlich uns aber eine kurze Venture-Mail schreiben, damit wir das einmal schriftlich haben. Bei allen Sachen, die ich jetzt vorgetragen habe, ähm, gilt aber, dass wir keine, ähm, Details aus dem Gespräch, zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, hier, das und das ist mir damals passiert und deswegen habe ich das und das getan. Ähm, das werden wir nicht rausgeben, sondern einfach nur, Herr Tenuta ist derzeit dienstuntauglich und wir kümmern uns um das Problem. Und das ist auch nur eine Empfehlung, ob es gemacht wird, ähm, ne, das, äh, obliegt natürlich dann, äh, Ihren Vorgesetzten. Das wären die drei Ausnahmen. Okay. Okay, dann jetzt die erste und wichtigste Frage. Wie geht es Ihnen aktuell? Ähm, wieder besser, würde ich sagen. Okay, die haben mir ja letztens gesagt, dass etwas, dass ich meine Metizen, dass in, äh, Europa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwas passiert ist. Ja, das ist so korrekt, ja. Mehr als, äh, ja. So einiges, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, also wie gesagt, ich fange jetzt mal an, weil, ähm, fühlen Sie sich denn bereit, mit mir darüber zu sprechen, weil, äh, meine Schwester ist halt auch gestorben, ich weiß ja, ihr Bruder ist gestorben und so weiter. Und, äh, deswegen sind Sie da, ist das okay für Sie, wenn wir darüber reden, weil, nicht, dass das bei Ihnen Erinnerungen hochkommt oder so? Alles, alles gut. Äh, Erinnerungen wurden jetzt, ähm, ähm, vor ein paar Tagen bei mir, äh, sag ich mal, hervorgehoben und ich bin, ich konnte damit umgehen. Also es ist wirklich alles okay. Sprechen Sie sich aus, seien Sie ehrlich, lassen Sie alles falsch. Okay. Ähm, dann fange ich mal an. Das war im Dezember, ist, äh, mein Onkel verstorben. Ja. Und, ähm, ja, er war jetzt schon, ich weiß auch nicht, wer der Jüngste ist, ja, ähm, okay. Und kurz darauf im Januar ist eine Cousine von mir verstorben, noch ziemlich jung, mit, ähm, 26 Jahren. Oh. Und dann wollte ich mich wieder fangen und wollte wieder arbeiten gehen und dann kam im Februar die Nachricht, dass meine Schwester einen Herzschildstand hatte. Okay. Und, ähm, ja, einfach umgefallen ist. Und sie war dann länger im Koma. Und, ähm, dann hieß es, ja, es sieht gut aus, dann war es dann doch nicht mehr so gut und dann, ja, die verstorben halt am 26. Februar. 26. Februar. Also erstmal, das tut mir sehr leid, dass, äh, es sind drei Todesfälle, die in sehr kurzem Abstand passiert sind. Und es ist schwer, mit sowas überhaupt umzugehen. Ja, das ist, äh, wenn man das so hört, ist das auch irgendwie eher so unglaublich, weil das ist schon ein ziemlich hartes Stück. Aber, ähm, wie gesagt, der Tod, das ist, ja, ich weiß nicht, ich hab halt verschiedene, ähm, ähm, Phasen durchgegangen, ich war sauer, ich war traurig, ich war fröhlich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, ich glaub, was mich am meisten zu schaffen macht, ist, äh, das ist, was ich bereue. Das ist so, ähm, ja, wohl, also, ähm, es heißt Schwester, also wie gesagt, ich bin ja im Waisenhaus groß geworden und, ähm, sie war im Waisenhaus und, ähm, war halt wie eine Schwester für mich. Und vor ungefähr zehn Jahren hatten wir den Kontakt abgebrochen, weil, äh, ja, wie es so schön ist, äh, Geld kennt keine Freunde. Das war einfach nur schwachsinnig, sag ich mal so. Dann vor 18 haben wir uns vielleicht mal zehn Minuten unterhalten. Und, äh, ja, ich wär trotzdem immer schließlich da gewesen, wenn irgendwas gewesen ist. Und dann kam halt die Nachricht, dass wir zusammengebrochen ist. Und deswegen war ich eher, ähm, ja, sauer. Aber eher auf mich halt. Und, ähm, es ist halt schwer, damit umzugehen, weil man nicht abschließen kann. Mhm. Und, ja, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen erst mal. Verständlich. Ja, und jetzt, äh, versuche ich halt, das Beste draus zu machen und, äh, irgendwie damit umzugehen, sich mit die Arbeit zu stürzen und so weiter. Ist es okay, wenn ich Ihnen ein paar Fragen dazu stelle? Gerne. Sie haben ja selber schon gerade von sich gesagt, dass Sie die, ähm, ja, verschiedenen Stadien der Trauer durchgemacht haben. Es ist im Grunde genommen egal, ob Waisenhaus, äh, ob wenig Kontakt zur Schwester, aus welchen Gründen auch immer, Sie haben natürlich trotzdem das Recht, ähm, traurig zu sein. Also ich hoffe, das hat Ihnen auch nie jemand abgesprochen. Das ist genau das Gleiche, auch wenn man mit der Person länger nichts zu tun hat. Ähm, haben Sie denn jetzt, ähm, nach dem, nach dem Tod Ihrer Schwester, ähm, das mit den, mit den Vorwürfen, ist das gerade, also so hört sich das für mich an, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch stehe. Ist das denn gerade für Sie noch, ähm, aktuell, weil Sie das jetzt gerade im Gespräch, ähm, erwähnt haben? Ähm, ja gut, das ist natürlich klar. Das ist, weil man sich halt nicht aussprechen konnte, das war natürlich im Kopf, aber ich versuche halt, das, ähm, anders zu sehen oder positiver anzugehen. Jetzt, äh, ich mache jetzt nicht Selbstvorwürfe, weil, äh, da gehören zwei Parteien dazu. Ja. Ähm, ich bin im Generellen eigentlich schlecht damit, meine Gefühle mitzuteilen oder, äh, die zu zeigen, ähm, zuzuhören und so irgendwas, das liegt mir dann eh, aber so von sich selber, also meine Gefühle zu offenbaren oder irgendjemandem mitzuteilen, ist für mich halt schwer. Und, ähm, ich weiß nicht, deswegen, ich fresse ja auch viele nicht hinein und so Sachen, aber die Vorwürfe, wie gesagt, klar, die bleiben, aber ich kann's halt, ich weiß auch, ich kann's einfach nicht mehr ändern. Und von daher, ähm, geh ich damit anders um, ich geh, äh, bete abends und rede einfach so mit ihr und rede mir das einfach von der Seele. Das ist eine, eine gute und eine schöne Möglichkeit, damit umzugehen. Wir müssen so ein bisschen daran denken, ähm, sowas hört man natürlich jetzt in unserem Beruf, hier hört man sowas relativ oft. Ähm, wenn man danach geht, dass man jedes Mal daran denken würde, dass eine Person eventuell irgendwann relativ schnell nicht mehr existieren könnte, dann würde man sein ganzes Leben nur noch da, dann würde sich das ganze Leben nur noch da rumdrehen. Ähm, der Tod kommt manchmal unvorhaft, ähm, unschnell. Und, ähm, es gibt immer, das ist eines der ersten Sachen, die man sich da immer denkt, dass man sich Vorwürfe macht, man hätte doch diesen Tast, man hätte mehr Kontakt aufbauen können. Aber wäre der Tod nicht gewesen, hätte man es nicht gemacht. Und man kann es einfach vorher nicht wissen. So ist leider, leider das Leben. Ähm, und sie sagen ja selbst, es gehören zwei dazu, auch absolut kein Vorwurf, äh, ihn oder ihrer Schwester gegenüber. Aber, das ist etwas, was leider immer sehr unfair ist im Leben. Und wo man auch leider nichts tun kann. Aber das, was sie machen, ist eine sehr gute Möglichkeit, damit umzugehen. Und eine sehr gute Möglichkeit, sich im Endeffekt nochmal auszusprechen. Ja, wie gesagt, ich kriege zwar keine Antworten mehr, aber das, äh, mir ist auch nicht wichtig, weil, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Streitereien, das ist alles unwichtig geworden. Das ist halt, man denkt halt anders nach. Ich meine, ich sitze jetzt nicht hier und sage, hätte, wäre, wenn. Das ist, äh, Blödsinn, weil, das, ich kann es nicht wiederholen oder ändern oder sonst irgendwas, sondern, ähm, mir ist im Moment einfach nur wichtig, ja, was ich erfahren habe, hat sie ein gutes Leben geführt und, ähm, ihr ging es gut. Und das ist für mich die Hauptsache, weil alles andere ist, äh, ja, ist nur selbst mit Leid oder kommt von meiner Seite. Aber mir ging es darum, sie hat ein gutes Leben gehabt und das ist halt erstmal das Wichtigste und nicht meine Gefühle, weil, ähm, ja, Trauern tun die Hinterbliebenen und, ähm, ja, ja. Hm. Eine Antwort brauchen sie im Endeffekt ja auch nicht. Das sagen sie ja selbst. Das ist korrekt, ja. Um so ein bisschen aus meiner Erfahrung zu sprechen, einer guten Freundin von mir in Kentucky, Tiffany, ist, äh, sowas Ähnliches tatsächlich im, äh, letzten Jahr passiert. Mit ihr habe ich viel geredet und, ähm, es ändert sich gerade ein bisschen. Hat sich auch sehr große Vorwürfe gemacht, dass sie mit der Person nicht noch genug, also nicht noch mehr Kontakt gehabt hat. Es ändert wirklich ihre Situation gerade. Es ist ein bisschen erschreckend. Ähm, im Endeffekt lebt man sich oft auseinander und das ist dann einfach so. Die hatte sich dann auch erkundigt und, äh, die Person, die ihr sehr nahe stand, hatte tatsächlich auch ein sehr gutes Leben. Und das ist tatsächlich ein Trost, an dem man sich auch aufhängen muss. Und, ähm, ich denke, das tun sie auch, oder? Ähm, ja, klar. Also ich sehe es halt realistisch an, weil, ähm, ja, wie ich eben schon sagte, mir ging es halt darum, dass sie einfach ein gutes Leben hatte und bis sie im, ähm, auch viel zu frühen Tod, ähm, anständig gelebt hat und es ihr gut ging. Und das ist halt für mich die Hauptsache, egal was, äh, war oder sonst irgendwas. Ja. Weil, ähm, hauptsache sie hat das aus ihrem Leben gemacht, wie soll ich es jetzt erklären? Das ist halt, ähm, es gibt ja Leute zum Beispiel, die tun halt dahinvegetieren oder alle anderen sind schuld mit irgendwas. Ich weiß, woran ich schuld bin. Sie wusste wahrscheinlich, woran sie schuld ist. Und, äh, deswegen, ja, also verzeihen und vergeben, das ist, äh, sowieso. Klar, habe ich schon vor langer Zeit. Und, ähm, deswegen, ich habe da jetzt auch keine bösen Gefühle oder sonst irgendwas. Ich war einfach nur wütend, dass sie sich einfach so aus dem Staub gemacht hat. Deswegen war ich sauer. Also, ne, im ersten Moment, weil, ähm, das war halt so das, was mich erstmal fertig gemacht hat. Die Umstände natürlich auch und, ja, aber ich weiß halt, ich kann es nicht ändern. Und ich versuche halt drüber zu reden, soweit es geht oder mit mir selber. Ich führe halt gerne Selbstgespräche zu Hause, warum auch nicht. Und, äh, manchmal lache ich mir auch einfach einen dabei, wenn ich mir dann denke, was sie für ein Gesicht gemacht hätte oder sowas oder was sie für ein Mist gebaut haben früher. Ja, es ist so, also, ne, und, ähm, ich denke mal, das ist halt die beste Art. Ich will das jetzt auch nicht runterschlucken oder verbergen oder es schönreden, sondern, ähm, einfach so nehmen, wie es kommt. Ich bin mir der Erkranklichkeit eher bewusst, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und, ähm, ja, das heißt für mich ein gesünder Leben und das Beste draus machen, was ich machen kann in meiner Zeit hier. Und das ist so mein Ziel im Moment. Aber es ist, wie Sie sagen, man sieht das Leben mit ganz anderen Augen. Probleme, die noch so groß erschienen sind, eigentlich wirklich nicht der Rede, nicht der Rede wert. Ähm, Herr Tinuta, erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Schwester. Ach, was soll ich da erzählen? Sie war verrückt. In einem Wort kann man am besten verrückt beschreiben. Das war so zum Beispiel, wenn wir im Waisenhaus zum Beispiel im Keller Kohlen holen mussten für den Ofen, ähm, gab es diese Wäschemännchen, ich weiß nicht, wie die heißen, so Körbe halt. Und, ähm, wenn wir das holen sollten, er ist ja einfach schon, ist irgendwo spielen gegangen und ich musste die ganze Arbeit machen und ich habe dann nachher noch den Anschiss bekommen, weil, ähm, sie nicht mitgeholfen hat. Und sie kam immer mit so Sachen davon. Ach. Sie hat nur Quatsch im Kopf gehabt, also, ähm, Situation zum Beispiel, wo ich mich daran erinnere, wir haben auf dem Bett Seilspringen gemacht und oben drüber war eine Lampe und, äh, die ist mit dem Seil, ist das Seil hängen geblieben und die Lampe ist runtergefallen. Oh, oh. Und, ähm, ich bin dann schreiend rumgelaufen und habe geweint und, ähm, da kamen sie, haben mich untersucht, was ist denn los, was ist denn los? Ich hatte fünf Minuten gebraucht, um zu sagen, dass sie die Lampe abbekommen hat und nicht ich. Und sie stand einfach da und hat gelacht und sie hatte das Loch im Kopf gehabt. Oh, oh mein Gott. Und ich war der, der, äh, am Rumweinen war. Gut. Wie muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Also, hat das auch wirklich geblutet und sie stand da und hat gelacht? Hat sie das nicht gemerkt oder hat sie das einfach... Doch, hat sie... Ach so. Sie war halt wohl, äh, ja, es ist nicht so, weiß nicht so, was Schmerzen angeht oder sowas. Wie gesagt, ich stand da und habe geweint, weil ich mich erschrocken habe und sie stand danach gelassen. Ja, super. Ich sag ja, sie war ein bisschen crazy drauf. Aber scheint eine lustige Person gewesen zu sein. Oh ja, sie wollte auf jeden Fall. Sie hatte dann ihre erste eigene Wohnung zum Beispiel und, äh, wollte Kaffee kochen, wo ich zu Besuch war. Und sie, sie hatte, sie hatte kein Wasser da gehabt, weil das Wasser nicht funktioniert hatte. Na, hat sie wirklich mit Tequila Kaffee gekocht? Mit Tequila? Ich kann sie niemandem empfehlen, ja. Wie schmeckt das so? Einfach ekelhaft. Also, so wie man es sich vorstellen kann, einfach nur ekelhaft. Also, das, so war sie halt, also, ne. Und, ähm, ja. Wurde halt eigentlich auch von allen gemocht, mit denen sie Kontakt hatte, weil sie immer da einen dummen Spruch auf den Lippen hatte. Sie hat sich auch nie irgendwie gelassen von irgendjemandem. Eine interessante Frau. Haben Sie noch mehr Geschichten für mich? Oh Gott. Ich würde das gerne. Ich habe so unendlich viele Geschichten. Oh Gott. Wir waren, ähm, in einem Restaurant haben wir zusammengearbeitet. Und sie stand an der Theke und war am Bediener. Und, oh Gott. Dann, ähm, ja, die Musik war an, die Leute haben geredet, der Laden war voll. Und sie fängt auf einmal an zu rülpsen. Und in dem Moment war wirklich jeder ruhig und die Musik war aus. Du, oh, oh mein Gott. Auf Juna geredet. Ja, aber sie steht dann da und lacht halt einfach. Das ist so, ne. Ach Gott, die hat einfach nur Scheiße gebaut. Die hat einen Roller fahren, hat sich auf den Roller gesetzt, wollte Roller fahren, zwei Meter gefahren und lag auf einem frisch geschotterten Weg. Komplett überall aufgehabt. Und, ähm, sie war am Lachen. Sie war immer am Lachen. Sie hat nur Scheiße gebaut und war am Lachen. Das ist wirklich schön zu hören. So eine Person sollte es öfter geben. Ja, aber wenn sie wütend wurde, bin ich stiften gegangen. Okay, das ist interessant. Hat sie sie denn auch mal verteidigt oder haben sie sie mal verteidigt? Ständig. Das ist so ein richtiges Geschwisterding einfach. Ja, da haben wir, na klar, wir haben uns immer geneckt und alles. Das ist ja klar, aber wenn es hart auf hart kommt, dann wollen wir mal für einen Bruder. Wissen Sie, Herr Tenuta, es gibt eine Sache, so ein bisschen, so ein kleiner Leitspruch, nachdem ich lebe. Vor allem nachdem das mit meinem Bruder passiert ist, das habe ich auch meiner Freundin in Kentucky tatsächlich empfohlen. Ich finde das sehr wichtig. Dazu muss man auch nicht gläubig sein, dass es einfach einen Satz für mich unfassbar wichtig wird. Eine Person ist tatsächlich erst dann tot, wenn man nicht mehr über sie redet oder sie vergisst. Indem man einfach zu seinen eigenen Lebzeiten noch ganz vielen Leuten von der Person erzählt. Und immer mal wieder in ein Gespräch einbringen, lebt die Person noch. Für mich ist das, das ist so ein bisschen ein Neitspruch, für mich ist die Person dann nicht tot. Sie ist nur woanders. Und dann habe ich aber auch noch, wenn Sie wollen, so eine richtig dunkle Herangehensweise. Wollen Sie die hören? Na klar, bin ich gespannt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein bisschen daran zurückdenke, in welcher Welt wir leben, dass eigentlich, obwohl ich nicht gläubig bin, das hier die Hölle ist. Und eine Art Vorbereitung. Ich finde eigentlich, das hier ist eine Art Hölle. Und da, wo wir irgendwann mal hingehen, sei es religiös oder unreligiös, da ist es dann schön. Deswegen vermeide ich oft zu sagen, ist gestorben, sondern für mich selber sage ich einfach, ist schon mal vorgegangen. Weil im Endeffekt gehen wir alle nach. Irgendwann. Es ist nur traurig, wenn die Person dann schon mal vorgegangen ist und man erstmal keinen Kontakt mehr haben kann. Ja. Sie sind sehr dunkle Herangehensweise, ich weiß. Nee, sie ist noch nicht mal sehr dunkel, aber im Endeffekt glauben sie ja dann doch an etwas. Wenn sie glauben, dass das hier die Hölle ist, ist das schon was, woran wir glauben. Das schon, aber ich glaube eher an das Jenseits, das ist so mein Ding. Ja gut, jeder hat so seine eigene Vorstellung. Und ich bin zum Beispiel, ich bin römisch-katholisch erzogen worden. Ich glaube nicht an die Kirche, aber ich glaube zum Beispiel an Gott. Das ist so mein Ding, jeder hat so sein eigenes Ding. Und ich sehe es einfach im Moment so, dass sie im Moment eine Bereicherung im Himmel ist und auf mich aufpasst. Das ist so das, was ich denke. Ja. Also ich hoffe es zumindest. Das wird sicherlich so sein. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wie gesagt, auch wenn ich eine ganz andere Herangehensweise habe, bin ich mir sicher, dass das zutrifft. Weil manchmal passieren einem so kleine Dinge im Leben, wirklich ganz, ganz kleine Dinge, wo jeder drüber hinwegsehen würde, die man sich so ein bisschen nicht erklären kann. Und sich denkt, oh, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Ich stelle mir einfach immer vor, zum Beispiel bei mir, dass dann mein Bruder so ein bisschen die Finger im Spiel hatte. Ja, das brauchen wir auch nicht, klar. Genau. Es ist wichtig, sich an solche Gedanken zu klammern. Ob es so ist oder nicht, werden wir zu Lebzeiten nicht erfahren. Aber es hilft wirklich sehr. Ja, ach Gott, es gibt so viele Situationen beim Kochen oder sonst irgendwas, wo ich darüber nachdenke. Oder allein beim Frühstück. Die war so verrückt und hatte Nutella mit Senf gegessen. Was? Ja. Ja. Und danach eine Scheibe Salami, weil nach was düsen braucht man irgendwie Wurst. Okay, das ist sehr rudimentär. Aber im Grunde genommen, wenn man nicht wirklich stark daran denkt, was man genau isst, ist es eigentlich sogar gar nicht mal so dumm. Ja, oder sie rief nachts um zwei Uhr an und fragte, hast du Butter, hast du Ei? Dann hat sie sich Spaghetti, Ei und Schinken gemacht oder so. Nacht um zwei, einfach mal so. Ja gut, das, also verurteilen sie sowas nicht. Das habe ich nämlich vielleicht auch schon mal gemacht. Nee, aber das sind so Sachen, wo ich halt dran denke, wenn ich nachts um zwei Uhr Hunger habe. Ja, sie hat es halt einfach dann gemacht. Sie ist nicht einfach hungrig ins Bett gegangen oder hat sich gedacht, ich mache jetzt hier, was weiß ich, drei Gänge Menü. Sondern sie hat es einfach getan. Finde ich sehr gut. Ach Gott, ich sage, es gibt einfach so viele Sachen. Zum Beispiel, wo sie klein war, sie war einfach, wie sagt man das am besten, ohne jetzt fies zu klingen. Sehr unordentlich, nennen wir es mal so. Chaotisch. Ist immer ein schönes Wort, finde ich. Nee, das war wirklich, das war mir wie chaotisch, glauben sie mir. Okay. Also sehr, sehr chaotisch. Und je älter sie wurde, desto penibler wurde sie. Nachher konnte man bei ihr vom Boden essen. Oh. Das hat mich auch sehr gewundert, ja. Okay. Sie hat mir früher immer Geld gekriegt. Sie hat mir immer gesagt, wenn du alles, was dein Geld auf dem Boden findet, das kriegst du, wenn du aufräumst. Und ich hatte einmal sogar einen Umschlag mit ihrem kompletten Gehalt gefunden. Was? Ja, ja, sie war da so ein bisschen verpeilt auch, was das eigentlich. Ich glaube, ich hatte mich richtig gut mit ihr verstanden, wenn ich jetzt so mal nachdenke. Ich sage ja, sie war, jeder kam eigentlich ganz gut mit. Sie war halt so ein Mix aus lustig, verpeilt und, ja. Ich sage ja, ach Gott, Gott, nee, das ist mir jetzt, das kann ich nicht erzählen. Also können Sie schon, wir, also ich habe eine Schweigepflicht. Wenn Sie. Okay, also sie hat ja einen Sohn. Und als sie auf die Welt kam, war ich mit im Krankenhaus. Und da war eine Krankenschwester, die ist ihr richtig auf den Sack gegangen die ganze Zeit. Und die lief die ganze Zeit rum mit, essen Sie Leber, essen Sie Leber. Sie hatte irgendwann so die Schnauze davon voll. Sie hat so mit dem Bein ausgeholt, dann ist ihr Schlüpper auf dem Schrank. Dann hat sie noch den Arzt angeschrien und fünf Minuten später hat sie das Kind bekommen. Ne, was? Ja, die ist, ich sage ja, was das angeht, war die einfach nur bescheuert. Okay, das ist, das ist krass. Da ist mir gedacht, der Block geht aus seinem Gefallen. Das ist, das ist krass. Es scheint eine richtige Powerfrau gewesen zu sein. Denn Sie haben ja gesagt, dass es, wenn man ihr aber doof bekommen ist, dass sie da auch ganz anders konnte. Ich bewundere solche Personen tatsächlich. Weil das tatsächlich Personen sind, die extrem für sich selbst einstehen. Ob man immer recht ist in dem Moment oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Man steht in dem Moment für sich selbst ein. Das ist eine Eigenschaft, die würde ich sehr vielen anderen Menschen auch wünschen. Aber muss man natürlich darauf können, ne? Ja, aber auch in Maßen, nicht in Massen. Das sowieso. Also aus meiner Erfahrung her, muss man darauf können. Sowas kann natürlich auch Menschen verletzen, auch wenn die andere Person das gar nicht möchte. Es ist so ein bisschen, also die Frau scheint mir sehr viel Feuer in sich gehabt zu haben. Ja, es war wohl das italienische Blut oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Sie war da sehr, ja, sehr offen und ehrlich auch. Von Lügen hat sie eigentlich weniger was gehalten. Hat sie das schnell gemerkt? Was denn? Sie hat nicht gelogen. Wenn sie gelogen wurde? Sie hat direkt geweiht gesagt. Es kommt auf die Person drauf an, wie sehr sie sie gemocht hat. Sie hat es wahrscheinlich dann einfach übersehen oder sowas. Gemerkt wahrscheinlich schon. Jetzt ist das im Februar passiert und Sie sind jetzt wieder im Dienst. Klappt das denn für Sie alles? Bis jetzt schon, ja. Wie lange sind Sie schon wieder im Dienst? Entschuldigung? Ende Februar, glaube ich. Ich wurde ja gekündigt, weil ich halt Fehlzeiten hatte durch den ganzen Scheiß. Und da habe ich dann mit dem Chief Hill und Commissioner Weiss drüber gesprochen und der hat mich dann wieder eingestellt. Ich bin jetzt im Moment in La Mesa stationiert, um eine Aufrichtung zu haben. Und die haben gemerkt, ich kann das trotzdem alles noch und es soll jetzt demnächst wieder versetzt werden. Und ja, mal schauen. Also bis jetzt läuft das ganz normal. Okay. Dienst ist Dienst und Privat ist halt Privat und das kriege ich ganz gut unter den Hut, würde ich sagen. Sie lassen Ihr Privatleben auch gerade nicht außer Acht. Es ist nicht so, dass Sie sich nur in den Dienst stürzen, sondern das ist alles noch gesund, was Sie tun? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht übertriebene Arbeitszeiten, sondern ich bin mal vier Stunden da, mal fünf Stunden. Habe auch zu Hause, muss ich sagen, meine bessere Hälfte unterstützt mich da ganz gut und renkt mich auch ab. Mit dir kann man auch darüber reden und so weiter. Also es ist schon wichtig, weil wenn ich jetzt ganz alleine wäre, weiß ich nicht, wie es dann wäre, ehrlich gesagt. Alleine mit den Gedanken zu sein ist immer sehr gefährlich. Ja, und wie gesagt, ich bin halt auch nicht gut, was das Gefühl angeht und ich will dann auch nicht anderen Leuten auf den Sack gehen. Also auch wenn es nicht so ist, sondern man kommt einem so vor und deswegen ist das schon ganz gut. Das ist aber eigentlich ganz wichtig mit dem, was ich gerade auch gesagt hatte, dass Sie mit so vielen Leuten wie möglich reden. Sollte irgendjemand Ihnen das Gefühl geben, dass Sie der Person auf den Sack gehen, was ich mir nicht vorstellen kann, und da muss man schon eine sehr böse Person sein, dann entfernen Sie sich ein bisschen von der Person. Das muss ich ganz ehrlich sein, weil das ist mehr als verständlich und ich finde es sehr wichtig, dass Sie so vielen Leuten wie möglich von Ihrer Schwester erzählen. Also ich habe jetzt auch nicht so viele Freunde, sondern eher einen ausgewählten Freundeskreis, sage ich mal, weil ich halt nichts von, ja, alles andere sind für mich eher Bekannte. Und Freunde sind für mich, man stärkt sich halt den Rücken, man ist füreinander da und dafür muss ich aber auch viel von mir preisgeben und deswegen habe ich nicht so viele Freunde, sondern habe eher Bekannte. Verstehe. Eigentlich auch eine gesunde Art daran, eine gesunde Herangehensweise. Bei mir ist es nicht anders. Ich nenne es immer Bubble, eine ganz kleine Bubble und der Rest sind Bekannte. Aber zum Beispiel würde ich auch Bekannten von meinem Bruder erzählen, ohne viel von mir selbst preiszugeben, einfach weil ich weiß, dass eine weitere Person weiß, wer er war oder wer er ist. Ich mag dieses Wort war tatsächlich nicht, aber das mache ich nur privat, wer mein Bruder war. Und für mich ist es halt wieder dieses, ich möchte es einfach verbreiten. Es gibt, ich will behaupten, dass mein jetziger Mann sehr viel von meinem Bruder weiß, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Und ich finde diesen Gedanken tatsächlich sehr schön. Ja, das ist auch wichtig, na klar. Ich erinnere mich halt noch, ich erinnere mich noch sehr gut an den Fall, wo ich noch in der Staatsanwaltschaft war. Ich habe viele Akten noch im Kopf und was mir halt einfach leid tut, ist, dass wir da nicht weiterkamen. Das regt mich bis heute noch auf, ehrlich gesagt. Ja, ich dachte auch, da wird vielleicht nochmal was gemacht, aber leider kam es nicht dazu. Ich kann Akteneinsicht fordern, vielleicht mache ich das irgendwann mal, Herr Tenuta. Oder jetzt muss ich hier sitzen, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber im Grunde genommen, diese Wut ist irgendwie noch vorhanden, aber nicht mehr so stark wie damals, weil andere Dinge einfach in den Vordergrund gerückt sind. Wissen Sie, bei meiner Heirat jetzt, das war vor zwei Tagen, da gab es ein Wandgemälde. Und da wurde dann mein Bruder auch mitgezeichnet, der war als kleines schwarz-weißes Bild in der Mitte von einem Kirschblütenbaum. Und das war mir sehr wichtig und ich habe mich extrem gefreut, weil ich mir immer gedacht habe, auch wenn man dieses Gesicht nur einmal sieht, wenn man eine fremde Person ist, er ist ja auch eine fremde Person für viele, auch wenn man das Gesicht nur einmal sieht, sie haben es gesehen. Das habe ich einmal gemacht an einem seiner Todestage, da habe ich drei Briefe geschrieben. Ich habe drei Briefe geschrieben, in denen ich ein bisschen von meinem Bruder beschrieben habe und erzählt habe, was hier passiert ist und dass er nie mehr bei uns ist. Das ist ja schon vorgegangen. Und irgendwann, erst mal tat das gut, die Sachen aufzuschreiben. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, irgendwann mal, wenn Sie eine ruhige Minute haben und vielleicht dann doch wieder traurig werden, einfach mal aufschreiben. Und diese Briefe habe ich dann oben am Kannibalen-Dorf hingelegt. Und irgendwann war ich bei deinem Team und eine Person hat mir diesen Brief in die Hand gedrückt und gesagt, ich weiß jetzt, wer Ihr Bruder war. Und ich fand das sehr schön, dieses darüber reden und wie Sie mir gerade erzählt haben. Ich fand das sehr schön. Und ohne Ihre Schwester gekannt zu haben, ein bisschen kenne ich Sie jetzt, ein kleines bisschen. Ja, das Ding ist halt, man kann halt immer nur Leute kennen, aber wenn man halt damit mit denen aufwächst, das ist halt ein ganz anderes Verhältnis, das ist klar. Und was Ihr Bruder betrifft, Pop war, glaube ich, der Name, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ich habe das alles noch bildlich vor Augen, wie wir da in der Garage und alles waren und so weiter und so fort. Und was Sie mir da erzählt haben, denke ich mal, dass er Sie auch in dem Moment beschützt hat. Und das ist ja hoffentlich auch ein kleiner Trost für Sie irgendwie. Ja, hat er. Und wie gesagt, deswegen tut es mir umso mehr leid, dass ich nicht mehr machen konnte damals. Sie haben wirklich viel gemacht, ohne es zu wissen, Herr Tinuta. Sie haben richtig, richtig viel gemacht. Sie haben das gemacht, was ich gerade versuche zu machen. Fällt mir gar nicht so gut wie Sie. Ich habe meine eigene Art und Weise. Ich versuche das immer ein bisschen lockerer anzugehen und dass die Leute einfach erzählen über die Person. Aber sie haben mir damals wirklich sehr geholfen, weil sie sehr empathisch waren. Ja, wenn ich helfen konnte, freut mich das. Aber wie gesagt, das ist halt so ein persönliches Ding. Ich konnte das einfach nicht abschließen und das nagt auch so ein bisschen an mir. Die Staatsanwaltschaft ist eine Etage nach oben. Also, nee. Ja, bin ich leider nicht. Aber wie gesagt, das Ding ist, im Endeffekt, ich sage mal so, so wie Sie Ihren Bruder damals beschrieben haben, wenn er denn da ist, wird er schon selber für Gerechtigkeit sorgen oder hat schon für Gerechtigkeit gesorgt. Und wenn er bei der Hochzeit dabei war, das ist auch schon mal gut. Wenn es ein schöner Tag war und alles super gelaufen ist, dann haben sie das sehr wahrscheinlich auch beim Segen bekommen. Also, es war alles super. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Herr Tinota? Ja. Sie sitzen hier bei mir auf der Couch. Was ist das hier gerade? Entschuldigung, ich kann da nichts für. Das ist mein Naturell, ich kann nichts dafür. Das ist die Empathie halt. Das kommt einer immer so ein bisschen in die Quere. Ja, ich finde das aber nicht, ich finde das nicht hinderlich, ehrlich gesagt, sondern hier im Beruf, im PD, finde ich das sogar vorteilhaft. Weil viele Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe oder die andere anschreien, die reden mit mir zum Beispiel ganz normal oder ich kriege ein bisschen mehr aus den Leuten raus und so weiter wegen meiner Art. Weil, nehmen wir zum Beispiel mal den Kommissioner, er hat so seine rauhe Art und ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was er macht, nur weil er Kommissioner ist. Ja, und das habe ich das letzte Mal auch gesagt und ich werde auch weiterhin meine Meinung sagen, weil ich sehe es zum Beispiel nicht ein, Leute zu verärgern, die ich nicht verärgern muss oder das Gesetz zu denen ist zum Beispiel nicht meine Art. Und wenn man mit den Leuten ganz normal redet, tun die auch kooperieren und sind auch zugänglicher und das sollten vielleicht manche sich aneignen, anstatt Leute anzuschreien oder es kommt darauf an, wie man halt mit den Leuten redet. Also, ich kriege ja Sachen mit, da streube ich mir einfach die Haare manchmal. Kann ich verstehen, ja. Also, ganz ehrlich, wenn ich angehalten werde, will ich nicht angeschrien werden, sondern ich will vernünftig, dass eine vernünftig in mir redet und ich behandle die Leute so, wie ich behandelt werden möchte, sagen wir es einfach mal so. Und, ob das jetzt empathisch ist oder nicht, das ist einfach meine Art und, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern in meinem Leben. Das ist auch gut so. Das ist interessant, weil ich habe tatsächlich bei mir Empathie als Stärkung und Schwäche in meinen Vorstellungsgesprächen genannt. Das, was Sie da gerade beschreiben, ist ein schleichendes Problem in der State Police, hat sich, glaube ich, aber hier und da gebessert. Herr Tinuta, tun Sie mir nur einen Gefallen, wenn Sie sowas noch einmal mitbekommen, dann, wir können das ja auch alles anonym machen und so, dann melden Sie es bitte, weil das müssen wir wirklich loswerden. Ich wollte gerade sagen, oh, dadurch, dass Sie so empathisch sind, ist es fast schon schade, dass Sie in der State Police sind, aber so, wie Sie das jetzt beschrieben haben, ist es eigentlich genau richtig, dass Sie hier sind und einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied machen kann, aber ich versuche mein Bestes und, wie gesagt, ich bin halt, ich versuche in die Rechtsverteilung hier zu kommen. Ob das jetzt funktioniert, ist eine andere Sache, das zieht sich jetzt auch schon ein bisschen hin, aber das soll jetzt gar nicht mal so schlecht aussehen, so wie ich jetzt gehört habe und so weiter. Und, ja, das Ding ist, wie soll ich das erklären, die werden schon so rangezogen, die Rekruten und das finde ich halt falsch. Das ist so das generelle, das Ausbildungsproblem, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil es wird gesagt von den Rekruten, so, jetzt machst du 10, 26, red mal härter mit denen, wir sind nicht auf Kuschelkurs, so, was macht der Rekrute? Natürlich tut er dann sich profilieren und versuchen, so weiterzukommen und das finde ich halt einfach falsch. Weil jeder Mensch ist individuell, egal, was du für einen Ausbildungsplan hast, jeder ist halt individuell und das sollte hier bei der State Police auch mal durchgesetzt werden. Und nur weil jetzt zum Beispiel einer als weich bezeichnet wird oder einer als hart, das finde ich einfach falsch, ich passe mich der Situation an. Ja, ich weise jemand freundlich drauf hin, hört er nicht, wird ein Gang höher geschaltet, um gut ist oder so. Und das kann man ja auch so machen. Aber es wird teilweise verlangt, dass sie direkt auf Angriff sind oder zum Beispiel der Vorfall am Genki, der Kommissioner sagte, hat uns da hinzugerufen, hat die Einsatzleitung bekommen, wir sollen die Leute da rausholen, sollen die einen Handschellen legen. So, was ist die Begründung? Die Begründung war, er wurde beleidigt und bedroht. So, die Aussage war nur von ihm und sie waren zu dritt und haben es abgestritten. Trotzdem ist natürlich der Kommissioner, da wird also die Handschellen angelegt, dann wurden die Drausen hingesetzt und dann wurde erstmal verweigert gegessen. Und ich habe verweigert zu essen und zu trinken, weil das sehe ich nicht ein. Weil das macht man nicht, das ist Provokation. Das kann der Kommissioner gerne machen, aber das ist nicht meine Aufgabe, mir Feinde zu machen, sondern ich bin hier, um für das Gesetz zu arbeiten. Und das hat auch einer von den Bikern gemerkt und hat auch ganz normal mit mir geredet. Und das sind alles so Sachen, wo ich dann sage, okay, die Leute kriegen das vorgelebt. Ich bin zum Glück in einem Alter, wo ich mir das nicht mehr abschaue, sage ich jetzt mal so. Ob ich damit jetzt weiterkomme, nicht weiterkomme oder sonst ist mir eigentlich relativ, mein Rang ist mir relativ egal. Wichtig ist mir, dass ich meine Arbeit machen kann, ich bin für die Leute da, für das Gesetz da. Ich bin weder die Privatarmee von dem Kommissioner noch sonst von irgendjemandem. Und wenn das andere von mir verlangt, werde ich das auch verweigern. Und es werden Fehler gemacht und es ist klar, jeder Mensch macht Fehler. Aber ich sage mal, naja, wenn jetzt jeder Sachen machen würde, die man bekommt, hätten wir kein Office mehr im Dienst. Das ist so, aber es gibt diesen großen Unterschied zwischen Ihnen jetzt zum Beispiel und einem Rekruten, der diese 1026 etwas härter. Also ich denke mal tatsächlich, ich denke, es ist um zu schauen, wie der Rekrut mit der Sache umgeht. Denn was Sie können, auch aufgrund Ihrer Erfahrung und ich würde auch sagen, aufgrund Ihres Alters ist, das, was Sie sagen, Sie können die Situation einschätzen, Sie passen sich der Person an. Ein Rekrut hört jetzt, dass er härter vorgehen soll. Natürlich hat er nur das, also er hört nur das und er wird auch nur das tun. Er wird hart sein. Er wird sich nicht auf die Person einlassen. Wenn man einem Rekrut jetzt sagt, seien Sie mal ein bisschen netter zur Person, wird er übervorsichtig sein. Einfach, weil er die Situation noch gar nicht einschätzen kann. Deswegen finde ich das persönlich, muss ich sagen, sehr schwierig, das sozusagen. Ich finde auch, man sollte den Rekruten beibringen, das abzuschätzen und sich auch der Person anzupassen. Aber, wo es aber ist, die Rekruten können es nicht. Die können das noch nicht. Und da kann ich Ihnen auch gar nicht sagen, wie man dieses Problem löst. Wir hatten mal einen Einsatz am Unicorn und ich bin jemand, ich bin auch immer sehr nett zu den Leuten, vorsichtig mit den Leuten. Ich hatte erst vor kurzem eine Tatverdächtige in der Zelle, mit der wurde wenig geredet. Sie war auch dann so ein bisschen aufmüffig auf den Commissioner gegenüber. Und ich habe mit ihr in den Zellen ganz ruhig geredet und sie war eigentlich korrekt zu mir. Ich konnte ganz offen und ehrlich mit ihr reden. Ich hatte auch zu keiner Zeit irgendwie Angst, dass sie mir was tun würde. Kann man natürlich nie hundertprozentig ausschließen. Aber ich habe einfach auf Augenhöhe mit ihr geredet. Das macht Herr Kowalski zum Beispiel. Herr Kowalski ist immer noch in der State Police, obwohl er so ist, wie er, äh, war in der State Police. Entschuldigung, freiwillig gegangen. Aber er wurde jetzt auch nicht deswegen gekündigt oder sowas. Weil jeder seinen eigenen Stil hat. Bei dem Einsatz am Unicorn waren alle viel zu weich. Uns wurde komplett auf der Nase rumgetan. Und irgendwann meinte der Commissioner, kann jetzt bitte jemand was machen? Wird auch sehr laut. Und dann habe ich was gemacht. Und dann war ich, ähm, so wie Sie es gerade sagen, sehr hart. Und nur so hat es funktioniert. Aber, weil ich die Situation einschätzen konnte. Deswegen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man das lösen kann. Aber wenn Sie so etwas beobachten, ob von Ausbildern oder von Rekruten, die Ihnen das erzählen, dann reden Sie mit Herr Gauthier darüber, weil das sehr wichtig ist. Weil, wenn man das schon beigebracht bekommt, dann kann man das irgendwann selber einfach nicht mehr einschätzen, wenn man denkt, die andere Seite wäre falsch. Ja, aber das Problem, was ich zum Beispiel teilweise hier habe, ist, für mich ist jeder Mensch gleich. Ja, das war schon immer so und es wird auch immer so sein, weil wir kommen auf die gleiche Weise und wir gehen alle auf die gleiche Weise. Und wenn man jetzt zum Beispiel Rekruten ist, man kriegt eine Ausbildung klar, man tut halt nachschauen, okay, habe ich jetzt das richtig gemacht, man ist nervös, das ist alles verständlich, ja. Aber das Problem ist, wenn Sie dann O1 werden, O2 und das dann immer weiterführen und keiner tut das irgendwie berichtigen, das ist, glaube ich, das Problem. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass der, dass Foley und, wie heißt er, das kann ich gar nicht auf den Namen, Bokum, sich jetzt darum kümmern, sich die Officer anschauen, was ich ganz gut finde. Ich denke, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, das Ding ist halt, ja, wir leben jetzt auch nicht gerade ungefährlich, das ist klar, aber man muss halt auch Situationen, wie Sie schon sagten, einschätzen können, ja. Bin ich jetzt weich zu der Person, bin ich jetzt ein bisschen straffer zu der Person. Na klar, wenn ich weiß, die Person hat auf Polizisten geschossen und verfolgt die und geht denen auf den Sack, ja, dann bin ich auch nicht mehr gerade so freundlich, klar. Das heißt aber nicht, dass das jetzt alle von dem ganzen Club zum Beispiel sind oder so irgendwas, weil jeder ist ja individuell. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Das wird teilweise halt alles über den Kamm geschert und das schirrt auch das Feuer teilweise. Und ja, ich finde es halt teilweise einfach nicht gut. Ich mache meinen Dienst nach Vorschrift, nach dem Gesetz und so halte ich das auch ganz einfach. Ich bin da ganz bei Ihnen. Aber wegen den Gesprächen, die ich hier geführt habe und die ganzen Meinungen, die ich mir angehört habe und auch die ganzen Geschichten von den Leuten, weiß ich einfach, dass dieses Grundproblem ist, dass auch da, wir können auch hier das Wort individuell benutzen, denn auch jede Erfahrung eines Officers, wir sind ja alle nur Menschen, ist individuell. Nehmen wir mal an, einer von diesen, ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, Herr Tenuta, einer von diesem Club hätte jetzt meinen Mann sehr starken Schaden zugefügt. Ich glaube, ich könnte mit den Leuten auch nicht mehr, ich bin aber Gott sei Dank auch nicht im Streifendienst, aber ich könnte mit den Leuten auch erstmal nicht nett reden. Ich würde mauern, ich würde jetzt nicht denjenigen irgendwie zu Boden reißen und verprügeln oder sonst was, aber ich würde mauern und das auf eine sehr, sehr strenge Ebene halten, bin ich ganz ehrlich, obwohl ich so empathisch bin. Einfach wegen meiner eigenen Emotionen und meinen eigenen Erfahrungen. Das heißt aber nicht, dass man es zu den Leuten dann scheißen muss. Das ist halt der große Unterschied. Und ich glaube, das ist so eine, wie sagt man, dünne Linie, so ein schmaler Grat einfach zwischen, man schützt sich so ein bisschen selber, man mauert und man behandelt die Person aber trotzdem noch fair. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Jemanden trennen noch, fair behandeln. Aber ich würde es auch nicht mit denjenigen Smalltalk halten, bin ich ganz ehrlich. Aber das wissen halt Rekruten nicht. Man muss ja keine Freundin sein oder werden, das ist klar. Und er erinnert sich noch an den Bankvorfall. Da wird mir ja in den Hals geschossen. Ich war ja da trotzdem knapp, mir ging es ja auch nicht so gut. Und die ganze Zeit habe ich mir überlegt, warum. Aber ich denke mal nicht, dass er jetzt, er hat ja nicht persönlich auf mich geschossen, sondern er hat so sein Ding gemacht und wollte vielleicht einfach nur weg oder keine Ahnung was. Und ich bin, wie soll ich sagen, klar war ich erst mal sauer, aber ich hätte die Person jetzt trotzdem nicht anders behandelt, sondern ich hätte vielleicht versucht zu erfragen, warum hast du geschossen? Oder warum ist das so gekommen? So ein bisschen so den Hintergrund zu erfahren. Und ja, jeder hat halt so auch seine eigene Linie. Das ist auch ganz gut so, weil wir sind alles eigenständige Menschen. Und ich finde es halt ganz gut, wenn man sich nicht jedem anpasst, sondern sein eigenes Ding, seine eigene Linie findet. Ein Rekrut muss seine Linie noch finden, das ist vollkommen klar. Ja, nur da muss man ihm auch die Chance dazu geben. Ich wollte gerade sagen, das muss man ihm dann auch ermöglichen. Genau. Und das, wenn ich mit Rekruten rausfahre, ich frage, wo sie Schwächen haben. Ich versuche denen zu helfen, ich versuche, ja, die Schwächen aufzuarbeiten. Viele, die mit mir fahren, die sehen, dass ich das anders mache wie andere Kollegen. Viele sind auch, wenn ich zugekommen habe, haben gesagt, ja, so finde ich das viel besser. Und sie kommen viel besser klar mit den Verdächtigen und so weiter. Und das ist für mich schon Lob genug, das reicht mir dann schon. Solange ich denen eine andere Seite zeigen kann, ein bisschen was mit auf den Weg geben, finde ich halt ganz gut. Und deswegen finde ich auch wichtig, wenn Rekruten mit verschiedenen Officern fahren und nicht nur mit einer Person oder nur mit ihren Ausbildern, sondern dass sie andere Sachen sehen, wie man es machen kann. Ja, und dann kann man sich entscheiden, okay, das ist mein Weg oder das ist nicht mein Weg. Was ist tatsächlich was Gutes, was Sie ansprechen? Dass man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, mit einem sehr strengen Officer rausfährt und dann mal die Seite kennenlernt und halt mit jemandem wie Sie halt. Und dann, also das ist, glaube ich, auch das, was man machen sollte. Vielleicht ist das auch das Rest des Lösungs, dass man da ein bisschen variiert, dass man beide Seiten einfach mal sieht. Sie wollen in die Rechtsabteilung, haben Sie gesagt? Ja, das war eigentlich seit Dezember, obwohl dann alles drunter und drüber kam. Ist das also auch immer noch Ihr Wunsch? Ja, ich habe heute mit Hopkins nochmal drüber gesprochen. Er hat mich halt informiert, dass ich jetzt erstmal wieder nach Davis soll. Dann wird sich da eine Zeit lang angeguckt, wie ich dann da performe und dann eventuell, dass es dann weitergeht. Und ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das jetzt so mein Ding ist. Ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, wo ich im Moment hier hin will. Ja, also, weil Sie gerade so von der Ausbildung geredet haben, habe ich das gerade so ein bisschen, ich dachte, ich hätte da was vernommen. Aber wenn Sie gerade selber noch nicht wissen, aber halten Sie es mal im Hinterkopf. Wir werden ja natürlich eine Bereicherung. Nein, Ausbilder ist gar nicht meins. Nein? Nein, nein, nein. Ich kann den Leuten so gerne was zeigen oder sagen, aber wenn ich jetzt komplett alles nach Vorschrift machen müsste, dann wäre das wieder mechanisch und das wäre wieder nicht mein Ding und deswegen wäre das nicht. Ja, doch, das ist verständlich. Da kenne ich mich natürlich leider nicht so aus, wie das mit der Ausbildung genau ist, aber ja, das wären dann ja nicht Sie. Eben, deswegen wird das schon mal wegfallen. Ich bin dann eher so der Typ, ich vergabe mich gerne in Akten oder ja, das ist halt so, glaube ich, so ein Ding von der Staatsanwaltschaft, die ich nachvollziehen habe. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber ein bisschen Spaß macht. Ja, Sie müssen das so sehen, das ist wie ein Puzzle. Das ist wie Detektivspielen als Kind. Ah. Weil Sie dürfen nicht die Akte sehen, sondern den Inhalt und jeder Fall ist verschieden. Auch wenn er jetzt zehnmal Schussrunde steht, heißt das nicht, dass es gleich ausgeführt wurde. Also ich war eine Frau von Staatsanwälten, ich bin zum Tatsort gefahren, ich habe mir den Tatsort angeschaut, ich habe den Tatsort rekonstruiert und so weiter und dann mir ein faires Bild zu machen. Und wir hatten damals zum Beispiel Staatsanwälte, die wollten unbedingt gut dastehen, haben aus dem Totschlag, der wahrscheinlich verhandelt wird, also wo man das Urteil bekommen hätte, haben sie dann versucht, einen Mord draus zu machen, um besser dazustehen. Und da wurde dann freigesprochen, was ich total schwachsinnig finde. Bitte? Okay. Ja, es ist wirklich so. Weil Hauptsache, ja, guck mal hier, Mordmerkmal hier, das ist doch gegeben und so. Und der Richter sagte, äh, nö. Ja, und das sind so Sachen. Also ganz ehrlich, ich bin ja lieber auf die sichere Seite. Oder besser gesagt auf die faire Seite. Weil man muss ja Be- und Entlasten ermitteln und das haben viele nicht gemacht. Wir haben nur Namen gelesen, dann war schon wieder klar, dass, okay, das war so. Ja, dann. Und das fand ich halt schwierig. Dann hast du deinen Beruf verfehlt. Ich war ein Staatsanwalt, aber auch wirklich an einer völlig falschen Stelle. Dann, ähm, das ist schwierig, was Sie da gerade beschreiben. Ja, so war es halt. Ich sag's halt, also, wie gesagt, ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Ich sag das, was ich denke. Und, äh, viele kommen damit auch nicht klar. Und ich, das war auch irgendwann, war das wie so ein Kindergarten und so weiter und so fort. Und das ist nicht meins. Also, ich meine, wenn sich jemand, wenn jemand Liebe findet, ist das ganz toll für denjenigen. Aber ich muss da nicht unbedingt teilhaben, jetzt unbedingt die ganze Zeit. Mhm. Und so weiter. Und dann tut er, irgendwann wird sich getrennt. Dann ist der der Arsch und der der Arsch. Und du musst trotzdem noch zusammenarbeiten und so weiter. Mhm. Das ist halt, ich find's halt relativ schwierig, sag ich jetzt mal. Und deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass meine bessere Hälfte hier nichts mit dem PD zu tun hat. Mhm. Sondern, ähm, ja, sie arbeitet halt für das Gericht in der Verwaltung. Und, ähm, das ist halt so ihr Ding. Und das ist auch gut so. Weil, ich will den Job nicht mit nach Hause nehmen, sag ich jetzt mal so. Mhm, das ist ganz wichtig. Es gibt auch Vorteile, es gibt Nachteile, klar. Wenn zum Beispiel beide Officers sind, man kann über Sachen reden, die ich jetzt mit ihr nicht reden kann. Aber sie fragt auch nicht und ich erzähl auch nichts. Also, deswegen denke ich mal, das passt so. So, wie war dein Tag? Okay, gut, ja, du bist nicht angeschossen, alles super, passt. So ungefähr. Und dann, äh, fängt das Privatleben an. Und, ähm, das ist halt auch ganz wichtig, die Sachen einfach zu trennen. Und das mache ich jetzt auch mit den, äh, Touristfällen. Wie gesagt, das ist halt private Sache. Auf der Arbeit bin ich, äh, auch auf der Arbeit. Und, ähm, ich, blende das eher gesagt aus, sag ich jetzt mal, auf der Arbeit. Weil das hat auf der Arbeit halt, äh, nichts damit zu tun. Oder, ne? Warum soll ich auch jetzt, äh, Leute für irgendwas verantwortlich machen? Oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dann verrichte ich meine Arbeit trotzdem so, wie ich es, äh, an jedem anderen Tag auch mache. Mhm. Und das haben einige Leute zum Beispiel nicht, diese Mentalität. Und, äh, ich denke, ich weiß nicht, ob das mit der Zeit kommt oder wie auch immer. Oder das eine persönliche Einstellung ist. Ich meine, sie haben ja auch ihren Weg gefunden. Sie sind jetzt hier in der Seelsorge. Und, ähm, sie sind, äh, bis jetzt meiner Meinung nach, äh, sehr gut hier. Ja, nun, äh, das kann ich selber nicht, das kann ich selber nicht beurteilen. Weil ich fühle mich sehr wohl in dem Beruf. Ja, und das ist ja die Hauptsache, dass sie sich wohlfühlen. Und das ist ja genau das Ding. Äh. Äh, sie haben ja auch was gefunden, was sie interessiert. Oder was, äh, ne, wo sie ihre Stärken ausspielen können, sag ich jetzt mal. Weil, äh, für mich ist Empathie immer noch keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und, äh, das brauchen sie halt in ihrem Beruf. Und, na klar, teilweise muss man auch Abstand nehmen können, schätze ich mal, bei verschiedenen Geschichten oder was auch immer passiert ist und sowas. Aber, äh, bis jetzt machen sie halt einen guten Job. Ich, äh, ich, äh, sitze weder Wein noch zusammengebrochen hier, noch lache ich mir einen ab oder sonst irgendwas. Also, aber selbst wenn ihr jetzt die Nulltag, selbst wenn wir haben Taschentücher, wir haben Süßigkeiten und wir können sehr gut zuhören hier. Es ist aber, ich freue mich tatsächlich auf eine ganz, wenn ich das so sagen darf, dass, ne, ich sag's jetzt einfach. Ja, ich freue mich auch, dass Sie heute hier auf der Couch sitzen. Ich hatte vor Ihnen einen Termin, wo, ähm, ich gemerkt habe, dass eine Sache hier sehr, sehr wichtig ist und eine Sache hier oft außer Acht gelassen wird. Und das ist Ehrlichkeit. Auch Ehrlichkeit, wenn die Wahrheit mal unbequem ist. Ich glaube tatsächlich, dass Sie jemand sind, der, äh, das haben Sie ja gerade auch geschildert, auch unbequeme Sachen einfach mal ganz ehrlich ausspricht. Das ist etwas, das so vielen Leuten hier fehlt. Und, ähm, jetzt haben Sie mir gerade einen Lob gegeben. Ich habe Ihnen gerade auch einen Lob gegeben, denn, äh, das haben Sie ja mit mir gemacht tatsächlich als, ähm, Staatsanwalt. Sie haben den Ort nochmal besucht, an dem es passiert ist, um neue Infos zu kriegen. Und, ähm, ich schätze das wirklich sehr, wenn jemand einfach straight Dinge heraussagt. Auch wenn Sie vielleicht mal unbequem sind, das hatten wir jetzt hier heute nicht, Gott sei Dank. Aber ich schätze sowas wirklich sehr. Und gerade mit so einem Seelsorgegespräch ist es so wichtig, einfach ganz offen und ehrlich zu sagen, was los ist, ohne dass man im Hinterkopf hat, hey, wenn ich das jetzt sage, könnte ich dienstuntalklich geschrieben werden, hey, wenn ich das jetzt sage, könnte mir das irgendwie negativ ausgelegt werden. Wenn ich so denken würde, müsste ich nicht mit Ihnen reden, weil dann, äh, bringt das ganze Gespräch hin. Genau so ist es nämlich. Der Termin vorhin hat auch sehr, sehr offen mit mir geredet. Und tatsächlich, so wie ich das jetzt einschätze, nur mit mir und nicht mit anderen, denen habe ich das auch auf den Weg gegeben, dass das sehr wichtig ist, offen und ehrlich zu reden. Und dass das auch von Menschen nicht nur negativ aufgenommen wird, sondern dass manche, so wie ich zum Beispiel, sich einfach freuen und das auch sehr schätzen. Ja, ach, das Ding ist, viele Leute machen sich über Sachen Gedanken, die absolut blödsinnig sind, ja. Das Ding ist, wenn ich bin so ein Mensch, wenn ich Scheiße gebaut habe, stehe ich dazu. Wenn jemand was gut gemacht hat, lobe ich den. Wenn jemand was Scheiße gebaut hat, sage ich denen das. Und ich gehe erstmal auf die Leute zu und versuche mit den Leuten halt zu reden. Und, ähm, das heißt ja nicht, weil jetzt einer zum Beispiel, keine Ahnung, O3, so alt ist, dass der alles richtig macht, um Gottes Willen, ja. Ich habe Leute hingewiesen, rechtliche Seite, äh, das wäre, äh, was Gesetzeswidrig ist zum Beispiel, ja. Zum Beispiel Vernichtung von Beweismitteln. Weil, wenn ich Beweismittel aufgenommen habe, muss ich die in der Akte hinzufügen. Und mir wurde dann gesagt, ja, ich soll die vernichten. Sag ich, nee, mache ich garantiert nicht. Oh, okay. Und dann wurde dann gesagt, ja, warum, das hat auch mit dem Fall nichts zu tun. Sag ich, ich habe Schmausporn-Test abgenommen, also kommt das auch in die Akte rein. Wenn ich das nicht mache und die Gegenseite klagt und es kommt raus, dann habe ich Beweismittel vernichtet und ich mache mich trafbar, das mache ich nicht. Und, äh, das sind so Sachen. Also, selbst Vorgesetze können da mal einen kleinen Aussetzer haben und sowas. Und deswegen, egal wie unbequem irgendwas ist, man muss halt einfach dazu stehen, weil ich habe es ja auch gemacht, in dem Sinne, sag ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt alle Schuld von mir weise, was bin ich für ein Mensch? Also, dann sind ja alle anderen schuld und ich bin das Opfer und sowas, das liegt mir einfach gar nicht. Oh, nee, nee, so sollte auch niemand denken, das ist so toxisch einfach. Ja, eben. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich Sie jetzt so anschaue, wo wir uns da getroffen haben und jetzt, Sie haben auch eine ganz schöne Veränderung durchgemacht. Sie wirken fröhlicher, viel fröhlicher sogar. Bin ich tatsächlich auch. Herr Dinuta, jetzt fangen Sie schon wieder an. Es gibt keine UNO-Reverse-Karte hier. Ich fange nicht an, sondern ich sage mir, was ich beobachte. Nur wenn ich hier sitze, heißt das ja nicht, dass ich Sie nicht auch beobachte. Das ist sehr, das ist sehr lieb von Ihnen. Und jetzt auch ein bisschen gruselig. Nein, das ist wirklich sehr lieb von Ihnen. Ich fühle mich auch wirklich sehr wohl hier. Herr Dinuta, es muss nicht das einzige Gespräch sein, das wir führen. Sie können natürlich auch, wenn Sie wollen, und Sie können allgemein immer auch mal wieder hier hinkommen. Und das sagen wir allen Officern. Man kann Sie immer wieder ein bisschen aussprechen. Es muss nicht unbedingt irgendwas passiert sein. Das tut manchmal einfach ganz gut. Und abgesehen von dem schweren Thema, weswegen Sie hier hingekommen sind, finde ich es auch wichtig, dass man nochmal, gerade bei Ihnen auch, Ihre Eindrücke vom Dienst oder das, was Sie beobachten, das, was Sie vielleicht ein bisschen kritisieren oder das, was Sie positiv hervorheben wollen, dass Sie das einfach auch mal äußern. Nicht unbedingt von den Vorgesetzten, weil das ist ja dann wieder so ein bisschen das Problem, das könnte man als Lästern auslegen und so weiter und so fort, sondern einfach sich hier mal aussprechen, dass wir zum Beispiel auch Dinge mit beobachten können bei Rekruten. Das hilft uns und letztendlich der State Police auch, dass wir da so ein bisschen mehr drauf achten. Ich will Ihnen dieses Angebot einfach machen, wie gesagt, auch mit den Herrn Larsen zusammen, der hat nochmal eine ganz andere Sichtweise als ich, dass Sie das vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal wahrnehmen. Sie können jederzeit zu uns kommen. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich sehe auch zum Beispiel so ein Gespräch jetzt, ich sehe da jetzt nichts Schlimmes dran, es gibt ja viele Leute, Psychologe oder dies und das, jenes, die Vorteile haben, wo es einfach schwachsinnig ist. Was Sie einfach zum Beispiel mal machen müssten, setzen Sie einfach mal in eine Streife rein, wo Rekruten dabei sind und fahren Sie einfach mal mit. Dann kriegen Sie schon so viel genug mit. Dann brauchen Sie keine Erklärung mehr. Wollten wir, ich versuche das immer noch irgendwie auf den Weg zu kriegen. Aktuell dürfen wir es leider nicht, weil wir eventuell bei einem Einsatz eine Behinderung wären. Ich kann zum Beispiel, ich müsste meine Officer-Kleidung anziehen, um dann voll ausgerüstet auch rauszugehen. Es gibt noch viele Dinge, weil mein Beruf ist noch ziemlich neu hier. Es gibt viele Dinge, die noch geklärt werden müssen, aber das haben wir tatsächlich auf dem Schirm, einfach um das Ganze aus einer Beobachterposition einfach mal mitzubekommen. Also vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in einer Streife mit einem Rekruten, wenn wir das irgendwie rechtlich auch abgesichert haben, damit wir auch keine Behinderung für den Dienst sind. Weil ich bin zwar ausgebildet, aber bei mir ist das auch sehr, sehr lange her. Aber zum Beispiel, Herr Larsen ist Psychologe und ist kein Officer. Also da wäre es dann wieder ein bisschen problematisch. Aber grundsätzlich ist die Idee ganz gut. Aber jetzt greife ich mal kurz vorweg, und zwar Thema Staatsanwaltschaft. Staatsanwälte dürften auch mitfahren oder dürfen noch mitfahren. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt ein Unterschied ist. Weil die sind auch nicht ausgebildet oder sonst irgendwas. Die haben eine Schutzweste bekommen und wurden in die Polizei auch zugesetzt. Nur mal so, falls sie argumentieren müssen, können sie damit auch argumentieren. Werde ich mir merken, Herr Tinuta. Das nehme ich auf jeden Fall so mit aus den Gesprächen. Gerne. Okay, ich will sie gar nicht loswerden. Ich mache um 22 Uhr immer Feierabend. Da sind wir schon vier Minuten drüber. Alles gut. Das ist aber so ein Ding, habe ich mir auch angewöhnt, einfach einen festen Feierabend zu machen. Das hilft wirklich sehr. Also falls Sie da irgendwann mal sprangeln oder sich doch ein bisschen überarbeitet fühlen, machen Sie einen festen Zeitpunkt aus und gehen Sie dann vorher in den Feierabend. Nö, ich mache immer so eine Stunde, bevor ich einen Feierabend gehen will, kündige ich das an, dass ich dann noch pünktlich nach Hause komme. Okay, ja, das ist ganz gut. Okay, Herr Tinuta. Vielen Dank für das Gespräch. Kein Problem. Geben Sie mir Bescheid, falls Sie noch mal ein Gespräch brauchen, dann machen wir einen Termin aus. Also das Gespräch ist offiziell beendet, richtig? Das Gespräch ist jetzt offiziell beendet, ja. Ich bin ein bisschen strenger geworden. Weil Sie sagen, wegen der ohne Reverse-Karte. Ich freut mich trotzdem, Sie jetzt so zu sehen in diesem Zustand und nicht wie früher. Sie haben eine ganz andere Ausstattung, ein ganz anderes Auftreten. Ich wollte Sie einfach nur mal loben, was das angeht. Und Ihr Mann, wenn er dafür verantwortlich ist, sagen Sie, für eine Grüße, er macht alles richtig. Das ist sehr lieb von Ihnen. Dankeschön. Werde ich ausrichten. Super. So, grüßen Sie Ihre Frau von mir. Wir wollten ja irgendwann noch mal alle Kaffee trinken. Da wird nur kein Cowboyhut dabei sein, sondern ein Japaner. Kein Cowboyhut. Ja, reden wir nicht drüber. Jeder hat mal geschmacksvoll. Okay, ja. Das habe ich jetzt nicht gehört. Das haben Sie nicht gehört, ja. Nein, das habe ich auf keinen Fall gehört. Ja. Apropos, weil Sie sagten, Sie suchen Eier. Moment. Meine bessere Hälfte hat eben geschrieben, sie hat zwei Ostereier auf ihrer Arbeit gefunden. Jetzt reicht es mir aber langsam. Ich werde das ganze WIPI jetzt gleich noch mal absuchen. Auf jeden Fall. Sie ist ja in der City Hall. Kann ich jetzt nicht. Oder kann ich jetzt noch doch. Nein, ich gucke gleich mal. Guck mal die Not an. Alles klar. Wie gesagt, bleiben Sie, wie Sie sind. Passen Sie auf mich auf. Sie auch auf sich. Dann läuft das schon. Na, werde ich. Auf jeden Fall. Okay. Dann machen Sie jetzt Feierabend oder bleiben Sie im Team? Ich glaube, ich werde noch eine Stunde machen oder so. Mal schauen, ob noch Reku da jemanden brauchen zum Rausfahren. Wenn nicht, überlege ich, Feierabend zu machen. Okay. Falls Sie rausfahren, dann passen Sie auf sich auf. Als Sie Feierabend machen, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, Ihnen auch einen schönen Abend. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Boah, zwei richtig nice Gespräche heute. Was denn jetzt los? Boah, wie interessant. Wie interessant. Was denn da los? Ich muss anfangen, diese Akten zu schreiben. Oh, das mache ich OOC. Bei den beiden auf jeden Fall. Fabian Payne müssen wir noch gucken, wie es ging. Kenway. Price hat angerufen. Price, das tut mir so leid. Aber es ist... Wenn ich beide grün machen. Habe ich dieses grün? Oh, ich habe gleich grün. Alter, voll nice. Aber ich werde Ariane gleich mal... noch mal eine Sache entsprechend ausspielen. Ach ja, ich muss nur noch ausspielen. Ja, Price, das müssen wir noch machen. Das war ja super interessant. Das war super interessant. War schwierig am Anfang so, aber es war sehr, sehr interessant. Sehr cool. Was für ein nices RP. Ich kann nicht mehr. Aber alles nicht so leicht. Weil jetzt muss man sich so ein bisschen Ariane mal reinversetzen. Die ist halt ein empathischer Mensch. Und ich werde es nicht viel ausspielen. Weil ich will auch nicht übertreiben. Aber sie versucht Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber die ist natürlich jetzt erstmal so... Uff, uff. War sehr, sehr viel. Warte. Tamm gleich draußen. Ja. Ah, Schutzweste hätten wir noch. Ja. Mal... Mensch... Hier, hier. Hm... Das ist so geil. Das müssen wir mal irgendwie ausstellen. Okay, jetzt ist alles groß. Ja, aber die Schuhe wären vielleicht immer ganz cool. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir das tun sollen. Hm. Ich bin so froh. Hä? Äh? Ah, weißt du, die hatte die weißen Schuhe an. Stimmt ja. Ha, 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 ha. Ja. Oh, jetzt haben wir es, ne? Ich habe gehofft, ey, ihr Schweine. Warum hättest du jetzt nicht machen sollen? Andere machen Schlimmeres. Ich weiß. Ich will einfach nur ehrlich sein. Nein. Zu dem Thema, Kaya, muss ich mal sagen, Ariane hat sie nicht ausgeladen. Sie wird jetzt nicht alles irgendwie Leuten erzählen. Sie hat sie nicht ausgeladen, weil sie Drama verursacht. Sondern sie wurde ausgelassen, weil sie Dinge getan hat. Und Ariane, wenn die Hochzeit nicht gewesen wäre, auch irgendwann gesagt hätte, Alter, jetzt reicht es aber langsam mal. Die wird nicht. Und das war, Ariane vergibt mehr Chancen als ich im Real Life, sagen wir mal so. Und übersieht auch Sachen. Sie hat eine nette Person, aber die ist auch nicht doof. Die lässt sich auch nicht die ganze Zeit doof behandeln. Und das war eine Sache, die hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und sie wollte sie einfach nicht da haben. Sie hat sich nicht wohl gefühlt. Und das ist diese Eigenschutzsache. So, hey, wenn ich mich nicht wohl fühle, wieso sollte ich die Person bei meiner Hochzeit haben? Wenn ich einfach gerade gar kein gutes Gefühl mit ihr habe. Das war der Grund. Schönen Feierabend später. Ebenso. 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 Jetzt haben sie aber schwer ein Kostüm rausgekauft. Jetzt ist wieder meine Zeit einfach gekommen. So, die Eiersuche beginnt. Dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Wenn es gelingt. Ja. Ihnen auch viel Spaß. Beim Festnehmen. Die Sache ist, das ist mir gar nicht so bewusst, weil ich das gar nicht so krass bewusst ausspiele, sondern nur eher optisch und so mit ein paar Sachen, dass Ariane sich wirklich krass verändert hat durch Joske, dass er wirklich einen positiven Einfluss auf sie hat. Das kam dann einfach so. Ich hoffe, wir haben es ausgestempelt. Maschimals. Moshimosh, wo, äh, wo sind Sie? Auf dem Balkon. Ja, da bin ich dann jetzt gleich auch. Ich komm nach oben. Ja, bitte schlag mich nicht. Wenn du in die Garderobe guckst. Ach, nur so. Bis gleich. Matane. Wir sind arm. Ja, Kurayame. Ist das etwa unser Hochzeitsgeld, was Sie da ausgegeben haben? Nein. Das ist mein Geld, was ich ausgegeben habe. Du hast gesagt, du möchtest deinen Garten anbauen. Aber warum ist das? Ich hab, da unten ist ein Hase, da unten ist ein Hase, da unten ist ein Hase. Wo, 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 wo. Ganz leise, da unten, da unten im Garten. Da unten läuft ein Hase. Ich bin auch ein Hase. Ich muss ganz leise sein und dich anschleichen. Ja. Aber hier renne ich noch. Ich brauch gleich eine Umarmung, es war sehr schwer heute, aber jetzt möchte ich die Nasen sehen. Das war nur 500 Dollar, ist nicht viel gewesen. Okay, okay. Okay. Geh vor. Okay. Nein! Was? Weg! Oh! Weg mit euch! Weg, ihr fremden Menschen! Geh weg! Unser Grundstück! Unter von unserem Grundstück! Könnt ihr mal einmal draufgehen, damit ich das sagen kann? Ich hab auch den Hase gesehen. Ja, wo ist der? Ich hab gerade hier lang und lag dann ein Hadeschlein gesagt. Amos! Aber der muss hier doch irgendwann in der Nähe sein. Er kann nicht weit sein. Der muss hier im Gebüsch sein. Oh! Wir sind gerade hier. Ich wollte ja eigentlich gerade nur die Bude hier zeigen, die im Verkauf steht. Igel, vielen Dank für 45. Ich hab's dauerhaft. Ich kann das immer sagen. Ich hab's dauerhaft. Igel, bist du wahnsinnig. Ari, geh vor. Was ist deine Chance? Was ist dein Ei? Ari, geh vor. Oh, ganz lieb bist du. Hallo. Ich bin ganz vorsichtig. Nicht gehen. Alles, weil... Nein, nicht dahin. Da ist gefährlich. Hallo. Oh, wei. Äh. Oh. Oh, mein Gott. Arigatou, Sagi-Chan. Ich hab ein... Wie ist das mächtig? Aber ich hab ein Ei. Das sind so... Eierlegende Hasen. Ja, so wahrscheinlich beruhende Regierung. Nein, Ari. Ich hab ein Ei. Du hast zwei. Wie? Hast du auch was davon? Er hat auch was davon. Er hat mich drauf hingewiesen, ja. Vorbei. Jetzt haben wir jeder eins. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool. Oh, mein Gott. Okay, Moment. Ich muss mal ganz kurz meine Gedanken sortieren. Alles gut. Ich muss jetzt gleich ins Haus rennen. Ich muss mit Joske zum... Nein. Doch, ich muss mit Joske zum Suburban. Joske muss sich umziehen. Und ihr beide müsst euch auch umziehen. Wie? Ihr beide müsst euch um... Keine Widerrede. Ja, aber ihr seid das offiziell drin. Was müssen wir anziehen? Schwarz, weiß, rot oder rosa? Super. Schwarz, weiß, rot, ja. Ihr müsst mir eine Farbe sagen. Schwarz, weiß, rot oder rosa? Schwarz, weiß, rot. Ach, schwarz, weiß, rot. Hier kommt das so. Dann würde ich eher nicht so empfehlen. Ja. Ich dachte mir, mit einem schwarzen, roten T-Shirt. Dann schwarz, ja. Dann muss ich mich nicht umziehen. Okay, Sekunde. So. Joske, du brauchst einen Decknamen. Hinterfrag das einfach nicht. Joske, du brauchst einen Decknamen. Shinigami. Das ist so viel zu lang. Okay, Shinigami. Überlegt euch zwei Deckname. Ich bin sofort wieder da. Soll ich dich mit wegen umziehen? Ja, komm mit. Wollen wir die beiden nicht kurz in die Bogen? Ja, können wir auch. Ja, okay. Dann schaut euch kurz das Haus an. Was ihr euch auch definitiv kaufen werdet. Und wenn und aber. Ariane. Ja, ich habe ein Ei. Du hast ein Ei. Ich verstehe leider nichts wegen der lauten Musik. Wo bist du denn gerade? Hör zu, ich habe... Du, Jose. Okay, wir treffen uns gleich. Ich habe neue Rekruten, okay? Wir haben einmal Agentin... Doch. Wir haben einmal Agentin Ira und einmal Agent Shinigami. Shinigami. Ja, dann bringe Agent Shinigami mal mit. Ich freue mich. Bis gleich. Bis gleich. Wieso hat Barbara so gelacht über den Namen? Naja, aber ich finde Igami sowas wie Todesgott ist. Naja. Okay. Du hast noch... Der, der den iCloud wird verschwinden gelassen. Ich bin... Mein Tag war jetzt sehr turbulent. Ja, ich muss mich gleich mal ganz kurz sortieren gehen. Ähm... Gut, Josuke, zieh kurz mein anderes Outfit jetzt an, ja? Wir sind jetzt Team Yin und Yang. Okay. Oh mein Gott, zwei Ei! Ähm... Jetzt, wo es soweit ist, werde ich doch wieder nervös. Das ist ja schlimm. Erst die Hochzeit und jetzt die Eiersuche. Das Thema macht wirklich was mit dir, oder? Du hast Barbara noch nicht erlebt. Du hast Barbara noch nicht erlebt. Egal, was gleich passiert. Egal, wie seltsam es ist. Nimm es einfach ernst, ja? Das bedeutet dir sehr viel. Ja, solange sie nicht Hausfriedensbruch begeht. Ja, das geht sie wahrscheinlich nicht. Alles gut. Okay. Okay. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Toilette, ja? Mach das. Okay. Agent Shinigami. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ich liebe Lucky Five. Ich guck später, okay? Ich guck, ich guck, ich guck später, weil das gerade ein bisschen schwierig ist. Ich guck später. Okay. Das darf man nicht. Ich bin in meinem Haus. Ja. Okay, okay, wenn wir in meinem Haus. noch, warte. Das kannst du jetzt gerade nicht mit mir machen, ja? Wir haben jetzt keine Zeit, um Juri-Time zu machen. Warum? Ich mache doch gar nichts. Kann auch, warte. Auch so gehen. Ja, das hilft auf jeden Fall. Da gibt es meine Juri-Time. Okay, gut. Danke für deine Hilfe, ja. Okay. Da habe ich doch noch mein... Hey. Nein. Entschuldigung. Ja. Okay. Gut. Wir müssen das alle sehr ernst nehmen. Das ist ja sehr wichtig. Natürlich. Ich habe noch eine Überraschung heute am Ende für dich. Aber das sage ich dir noch nicht. Okay. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall, dass du einmal das hier isst. und dann packe ich die Eier in den Eierkarten. Das war... Ist vom VPD. Ja. Norm. Norm. Ich weiß, du magst keine Süßigkeiten, aber du nimmst jetzt heute... Das ist nämlich sehr wichtig, Joske. Du nimmst die volle Experience mit, weil heute wird ein Teil der Kindheit nachgeholt. Okay, auf westliche Art und Weise, aber das ist mir sehr wichtig. Du weißt, dass du mich anleiten musst und du weißt, dass ich überfordert sein werde mit vielen heute, oder? Ich weiß. Okay. Ich weiß. Warte, ich muss mich ganz konzentrieren, weil die sehen so lecker aus. Mhm. Ich mache das später noch mal schön, ja? Okay, let's go. Mhm. Warte, habe ich genug? Zehn Stück, denk dran. Zehn Stück, zwei haben wir schon, okay. Du pokerst sehr hoch. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, an uns beide. Ich habe ein Fernglas dabei mit Nachtsgerät. Das zusammenkappbare Fernglas habe ich natürlich auch dabei. Und ich packe mal ganz kurz was hier rein. Sekunde. Oh mein Gott, Joske, das sind so viele. Ja. Ich hatte zehn. Und dann habe ich geglaubt, wie die noch haben. Dann habe ich zwanzig geholt. Hast du eine neue Brille? Nee, die habe ich schon vor lange. Du bist der beste Mensch der Welt. Ich, warum? Ach so. Wir müssen eigentlich nach hinten rum, wegen den anderen beiden, ne? Ja. Ich muss nochmal gucken, wo der Treffpunkt ist. Oh oh. Hm? Moment. Moment. Ich muss ganz dringend Barbara anrufen. Oh Gott, ich habe eine Regel gebrochen. Kann sein, dass ich heute was Unangenehmes machen muss. Ja? Äh. Ja. Hallo? Wer spricht? Agentin Ira. Ich möchte mich dafür entschuldigen, möchte aber sagen, dass ich diese Regel nicht gebrochen habe, aber tatsächlich mein Ehemann schon einige Dinge gesagt habe, aber der Name ist noch nicht gefallen. Ach so. Ich bringe weitere Rekruten und die wissen allerdings nicht Bescheid. Oh, was denken die denn, worum es geht? Wir hatten hier einen Hasenvorfall. Und da habe ich vielleicht etwas angedeutet und ich werde die beiden gleich in die richtige Kleidung stecken. Wir haben heute Sonderklamotten an. Ich habe auch Sonderklamotten an. Ich habe mich dem Hasensein angepasst und Mix auch. Das habe ich auch und das werden die anderen auch. Ohne wenn und auch... Okay. War das nicht zusammen? Max. Max. Okay, alles klar. Ja. Wir werden uns jetzt in Arbeitskleidung packen und wir brauchen einen Standort. Wir brauchen einen Standort. Okay. Ich bin noch nicht ganz einverstanden damit, Agentin Ira, aber lassen wir uns überraschen. Aber Mutter, hör mir zu. Das Wort Black Seven. Ja. Da wollte noch nicht so einfach fallen. Okay, verstanden. Das muss besprochen werden. Es muss verdient werden. Und das auch. So ist es. Ich möchte aber dazu etwas sagen. Was denn? Die beiden Anwärter haben mitgeholfen ein Ei zu finden. Ach fantastisch, das ist noch lange kein Verdienst. Es tut mir leid. Es ist der erste Tag der Ostereiersuche. Findest du an jeder Ratsecke ein Ei. Das ist nicht mein Glück. Okay. Das schreit mich aus, Agentinira. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Okay. Okay. Wir brauchen einen Standort dann. Wir sind gleich da. Wir brauchen einen Standort. Rufst du bitte Agentin Max an und sagst ihm alles auch noch einmal? Mach ich. Ich mein Max. Okay. Entschuldigung, Joske. Ich hab's gleich. Wollen wir lieber mal zum Auto aufrufen. Joske unter uns. Barbara ist ein bisschen anders heute. Ja. Hört man dezent raus. Hallo. Ich soll dir auch nochmal Bescheid sagen. Ich bring zwei neue Rekruten mit und habe meinen Ehemann dabei. Der Name ist noch nicht gefallen. Der großen Sieben. Hoffentlich. Versprochen. Wir werden uns jetzt alle passend kleiden und dann brauchen wir einen Standort. Die beiden anderen Rekruten haben mitgeholfen ein Ei zu finden, aber Mutter meinte, das ist noch nicht genug. Das ist definitiv noch nicht genug, so hieß es. Okay. Der Name wird heute noch nicht fallen. Okay. Verstanden. Ich bringe die Leute jetzt gleich zu dem vereinbarten Standort. Ihn müssten wir nur einschicken. Wir gehen kurz zum Suburban und holen uns die passende Kleidung. Warte. Okay. Bis später. Okay. Also egal was heute passiert, nehmt es bitte alles hin. Das ist sehr wichtig. Okay. Ihr wisst doch nicht, was passieren wird, aber jedes Jahr zu der Zeit machen wir etwas ganz Besonderes. Seit drei Jahren. Hm? Und wir müssen jetzt alle zum Suburban beim WPD fahren. Zum WPD. Ist sehr wichtig. Mhm. Okay. Ich frage, fahren wir bei euch mit oder sollen wir separat fahren? Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Das hat dann die Chauffeure so blöd gesagt. Dann fahren wir gemeinsam. Ach, dann wollen wir uns mit. Oh, dann. Nein, was machen wir mit den Charakteren? Egal, wir sind durch. Oh, wie unangenehm. Aber eigentlich auch geil. Übrigens den aktuellen Preis erfahren von einem Dubster. Eins. Und zwei. Okay. 104.000 Dollar. Was? Dann kannst du ja kein Profit machen. Damals 56.000 bezahlt und ungefähr 10.000, 12.000, 13.000 an Tuning reingesteckt. Das ist immer ein Jugeler, den ich für 70.000 gekauft habe und dann später für 118.000 Wert hatte. Amos, du möchtest das Auto verkaufen, oder? Sag mal so, ich möchte eigentlich nicht, aber wenn ich die Immobilie kaufen will, sollte ich es. Ja, Herr Kowalski. Vertrauen? Nee, ich habe potenziell schon eine Interessentin für den Wagen. Bin ich trotzdem, Herr Kowalski, zwischenglippen. Er hat es geschafft, meinen Tulip für 16.000 zu verkaufen. Tulip für 16.000? Ja. Jetzt ist der Feuermänner geworden, der muss ein Autohaus aufmachen. Das haben wir auch gesagt. So. Dann einmal hier schwarze Örchen. Ziemlich dunkel hier im Laden, oder? Nicht wirklich, Juska. Nimm mal die Brille ab. Nee, ich gehe mal auf Toilette. Okay. Du musst schon hier rüberkommen, ne? Ja, 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 ja. Ich möchte schon mal sagen, dass wir diese Eiersuche sehr ernst nehmen jedes Jahr. Und bitte spielt gleich mit. Es ist sehr, sehr wichtig. Vor allem bei Barbara. Sie macht das heute 24 Stunden lang. Was? Was? Ja. Was? Ja. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich brauche ein ATM. Ich habe, ja, oder so. Ich habe auch Geld. Nee, ich brauche auch Geld. Moment. Ja, super. Sonst bin ich mal kurz, oder? Äh, ja. Das reicht für uns beide. Das kriegst du gleich wieder. Alles gut. Ich habe auf jeden Fall auch jetzt eine gekauft, ne? Also ich habe... Du hast? Ich habe, ja, ja. Äh, schwarze dann, ne? Genau. Ja, wenn du ein schwarzer unterwegs bist, brauchst du schwarze, ja. Oh Gott. Ich möchte auch sagen, dass ihr bitte, ähm, nicht hinterfragt, wie ich heute bin. Okay? Das ist halt so ein Ding bei uns. Amos, das sind keine Öhrchen. Ich habe die ja schon gekauft. Ich wollte nur gucken, was die noch im Sortiment haben. Mensch. Ja, das hat das Ding heute. Entschuldigung. Ich bin ja immer an dem Tag ganz anders, als ich eigentlich bin. Äh, mit Feuer und Flamme dabei, ne? Ich bin nicht die Schlimmste von uns. Aber auch, ne? Also ich finde, das steht mir fantastisch. Wie er in meiner Haarpracht untergeht. Ja. Richtig klasse. Mhm. Ich glaube, dein Mann wird das auch... Das ist ja gar nicht mein Mann, ja. Was? Wird dir auch super stehen. Ne? Wie das auch in deiner Haarpracht hängen wird. Ich stehe das. Genau so gut wie bei mir, ja. Ich glaube, dass, ähm, dieser, ähm, hat jetzt so, ja, das hat so ein bisschen Probleme hier, so. Deshalb Urban? Ja. 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 Im Toilettengang ist immer ganz gut. Ach Mensch, ähm. Ja. Ne, das Problem stand vor dem, vor dem, äh, ne? Vor dem Regal. Okay, super. Ähm. 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 Ja. Hast du noch 50, Amos? Ich hab noch 30. That's it. Äh, ich hab noch... Ah. Äh, 150, ich kann schon mal wieder, dann 50. Alles gut. Alles gut, alles gut. Keine Stoff. So, alle bereit? Ich stelle dich sehr, das ist dir bewusst, oder? Oh, das ist dir bewusst, ja. Gut. Ich appreciate das sehr. Okay, los geht's. Und nochmal, bitte nichts hinterfragen, Dankeschön. Nichts fragen, nichts sagen, alles klar. Hast du vielleicht noch eine Flasche Whisky im Kofferraum, oder so? Ach, nicht für'n Freund, ich frage mich für'n Freund. So, ich tätige nun einen Anruf. Jetzt haben wir noch keinen Standort bekommen, können wir ja... Wir arbeiten gerade an einem Standort. Ja, wir sind schon im Auto. Ja, wir sind jetzt gleich beim Standort. Wir haben ein bisschen Sorgen, ne? Okay, bis gleich, wir warten. Bis gleich, bis gleich. Haben wir ein Safe-Word, oder so? Nein. Kriegen wir ein Safe-Word? Pampelmuse. Okay, Pampelmuse finde ich gut. Wenn ich Pampelmuse schrei und davonlaufe, dann wirst du dir der Abend es gelaufen für mich. Super. So, wir haben einen Standort. Ja, ich weiß. Ein... Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ja, Motorradfahrer, es war super. Brauchst du jetzt noch unsere Codenamen? Ja. Gib' den gleich Mutter. Okay. Ich werde niemanden Mutter nennen, Ari. Kannst du vergessen. Ich wusste... Mann. Nein. Ich werde niemanden... Das kannst du nicht von mir erwarten, mit meinen Hintergrund. Ja, ja, ich weiß. Du hast Special-Sonderabricht. Ich muss auch hier Leute sein. Ich sehe hier niemanden. Mhm, danke. So, jetzt haben wir einen neuen Standort. Wir sind sehr organisiert, möchte ich noch mal sagen. Ich merke das schon, also es... Ja. Kann nur gut werden, ne? So organisiert, wie die State Police. Oh nein. Lustig, weil es wahr ist. Hinterfragt nichts, mein Name ist Agentin Ira. Hinterfragt jetzt nichts. Ira? Ja. Okay. Jemand ohne Hasenöhrchen? Die Seemöcke gehört bestimmt nicht zur Gruppe, ne? Nicht zum Gang. Die sind zwar nicht, nein? Ähm. Kann das vielleicht sein, dass die... ... hier unten drunter sind? Ich warte mal nicht. Da. Wo? Nein, dort. Ja, da. Wir sind oben auf dem Pier. Manchmal... ... ist man ganz in der Nähe von etwas. Aber doch am falschen Ort. Dann nenn mir doch den Ort. Naja, vielleicht bist du ja schon richtig, nur... ... nicht ganz auf der Höhe. Verstanden. Ja, ist wahrscheinlich unten. Also, es wurde gesagt, vielleicht sind wir ganz richtig, aber nicht ganz auf der Höhe. Oh Gott, oh Gott. Die machen alle nicht mit. Ich schäme mich so. Ne, schäme mich nicht. Ich finde das mal lustig. Scheiße, mit den ersten Charaktären. Ich habe das Gefühl, dass ich nach heute Abend nie wieder auf der Höhe sein werde. Ihr müsst das ernst nehmen. Das ist wichtig. Das bedeutet Barbara wirklich jedes Jahr so viel. Okay, okay. Ja. Steigen wir mal aus und gehen unter die Brücke. Ja. Ich habe dich vorgefahren, Yusuke. Ja. Dafür schuldet mir Barbara einen richtigen Nachnamen und einen richtigen Vornamen. Ich sage dir, was ich sagen würde. Sie schuldet dir gar nichts. Ja. Okay. Das ist doch nicht Barbara. Ich bin maximal verriert. Entschuldigung. Ja, bitte. Was machen Sie hier? Eier suchen. Ach so, okay. In Auftrag von jemandem? Bitte? In Auftrag von jemandem? Nein, nein. Ganz allein. Sind Sie sicher, dass Sie nicht im Auftrag von jemandem unterwegs sind? Ja, warum? Ist das ein Test? Was? Wurden Sie hier hingeschickt von jemandem, der uns testen soll? Ähm, ne, na, nein. Ähm, ich bin gestern erst angekommen. Ist das so? Ja, das, das ist wirklich so. Okay, dann werde ich Ihnen mal glauben, aber ich habe Sie im Auge. Oh, okay. Machen Sie keine Sorgen, ich bin in meiner Rolle. Seien Sie nicht verängstigt. Aber okay, bitte. Okay. Sie war es offensichtlich nicht. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott, nicht mit den Charakteren. Das ist so unangenehm. Oh mein Gott. Ich will nicht, ich habe so viel Spaß. Da, ich sterbe, ich sterbe. Ah, scheiße, mach gerade nur die Maske ab. Ah, ja, 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 ja. Ja, nun, da sind wir. Ja? Gute Krisensitzung. Ich möchte kurz sagen, ich möchte sterben. Wieso soll ich die Maske abnehmen? Barbara, weil das Polizisten sind, das ist wirklich ein Problem. Ach, also dann sollen sie mir was sagen, ne? Wenn sie mich anzeigen, dann ist das Thema nämlich direkt gegessen. So einfach ist das. Barbara, jetzt komm, machen wir den Spaß jetzt mit. Was für den Spaß? Die machen den Spaß mit. Das ist aber verboten, wir dürfen uns nicht maskieren. Ich bin auch gar nicht maskiert, ja? Ach, du bist maskiert. Also, was sollen wir denn jetzt sagen? Was machen wir denn jetzt? Warte, du bist wirklich nicht maskiert? Was sollen wir denn jetzt sagen? Was machen wir denn jetzt? Ja, wie? Ihr seid doppelt examiniert. Du hast alles so geheimnisvoll gemacht. Jetzt müssen wir uns professionell... Ich hab gesagt, dass es mega professionell ist. Und dann war das schon eine Standort falsch. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Was denn? Was sagen wir denn jetzt? Ja, wie was denn? Kannst du mich bitte nicht damit allein... Ich hab mir noch nichts erzählt. Du hast die ja gemacht. Ich hab mir noch nichts erzählt. Wir gehen... Nein, wir gehen nur auf Eiersuche jetzt. Wir gehen jetzt auf Eiersuche jetzt. Und was sagen wir jetzt? Barbara, du kannst mich jetzt nicht so fertig machen. Es ist schon unfassbar unangenehm gewesen, gerade die Fahrt. Was soll ich denn jetzt sagen? Hallo, Freunde. Wir suchen jetzt Eier. Ja, mach es mysteriös. Sag, es ist eine besondere... Alle drei Jahre... Wir machen das seit drei Jahren und es ist sehr besonders. Okay, ich versuche es. Ich versuche es. Aber nimm die Maske ab. Ach nein, will ich nicht. Du musst die Maske abnehmen, sonst gibt's die Acker! Es wird jetzt sehr unangenehm werden. Na gut. Hallo, ihr drei. Habt ihr auch einen Namen? Tinscha? 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 Fantastisch. Das habe ich verstanden. Wir müssen hier ein bisschen lauter reden. Ja? Zart beseitete Personen haben nämlich nichts zu suchen. Und weiter? Edpul. Edpul. Ah. Und weiter? Inigami. Ein bisschen mehr Elan. Ein bisschen mehr Elan, bitte, ja. Indigami. Weiß jetzt nicht, ob das Elan war? Das war Elan, doch, das war Elan. Das war Elan, achso, okay, ist das so. Wundervoll. Ich weiß nicht, was man euch gesagt hat. Aber euch wird eine große Ehre zuteil. Eine Ehre, auf die viele neidisch werden, um ehrlich zu sein. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum euer Beisein nicht vorher mit dem Rat besprochen wurde. Aber das ist etwas, da werden wir uns später mit auseinandersetzen. Nach drei Jahren finden wir uns nun schon zusammen. Am gleichen Tag, zur gleichen Stunde und am gleichen Ort, um auf eine Mission zu gehen. Eine gemeinsame Mission. von der niemand etwas erfahren darf. Die letzten paar Jahre hat es sich etwas schwieriger gestaltet. Waren wir doch immer etwas später dran, als eigentlich richtig war. Die muss doch wirklich die Maske abnehmen. Doch heute ist es zum ersten Mal anders. Aus anderen Gründen auch leider. Wir sind auf der Suche nach dem letzten Ei. Ariane, führ bitte weiter vor Ort. Wir hatten im letzten Jahr eine Besonderheit. Da haben wir das Ei gesucht für den französischen Jungen. Das letzte Ei auf der ganzen Insel. Und da ist etwas passiert. Wir haben uns Stunden über Stunden auf der ganzen Insel verteilt. Und letztendlich haben wir uns in Winewood an einer Tankstelle wiedergefunden. Wir waren sieben Personen. Das wird später nochmal wichtig. Aber ob ihr das erfahren werdet, können wir heute noch nicht sagen. Max, führ du weiter. Was ist passiert, als eine Agentin das Ei gefunden hat? Gar nicht dabei, Ariane. Ja, aber Max gar nicht dabei. Scheiße. Oh, scheiße. Ich war dabei. Ja! Als wir das Ei fanden. Dort ganz unschuldig an der Tankstelle. Hat die Agentin, die diese aufgehoben hat, etwas Schreckliches durchgemacht, über das es mir heute noch sehr schwer fällt zu reden, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte es fast nicht aussprechen, aber ich muss wohl. Sie wurde besessen. Von einem bösen Geist, der diesem Ei innewohnt, ey. Wir haben es geschafft, gemeinsam das Ei zu befriedigen. Wir haben es in eine Plastiktüte gepackt und nie wieder angefasst. Und seitdem ist der Fluch fast gehoben. Aber im letzten Jahr machten sich plötzlich andere Mächte breit. Und zwar die Burger-Shop-Tüten-Hochstapler. Man denkt, es ist ein Ei, brennt hin, hat voller Freude, Hoffnung im Herzen und dann ist es am Ende nur Müll. Denn die ganze Stadt ist vor Müll und da sollte sich kein Ganztrieg und jemand drum kümmern. Aber wir haben uns trotzdem nicht unterkriegen lassen und auch letztes Jahr haben wir es geschafft, ein Ei zu finden. Sogar zwei. Erinnern Sie sich? Ich? Ja, du. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja. Es heißt, wenn man das letzte Ei von der Santos findet, dann erscheint ein französischer Junge. So ist es. Der lange vor Scheuen gilt. Wir haben es leider nicht geschafft, ihn herbeizurufen, aber vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Jetzt frage ich euch. Denkt ihr, ihr seid in der Lage, euch den bösen Mächten, die heute an diesem heutigen Tag und in der kommenden Woche durch diese Stadt gehen, standzuhalten. Nicht aufs Handy gucken, das ist jetzt nicht der Moment. Ist leider wichtig. Oh, oh. Ja, schon mal nicht dabei, Ariadne. Ach so, bist du ja gut. Doch, doch, der ist dabei. Aber du solltest wirklich die Maske abnehmen. Du solltest wirklich die Maske abnehmen. Nein, mein Name ist... Ich wollte gerade einen ganz anderen Namen sagen. Gott sei Dank habe ich nicht weiter geredet. Okay, dann halt an euch beide. Denkt ihr, ihr seid dazu in der Lage. Okay. Klar. Das ist Elan. Und sie, junger Mann. Immer. Fantastisch. Haben Sie irgendetwas zu meiner Maske zu sagen? Also kann man ihre schönen Augen gar nicht sehen. Wirklich nicht wahr, aber hübsch. War ich nicht im Gesicht nicht? Na ja, also... Vertrauen mir, wollen wir nicht wirklich auf? Also vertrauen mir bitte. Nein, werde ich nicht. Fantastisch. Das wollte ich hören. Okay. Ja, Ariane, geh du mal weiter. Ja, wir sind fertig. Die Person, die mir nimmt, da ich definitiv die Maske ab. Die Maske ab und dann legen wir los. Mama, vertrauen mir bitte, nimm die Maske ab. Hello? I can understand you. Bitte vertrauen mir, nimm die Maske ab. Nein, lass mich in Ruhe. Gut, ich werde mal zu meinem Mann gehen. Ja, Ariagata. Matane. Ja, unsere Fake-Menschen sind im Yellowjack-In anscheinend und man dachte, wir sind das. Ich bin begeistert. Ja. Da wurde ich gerade angerufen, ob wir gerade ins Yellowjack-In gegangen sind von einem Officer. Kein Scherz, ich war auf dich gerade nicht. Und das Lustige ist, ich habe zweimal den Fake-Yo gesehen und er hat die gleichen Klamotten an wie du. Ja. Und ich wurde gerade Angst, als gefragt, ob wir beide gerade da reingehen. Also die Fake-Ari ist auch dabei. Fantasisch. Super. Okay. Ich kriege Barbara nicht, dass du die Maske abnehmen und das ist ein Problem. Naja, ist schwierig, ne? Ja. Du verstößt gegen Gesetze halt. Ja. Ich weiß nicht, wie deutlich ich dir das noch sagen soll, weil sonst würde ich auch mit dir gehen. Ich weiß nicht, ist problematisch gerade. Aber ist gut. Ich weiß nicht, ob du meine SMS gelesen hast. Also wir drei hatten gerade ein ziemliches Unbehagen und wollten eigentlich anbieten, dass wir gehen, weil anscheinend ist es ihr ja nicht recht, dass wir hier sind. Oh, scheiße. Ja, okay. Wir haben uns sehr unwohl gefühlt gerade mit der Aktion. Das ist halt ihr Ding so. Sie ist halt da irgendwie mittendrin. Das machen wir jedes Jahr, weißt du? Ja. Ich will aber auch nicht mehr irgendwas stören, was irgendwie euer Ding so ist, wenn sie das halt nicht will, weißt du? Aber ich würde auch gerne Zeit mit denen vorbringen. Ja. Es ist halt heute mal nicht so, wenn es ihr nicht passt. Ist schon okay, Ari. Ich bin da nicht böse oder so. Ich kann auch nicht mit ihr rumziehen, wenn sie aber maskiert ist, weil es ist ein bisschen blöd. Wenn er weiß, es anhalten würde, wäre ein bisschen doof. Ja, ich... Was soll ich dazu sagen? Ich kann es dir halt sagen. Lass es uns so machen. Ich verbringe vielleicht eine Stunde mit denen und dann... Nee, ich gehe dann schlafen. Geschlafen? Wirklich? Ja, weil ich keine Lust habe dann zu warten so lange, weißt du? Okay. Was da vollkommen okay ist. Wie gesagt, es wirkt so auf uns so, als hätte sie keine Lust auf uns. Wenn es nicht so ist, dann ist es nur die Wirkung gerade. Aber es ist halt so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das tatsächlich. Ich verstehe das. Ich frage sie mal lieber, ob sie überhaupt will, dass wir hier sind. Wenn sie es nicht will, dann respektieren wir das und wir gehen dann einfach. Bist du denn müde? Nö, aber... Ich will auch nicht dir den Abend rauben. In der Hinsicht, weißt du? Nimm da gerne Rücksicht drauf. Wie gesagt, frag sie halt nochmal. Nur... Sie wollen kein Störfaktor sein, dass du Ärger mit deinen Freunden dann irgendwie hast. Ach, Quatsch. Das ist ja nur Schauspiel. Ganz kurz. Ja. Ja, äh... Also ich... Ja, ihr könnt ruhig gehen. Ich verstehe. Nein, es ist... Ich habe halt irgendwie so den Eindruck, dass wir hier nicht wirklich erwünscht sind. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Ich habe Ari schon gesagt, sie soll einfach mal mit ihr sprechen, ob sie das überhaupt will, weil... Genau, ne, ich will da auch nicht irgendetwas reinplatzen, was soll ich mal eure Tradition ist. Das ist ja auch kacke. Nein, alles gut. Ich dachte nur, vielleicht wäre so eine schöne Abwechslung irgendwie, aber wenn ihr gehen wollt, geht ruhig. Ich erkläre das schon. Ne, es wäre schon cool. So ist es halt nicht, aber... Es bringt halt nichts, wenn man uns nicht dabei haben möchte. Genau, das ist der Punkt. Er soll Klipp und klar sagen, was Phase ist und wenn nicht, dann... Okay, das ist für sie ein großes Schauspiel. Das ist halt gerade nicht wirklich sie. Aber ich werde mal kurz mit dir reden. Kannst du kurz mitkommen? Ja. Ja, ähm... Also jetzt mal ganz kurz außerhalb von Deck 7. Ähm... Das ist glaube ich ein bisschen blöd für mich, weil die fühlen sich wirklich so, als würdest du sie nicht dabei haben wollen. Die können das Schauspiel gerade nicht verstehen und sind eher so, dass sie ein Störfaktor sind und würden... Och nee. Ja, Joske würde auch schlafen gehen. Also die fühlen sich gerade... Ja. Weißt du, wie ich meine? So, das ist ein bisschen schwierig. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ist doch peinlich jetzt. Ja, die dachten, wir gehen einfach nur zusammen Eier suchen. Ja, dann... Aber das Problem ist auch, weißt du, zum Beispiel für mich jetzt, wenn du die Maske hast, muss ich es eigentlich melden, wenn er weiß, mich jetzt sehen. Ich habe die Maske nicht auf, Ariane. Ach so! Ja, ich habe die Maske nicht auf. Ah, ja, okay. Kannst du das denn auch noch mal sagen? Ja, schön. Okay, nee. Ja, aber wenn ihr euch jetzt doof fühlt, dann ist das halt auch doof. Also wir können auch... Nee, das ist halt doch absolut peinlich, jetzt, wenn du eine Show aufziehst und dann sagen musst, ah, kleiner Spaß habe ich nicht. Hallo, ihr kleinen Früchchen. Ich habe gehört, ja, also das war, naja, muss ja nicht jeder verstehen. Ist ja auch nicht schlimm, aber das war ein süßes, kleines, lustiges Schauspiel. Und wir haben euch gerne dabei. Wir gehen einfach nur Ostereier suchen. Entschuldigung, wenn das nicht so rüberkam. Nee, alles, alles gut. Ja, ich bin Barbara Bam und ich habe keine Maske auf. Ach so, ja. Du hast die Maske nicht auf? Nee. Ich muss doch mal kurz auf. Okay, ja, wir müssen das genau wissen aus Gründen. Ja, ich weiß, habe ich nicht auf, nee. Ja. Nee, die Sache ist, wir wollten halt nicht irgendwas von eurer 13 da reinplatzen, dass irgendwie gar keinen Bock auf uns hat. Alles gut, aber wenn man sich nicht dabei haben fühlt, dann ist ja scheiße, ne? Da musste jeder durch, aber vielleicht... Nee, das Schauspiel ist alles gut. Es wirkt halt nur leider am Anfang ein bisschen anders mit weggehen und alles auf uns, weißt du. Das ist halt... Ja. Wir wollen halt nicht euch irgendwas kaputt machen, wenn ihr irgendwie dann doch keinen Bock auf uns habt. Nee. Das respektiert halt. Das beruhigt mich zumindest etwas. Ja, alles gut. Und so wie Maßen, dass ich kurz weg muss, das hat leider Gründe. Alles gut, ist ja nichts, ne? Ja, gut, dann gehen wir Eier suchen, ne? Ja, gehen wir Eier suchen. Fantastisch. Wo habt ihr denn schon... Sandy Shows. Sandy Shows? Sandy Shows waren wir noch nicht, genau. Also, wir waren Freund im Alien-Dorf oben, ein bisschen im Umkreis, aber Sandy Shows in sich auch noch nicht. Ja, da geben wir Sandy Shows, würde ich sagen, ne? Also, das lässt sich doch alle Spots noch mal mehrfach abzugehen. Ja, ist wirklich alles okay. Ja, ist wirklich alles okay. Also, wirklich alles okay. Ich hoffe, siehst du, dass ich irgendwie enttäusche. Ich mache mir da halt ein bisschen mehr Sorgen als die beiden, weil du weißt schon... Schon hardcore, ne? Also... Es ist halt so wichtig, dass die Freunde mich mögen, aber... Wir mögen dich, alles in Ordnung. Ich möchte auch nicht in irgendwas reinziehen, was euch nicht gefällt. Nee, das... Ja, ist irgendwie maßen für den Trouble. Alles gut. Ich es gerade gehört habe. Also, es geht nicht darum, dass die in irgendwas reingezogen werden. Keine Frage, ne? Es geht mir nur darum, ich kenne das, wenn man halt irgendwie eine Freundesgruppe hat, mit der man irgendwelche Dinge unternimmt. Wenn sich da irgendwie Leute dann irgendwie dazu drängen, ist das doof. Und das wollen wir halt auf keinen Fall. Nee, aber wenn man sie nicht kennt, dann kann man das nicht einschätzen. Also, ich würde das wahrscheinlich genauso sehen. Ich habe das jetzt so lange mit ihr, so oft mit ihr mitgemacht, also mit uns so. Wir haben halt eben angefangen, Rollen einzunehmen. Ja, schon. Das war kommend fein. So ein Ding. Warte mal, geht dir mal kurz vor. Also, trotzdem Warmung fallen, hast du gemacht. Ja, die Abdenkung habe ich jetzt auf jeden Fall. Ja, so ein Mimas. Ich wollte jetzt nicht irgendwie, dass du vielleicht das gewissen, was weiches Schlafen gegangen wäre oder so. Okay, das war jetzt nicht die Intention, was du das denkst oder so. Alles gut, das weiß ich. Wirklich? Das weiß ich. Mach dir keine Gedanken. Das machen wir schon ein bisschen. Nein, musst du dir keine Gedanken machen. Ich will auch nur nicht Barbara den Spaß nehmen und Max. Und sie ist wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass sie auch sehr müde ist. Hm. Das Fake-Thema macht mir ein bisschen Sorgen. Mir auch. Mich würde interessieren, was diese Fake-Ari anhatte. Und der Fake-Ari. Und nächstes würde ich ihn dann immer noch angucken. Also, Fake-Ari sieht aus wie ich anscheinend. Ja, super. Auch Tattoos? Nee, also wenn das ist, dann habe ich auf einer anderen Ebene Fragen. Und dann werde ich da mal nachhaken. Ari fragt, wie die Fake-Ari aussieht, was ihr verklamotten anhatte. Okay. Schwarze Jacke. Lange weiß-grau Haare, ja. Wie die Frisur auf der Hochzeit, okay. Wir treten uns in Zell die Chance, ja? Ja, bis dahin, Opa. Hm, na ja, ist gut. Weiß Bescheid, Ari wollte nur noch mal nachhaken, weil wir da doch ein bisschen Kopfschmerzen bei dem Thema haben. Ja, ich habe die beiden ja auch schon gesehen und war sehr verwundert. Ari hat hier nämlich auch schon öfters gesehen. Ja, das Problem ist, wie gesagt, wenn die Leute mit uns vertauscht werden, warum auch, ne? Ähm, und dann irgendwie... Ja, von hinten so, ne? Ja, aber Ari hat selbst aus kurzer Nähe kurz gedacht, ich wäre das, das ist also das Ding, ne? Von hinten, von der Seite. Von hinten, von der Seite. Der ist ein bisschen hässlicher, sie sieht nicht aus wie dummer. Ari sagt, er ist auf jeden Fall hässlicher als ich. Inwiefern Fiebertraum. Ich bin begeistert. Ne, gut, ich will dich auch nicht weiter stören. Pass auf dich auf, ne? Ja, ja, ich sitze im Auto mit anderen deswegen. Auch, äh, ich mach da, ne. Gut, das ist immer wirklich ein Problem. Hm. Wenn ich was muss, muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, du kannst sie, du kannst sie auch abnehmen. Ne, ach so, ne, darum geht's gar nicht. Es geht um mich als Person. Ob man mich in Tarsenorten sieht, Ari, ist mir sowas von scheißegal. Möchtest du dann im Auto bleiben und ich steig dann immer aus zum Suchen oder so? So lange wir da sind. Wenn du das so machen möchtest, kann ich das so, können wir das so machen, ja. Ja, ich will nicht, dass du dich in Gefahr bringst. Ja. Klingt das von hin? Okay? Ja, trotzdem. Kein Risiko eigentlich. Heute war eigentlich ein... Ja, okay, schöner Tag ist jetzt ein bisschen... Wir haben krasse Gespräche. Ja, wir reden später. Ja. Soweit, wie es geht. Also eigentlich hätte ich mir gerade eine ruhige Sekunde gewünscht, aber irgendwie ging das alles so schnell. Also nicht mit dir, sondern mit der ganzen Sache hier. Um einfach mal kurz durchzuatmen. Was kriegen wir heute hin? Ich hab da eine Idee. Weißt du, versteh das nicht falsch. Ich nehm das nicht immer mit nach Hause. Also eigentlich gar nicht, aber heute war es schon sehr hart. Alles okay. Selbst wenn, ich bin da. Ja. Jederzeit. Immer. Jede Sekunde. Ganz wichtig. Kleck mal kurz aus. Ein Kuss für besser. Ein weiterer Kuss für die Gans. Und ein halber Kuss für zweieinhalb Monate. So. Heute? Nee, Pi mal Daumen. Oh, wow. Besser? Ja. Hallo, Amy. Und? Wie geht's? Wie geht's? Ja, war gar nicht unangenehm. So und so. Ja, ist uns auch voll egal. Die war da, stimmt. Ja, oh. Ja, ist mir gerade auch eingefahren, als sie heimgestiegen bin ins Gade. Wie ich böse gemeint. Ich habe euch das Love-Mobil ausgesucht. Zurück nehmen wir dann in den Bus, okay? Ich frage irgendeine von den Mayhem. So habe ich ihm nicht an seinen... Hey, so schön, was ich da auskriege. Also sind wir schlimmer als... Okay, das tut ein bisschen weh gerade, ne? Ich verkehrt so, ey. Sof ich da irgendeinen von denen anquatschen. Jetzt ist eine kleine Faust und er freut, dass ich gucken kann. Ja. Aber die haben vielleicht Bier. Nee, also... Ich überlege, wie oft... Nee, lass mal. Ich mache mir gerade aber wirklich Sorgen. Jetzt stellt euch mal vor, die sehen uns auch irgendwo, da sehen mich nur flüchtig. Ich kenne die noch von damals, aber ich denke mal nicht, dass das noch ein Problem ist. Ich sehe auch völlig anders aus. Aber die machen dann irgendeinen Quatsch. Ja, aber stellt euch vor, die machen dann eben einen Quatsch, die beiden. Und das fährt auf uns zurück. Das Problem ist, es gibt irgendwelche Schriften und ich weiß nicht, ob du da drin vorkommst. Denke ich nicht. Das hat der Thilo mir nämlich erzählt. Ich bin öfter bei denen, glaube ich, die Tür eingetreten, als ich zu Gast im Yellow Jack in war. Ja, aber du hast mal das Ding, du bist nicht so auffällig wie andere. Ich bin nicht. Was für den Haufen auch gilt. Also M und Ari können aussteigen, wir warten jetzt. Okay. Cool. Ja, gar kein Problem. Wir sind ja beide rechts, ne? Ja. Wo treffen wir uns denn jetzt, wenn ich schon was? Fangen wir hier an? Oh, hier ist sicher. Hier ist schon ich auch aus, kein Ding. Ja. Habt ihr eine Tafellampe dabei? Ja. Fängt man jetzt hier an? Treffen wir uns erst mit den anderen? Okay, das ist keine alten. Ich weiß es nicht. Ich frage, ich frage. Nicht erreichbar. Max. Auch nicht erreichbar. Super. Wer von denen wird erinnert? Hilfen wir nie miteinander? Bitte? Hilfen wir nie miteinander? Kann sein. Wollt ihr euch da mal umschauen? Gerne. Ich weiß noch, dass es eine SMS ist. Achso. Alles okay. Wirklich. Weil ihr seht mir jetzt nicht so wichtig wie du, Bepi. Nö. Ja. Kannst du es suchen? Ich habe das Fluchtauto noch bereitet. Noch? Ich habe mein Fernglas und ich werde es nutzen. Denkt an, wir haben ein Geländewagen. Wir können querbeet einfahren. Ja, ich hätte es nur so gern mit den anderen noch zusammen gemacht. Ich möchte nicht, dass die mich jetzt irgendwie scheiße finden. Darauf habe ich gerade ein bisschen Angst. Du willst ja auch sagen können, dass die beiden selber fahren und wie die beiden hier aufnehmen, ist ja auch okay gewesen für die beiden. Denke ich. Also für Hamels und M. Die wussten ja nicht, dass es so wird, weißt du. Okay, ich soll Standort schicken. Habe ich gemacht. Ich habe trotzdem ein bisschen Sorge, dass Barbara irgendwie schlecht denkt. Ihr seid dann ganz andere Typen als wir. Vielleicht weiß ich das gerade. Nee, das ist nicht das, was wir meinen. Das ist halt einfach so. Es war merkwürdig. So, dass diese Schauspielerei ist nicht das Problem. Das war okay, aber irgendwie. Der Anfang war komisch. Ja, verstehe. Das ist eine Art Rollenspielen, das kann nicht jeder. Weiß ich nicht. Habe ich nie was probiert, aber... Nicht ohne dir nahe treten zu wollen. Ich glaube, du wärst darin nicht so groß. Du bist gut, du selbst zu sein. Ich würde gar nicht wollen, dass du so tust, als wärst du jemand anders. Es sei denn, die wird Spaß machen. Dann können wir es mal probieren. Nee, du hast nur gesagt, ich kann das nicht. Alles gut. Vielleicht überzeugst du mich ja vom Gegenteil. Vielleicht kannst du ja ein mexikanischer Drogenboss sein. Du weißt, dass ich schon sehr oft undercover war, oder? Meldegehorsam ist keine... Patismus ist ein bisschen weh. Was hat weh? Nichts nicht so wichtig. Ich möchte bitte in einem Loch versinken, falls ihr gerade eins isst. Du kannst in mich versinken. Was? Ich bin mal auf der Toilette. Soll ich mitgehen? Das habt ihr nicht gehört. Was? Habt ihr ein Ei gefunden? Nein. Nein. Kein Ei gefunden. Aber das Loch klingt gerade sehr sympathisch. Wieso? Nein, nein. So aus Gründen so. War das gerade sehr unangenehm, oder hattet ihr jetzt irgendwas unangenehm? Du warst schon dabei, seit der Sache Ampyr, oder? Ja, aber ich bin das gewohnt über viele Jahre. Okay, das ist ein New Normal, oder was? Nein, das machen wir jedes Jahr. Und Barbara ist das ziemlich wichtig. Sie macht das heute auch 24 Stunden lang mit den Eiern suchen? Sie freut sich jedes Jahr tatsächlich drauf. Sie wird sich am Tag, wenn sie das letzte Ei gefunden hat, wird sie sich auf das nächste Jahr freuen. und wird das immer wieder sagen. So wichtig ist ja das. Okay. Stabil auf jeden Fall. Ja. Wenn über das ich mein Leben so freuen kann. Es ist halt auch was richtig tolles. Ich nutze auch mal kurz die Chance und gehe hier, Pipi. Ja. Meistens bin ich gerade überlegen, ob ich das auch noch, weil ich so viel getrunken habe. Dauer never, na? Jetzt ist die Gelegenheit. Ich glaube, ich mache das auch richtig einig. So, ich mache das auch mal eben sofort wieder da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und? Hmm. Hmm. Das ist Ariana mit Joske zusammen, die kann keine Ausbildungsprobe. Scheiße. Ja. 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 Ich beobachte sie nicht, ich suche nur Eier, ich geh aber nicht auf ihr Grundstück, okay? Alles in Ordnung. Okay. Alles in Ordnung. Okay. Jo, ich hab den beiden gesagt, ich geh nicht auf ihr Grundstück, ich suche nur Eier, haben die gesagt, okay, dankeschön. Ähm, okay, ich wollte noch fragen, ob alles bei dir okay ist, weil ich dich aus den Augen verloren hab. Achso, wo bist du denn? Ich bin bei Hannis Deiner gerade. Ich bin gerade bei diesem Wallfang-Ding, achso, ich komm zurück. Okay. Ich komm mit. Ja. Mist, ich hab mir gerade nur was zu Snacken nochmal geholt und jetzt muss ich wirklich pinkeln. jetztão wir gleich beim fabricate. Hallöchen. Nabend. Und? Wie viele Ohren hast du bei? Ein paar. Ich habe auch jetzt einen sind rot und einen sind weiß. Oh! Das ist aber ganz schön, ganz schön hell. Eigentlich wollte ich dich erschrecken. Oh, Entschuldigung. Äh, was machst du? Was machst du da? Max? Wo hast du alte Hände? Meine Güte, du musst die mal einkriegen. Du? Hast du mal gesehen, wie viel Wimperntusche du drauf hast? Bitte? So viele habe ich überhaupt gar nicht drauf. Sieht schon rot. Das finde ich nicht in Ordnung von dir, wirklich. Wo ist mein Mann? Max, kannst du kurz hier stehen bleiben? Die beiden denken ich nicht. Okay, warte. Könnte ich das denn gefunden? Ja. Drei haben wir jetzt. Ihr habt drei Eier gefunden? Ja. Wir haben jetzt drei. Aber ich fahre auch. Alles gut. Ich bin so stolz auf dich. Joski, ich geh mal ganz kurz auf die Toilette hier bei Honey's Deiner, ja? Okay, mach das. Was? Ich bin so stolz auf dich. Jenny. Nein. Oh. Scheiße. Oh. Das heißt aber, ich könnte hier noch gucken. Wieso finden die Eier? Ich nicht. Scheiße, du bist richtig hart auf die Toilette. Ja. Bei mich. Das ist錯. Ich kann mich nicht mehr bei den Gremien Kopf klären, ich sage dir bitte, ich 나도 mal passiert hier. Ich will nee. Sag, du bist ganz wichtig. Die Gremien drumher Und jetzt muss jetzt bitte auch nicht unsere Gremien Hotel los tun. Boah, Entschuldigung, das war dringend notwendig. Ob hier mal auf dem Dach Eier sind oder gar nicht. Eigentlich gerne noch mal ein Zwiebel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kannst du jetzt auch erstmal keine Eier suchen, ne? Die Chance ist vertan. Nein, das geht jetzt aber hier nicht, ne? Jetzt bin ich aber ein bisschen sauer. Wie kann... Hä, wieso finden die die ganze Zeit Eier? Ne, das ist doch wieder eine Burgershot-Tüte, oder? Das ist hundertprozentig wieder eine Burgershot-Tüte. Alter, ich hasse diese Burgershot-Tüten, ne? Boah. Diese scheiß Burgershot-Tüten. Das sind immer diese Burgershot-Tüten, Mann. Diese Musik. Ich muss mit Ariane auch ein bisschen aufpassen, wo wir hier langlaufen. Ich glaube, ich sollte doch lieber mit den anderen zusammen. Ich glaube, ich muss mit Ariane auch ein bisschen aufpassen, wo wir hier langlaufen. Wir haben bisher noch keine gefunden. Jo und Barbara haben drei Stück gefunden. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Was zur Hölle? Ja, Barbara ist der Joker, ich sag's euch. Ich war aber an der gleichen Stelle, ich habe keine gefunden. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ja, sie sind hier rumgelaufen, an den Häusern vorbei und so weiter. Ja, ich weiß auch. So hieß es an den Autos, aber nichts gefunden. Scheiße. Moment, ich rufe dann. Ja? Gerade bei deiner Frau hier bei Hanni Steiner. Ich komme gerade hier rüber. Ja, ich fahre aus. Oh, ich habe schon gehört, die ist hier der Joker für Oster-Eier. Sieht die magisch an. Ja. Nee, aber wir sind zwar vor Hanni Steiner quasi. Was mache ich falsch? Okay, dann sehen wir uns bestimmt gleich, ja? Du musst das Ei sein, um Eier zu finden. Tatsächlich hatte Barbara das letzte Jahr so erwähnt. Sei das Ei, sei das Ei. Also ganz kurz, jetzt müssen wir alle ganz kurz hier uns ins Ei hineinversetzen. Und dann würde ich sagen, suchen wir hier den Bereich Küstenlinie ab. Und also in die Richtung, aus der wahrscheinlich Jo und Barbara kommen, ja? Okay, gut. Wir sind das Ei, das wir suchen. Moment, Moment! Also erst einmal. Ja. Ich bin das Ei. So, jetzt kann ich. Jetzt geht's. Okay. Vielleicht hilft es ja auch, sich in das Huhn reinzuversetzen. Also wo würde ich ein Ei legen? Also da wäre, ja, das schon. Aber diese Kaninchen-Sache macht mich immer noch ein bisschen wahnsinnig. Also denke ich die ganze Zeit, ja, wie ein kleiner Hase. Okay, wie ein Hase. Hm. Ich möchte nochmal betonen, dass ich an genau der gleichen Stelle war wie die beiden. Und kein Ei gefunden habe. Also irgendwas ist wirklich ganz gruselig hier. Oder ich habe wirklich einen Knick in der Puppel. Vielleicht hatten die die Eier dabei, haben sie dahin gelegt und haben so getan, als hätten sie sich befunden. Ja, okay. Das kann natürlich. Aber am Ende sind es welche von letztem Jahr. Was ist denn davon denn los? Ich? Das ist ja ein öffentliches Gebäude, ja, ne? Ja. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop. Ich habe absolut keine Ahnung, Barbara hat gerade gemacht, dass Jo ein Ei findet, das waren im Auto, Moment, oh scheiße, guten Abend, wir suchen nur Eier, darf ich hier rein? Ja na klar, okay, das ist ein Ball, das ist gar kein Ei, scheiße, nein leider nicht, haben sie denn schon Eier gefunden? Ja, oh Mann, zwei Stück stehen bei uns in der Station, aber die haben wir, ne alles gut, ich habe auch, eins habe ich, eins habe ich, die haben eins, gut, sonst hätte ich ihnen jetzt gerne noch eins abgegeben, ne alles gut, die muss man finden, das ist sehr wichtig, wegen Glückwunsch, hallo, am Stadtpark waren heute vier Stück, die habe ich gesehen, die habe ich auch da liegen gelassen, am Stadtpark, ja, ein wenkes, ein weißes, ein pinkes, ein blaues, ja, ein pinkes und ein Hasen, okay, Moment, weißen Hasen, nur tauschen wir, wenn sie möchten, wenn sie ein pinkes haben müssen, das ist was anderes, die muss man selber finden, sonst ist das, ja, das stimmt, das ist, ja, weiß ich, ich kann nicht, ist das sehr wichtig gerade, was machen sie denn, warte mal, jetzt bin ich neugierig, was machen sie denn? Eier suchen! Okay, ganz kurz, ja, ich weiß, der Dings hat keine, äh, passen Sie auf, wissen Sie, ich habe gerade über was nachgedacht, wissen Sie, ich habe gerade über was nachgedacht, finden Sie das Wort Wundwasser auch ekelhaft? Wer, ich, ja, das ist von ekelhaft, ist genau, äh, ja, okay, danke für den Hinweis! So, wo ist die Huske? Äh, weiß ich nicht, wieso? Ich habe gerade Insider-Tipps gekriegt. Oh, Stadtpark oder was? Genau, Stadtpark, ein pinkes und ein blaues und ein weißes. Meinst du, sie sind jetzt noch da? Ich hoffe, und es ist ein Zeichen! Jo, es ist ein Zeichen, die Ranger haben ihr gar einen Tipp gegeben. Mhm? Die eine hat vier Eier gefunden am Stadtpark, ein weißes, ein pinkes und ein blaues, und die andere Farbe, da habe ich schon gar nicht mehr zugehört, und sie hat sie liegen lassen. Glauben ist nicht wissen. Ja, dann! Ja, gut! Okay! Auf zum Atem, äh, äh, Stadtpark! Ja, dann sammle ich das Max ein. Okay, und ich packe unsere Beute in den Kofferraum. Oh, ich bin so stolz auf dich! Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an. Ja, oder? Aber ich will mit dir zusammen eins unbedingt finden. Ja, dafür haben wir noch Zeug, glaub ich. Ja, glaub ich auch. Das war sehr lieb. Die waren, äh, sehr nett. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt fünf. Wow! Und zehn. Los, ich bin so stolz. Du bist der Beste. Bist du sowieso Eichstörer? Du bist der Beste. Und wir sind alle die Besten. Okay, das war schon schön. Hm. 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 Hm? Es wurde einmal eins hier an der Tankstelle in Sendichons gefunden, in der, ich, aber ich weiß nicht, ob in der Nähe vom Binkus, ich erinnere mich nicht mehr, das ist ewig lange her. Okay. Wenn Barbara hat die mir davon erzählt. Wie bin ich fündig geworden? Noch nach Erhegel noch nicht? Die hatten beide mich auch sehr random angesprochen gerade. Ach so, ich habe die gerade random angesprochen. Die sind autobiogrannte, die sind sowieso, die haben mich gefühlt ausgepfackt. Echt, was haben die denn gefragt? Die wollten eine Weierzeug und sowas Vamos wissen. Siehst du, weil wir alle nämlich Konkurrenten sind eigentlich. Wir müssen auch was. Wir sind Gegner, ja. Wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Wir sind die allerbeste Wir sind Ying und Yang Ying und Yang Entschuldigung, manchmal sage ich Ying Damit muss ich aufhören Okay, mache ich auch manchmal Echt? Das verleitet einem wieder zu Mover Klingt Mover Stimmt, Ying und Yang Oder wir sind Kuro und Shiro Was ist? Schwarz und weiß Oh? Oh, wow Ich meine, das ist natürlich deine Deine Muttersprache, natürlich weißt du, wie das heißt Aber ist für mich jetzt neu Natürlich ist es für mich neu, weil ich kenne mich hier nicht aus So viel venturing kann ich Hättest du keinen Agenten-Namen gemacht, würde ich dir vorstellen, denn ich doch Shiro Mist, Mist Ich Kuro Habt ihr was gefunden? Nö Oh Dann gehört das nächste Teil, was wir gemeinsam finden, natürlich euch Sollen wir noch kurz auf die anderen warten? Hm? Ach, die steht auf? Ja Okay, dann warten wir Der Bison wäre natürlich jetzt echt schon sehr gut gewesen Hatte aber gefühlt immer einen kalten Nacken hier im Sandy Shores Weiß nicht, ob Amos das auch fühlt Ich glaube, der Motorrad da lang fährt Oh Ich glaube, der ist mir unwohl an, was Buccia ist hier, so richtig, wie es ist Okay Vielleicht sollten wir ein paar Songs über Eier singen Gibt es Songs über Eier? Ei, 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 human little butterfly Ja, viele Aber, äh, hat ja dann nichts mit Eiern zu tun, sondern mit einem Schmetterling Man muss es einfach auch mal nicht hinterfragen Ehrlich mal, Amos, kannst du mal ein bisschen weniger analytisch sein? Wirklich I will always love you Ist das auch mit Eiern? Fantasie Okay Wir müssen bei einem 24-7 halten und einen Erste-Hilfe-Kasten holen, bevor irgendein Über-Kopf-Kommt und meint uns einen reinzudrücken für Nächsten Monat Dann habe ich ein Gültiges in meinem Motorrad, ey Ja Aber erst mal zum Stadtpark Nee, nee, nee Wenn irgendwas da draußen sind, an den Fenstern und dann alles jetzt schreit Ich mache Vollbremse und U-Turn und wir überschlagen uns dabei und landen auf dem Reifen wieder Hi Okay, super, das möchte ich sehen Mhm Vielleicht probieren wir es nicht aus, weil ich gerne noch mit meiner Freundin, die Flitterwoche fliegen möchte Ah, der war nicht so groß Geht, Yoshi, stopp, gute Nacht, Yoshi Gute Nacht Eine Kostümparty Als was gehst du, Godzilla? Immer An Ariane geht als Moto Bitte was? Er ist als ein riesiger Schmetterling Ach dir, ja Ja Die sind in der Lore von Godzilla tatsächlich Seelenverwandte, die sich gegenseitig unterstützen Weißt du, was wir nächstes Jahr zu Halloween machen? Äh, dieses Jahr Godzilla und Moto Oh, okay Ja, sehe ich Wenn du das Ding kriegst, bin ich schwer, schaffst du Das sehe ich vor mir, ey, wie du dann üteinander auf deinem Balkon stehst und einfach mal so Da schreit die Godzilla, ja Mach ich Dann nehme ich mal weiß noch Schläger und holen die Nachbarn kaputt Dann sag Godzilla wütend Okay, äh, Memo und mich selbst doch keine Immobilie in den Vespucci-Kanälen kaufen Ist, äh, notiert Wie sieht denn jetzt aus mit der Immobilie? Gibt's dir jetzt was Neues? Ich warte noch auf die Antwort von Noah und, äh, per se muss ich jetzt halt, ne, mich entscheiden Auto verkaufen oder nicht Auto verkaufen Ja, Auto verkaufen Immobilie ist mehr wert als ein Auto und du hast kein Mietschluss mehr Ich hab so auch kein Mietschluss mehr, das ist ja 110 Dollar die Woche Ja, aber dann hast du gar keinen Mietschluss mehr Und all das, was du verdienst, ist dann verdienst Ja, das ist ein Punkt Und es ist schön da, die Gegend ist wirklich sehr schön Ist auch nah am Wipi-Deal Außerdem haben wir ein Deal, ne? Boom Ein Deal? Immer ein Deal Was für ein Deal? Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein Eine Abmachung Okay Mhm So Warten wir noch auf die anderen Kannst du die hier aufpacken? Taten wir den Stand auf So, jo, ich müsste noch von dem Wagen dann Fotos machen, ne? Ja Du weißt ja, wo es stört Oder? Ja Nur, dass du nicht gewundert hast, wenn er mal verschwunden sein sollte Ja, alles gut Ich bin halt am Schauen, was für ein Auto ich mir kaufe Oder ob ich mir irgendwas günstiges erstmal kaufe oder so Mesa kostet gefühlt nur 5.000 Dollar, hab ich gesehen Ja, oder halt der, hier der Terminus Was ist da ein Terminus? Ist noch nicht in der, in der Car-App, aber das ist quasi das, äh, Refresh-Modell von Mesa 4x4 Kostet glaube ich 20.000 Ne, das ist, das müsste toll, da kann ich mir auch ein anderes Auto holen Bei 5.000 wäre halt so, das ist einfach so ein Zwischending Ja, Dilettante, haben wir doch Aber kein Zwischending Ja, dann mach ich einen Mach einen, aber kann sagen, es günstiger als ein zweites Auto zu kaufen Ja, ich auch schon Das kostet 500 Dollar Ne, Tante Ich bin überhaupt 30 Dollar voll, Tante Meinst du aufladen? Ja, mein ich ja Bitte Gehen wir mal auf die Suche, ne? Mhm Muss ein Ding, muss ein Ding los Rennen 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 Pfff Pfff Ich hab' noch gar nicht gesehen, die sind ja schöner Hm, gleiche Idee, okay Natürlich Oh cool, wie schön denn das große Ei Das bin ich mit in den Karten Ich mein, da haben wir ganz viele Figuren und Statuen im Karten Ja 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 Ich Ja Da Ja Ja schon. Welche neue Lieb haben wir hier? Aha, sie folgen uns. Sie folgen uns. Wir waren vorher hier. Nein, sie folgen uns. Nein, das ist nicht wahr. Wir waren zuerst hier. Hier sind absolut gar keine... Ah ja, ich habe nichts gehört. Ne. Geh! 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 Ne, 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 ne. Ich bin hier zuerst. Geh! 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 Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben nicht gefunden! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin das Ei. Ich bin das Ei. Fahrrad wäre jetzt ganz gut. Ich hätte Fahrrad fahren sollen. Mit Joske zusammen. Das MRPD ist direkt da vorne. Und ich arbeite für das PD. Theoretisch ist es mein gutes Recht, dort reinzugehen. Und ich bin nicht im Dienst, deswegen kann ich auch mein Öhrchen rein... Nee, scheiße, da muss ich die Öhrchen abnehmen. Ich nehme die Öhrchen ab und gehe einfach ins MRPD. Hierauf kommt keiner. Ich kann nicht mehr. Ich bin keine Streifenpolizistin mehr. Okay. Rein da. Okay, wir wollen natürlich Rekruten nicht verstören. Reine aus. Und rein da. Oh. Ich finde hier ein bisschen komisch. Ich gehe mal lieber rein. Ich meine die Fotos sowieso mal schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Denke ich ihm das mal lieber und sagt das nicht laut? Hier könnte jemand sein Ei hingestellt haben. Hier gucke ich nicht. Schön an den öffentlichen Orten, wie zum Beispiel die Toilette. So. Ah. Nee, nee, nee. Nee. Boah. Kann jemand abziehen wirklich? Da suchen wir auch nicht. Oh, ist noch ein öffentlicher, mach ich. Scheiße. Mach! Mach! Ben! Das wäre jetzt aber wirklich wild, wenn das irgendjemand machen würde. Wenn, dann sollten die Rekruten das finden. Ma, ich hasse es, die Gute zu sein! Ja, genau! Okay. Wenn Joske das wüsste, will ich Ärger kriegen, was ja so gefährlich ist. Oh, ich meine, hier wohnen ja Leute, das ist ja im Wohngebiet so, da kann man ja mal durch die Gasse gehen, das ist ja jetzt nicht so schön. Oh, schwarzer, großer Wagen. Die haben bestimmt was zu bemerken. Oh, ich meine, hier wohnen, was ich meine, hier wohnen, was ich meine, hier wohnen? Da ist jemand, aber das ist nicht mein Ehemann, der wird schwarze Ölchen. Mann, Elisa, da sind ja ganz schöne Leute, ich möchte mich einfach da oben reinsetzen. Barbara, ich war überall schon, ich find keins. Hast du eins gefunden? Naja, wir haben ja schon welche gefunden. Nee, tatsächlich hier tatsächlich nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier in der Stadt noch welche sehen, ne? Ja, da hast du auch richtig Grape Seat vielleicht, was hältst du davon? Grape Seat, waren wir auch schon, waren wir auch schon. Hm. Hm, ich schau mal auf die Karte. Okay, aber kein Mouchiriat, da ist ja nämlich Verbot. Ja, nee, da geh ich auch nicht nochmal hin, ich bin nämlich nicht wahnsinnig. Wo könnte man denn mal schauen, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Hier. Egal. Äh. Ähm. Ähm. Ich seh, du gibst dir ja richtig Mühe. Ja. Ja. Warum? Alles klar? Ja, alles klar. Joske, was ist los? Joske, was ist los? Ja. Ach, ich hab nur über einen Song nachgedacht. Alles gut. Was ist denn für ein Eiersong? Echt? Über was für einen denn? Ich denk die ganze Zeit auch über ganz lustige Lieder nach. Ja, ich hab über einen Eiersong nachgedacht. Was ist denn für ein Eiersong? Ich weiß nicht. Ich glaub in Europa ist das so, wie in der Bundesparlermann-Song. Joske. Ja. Echt? Echt? Du bist wirklich was ganz Besonderes. Was? Du bist wirklich was ganz Besonderes. Ja, du bist auch was Besonderes. Alles okay mit deiner Stimme? Ja. Ja. Okay. Meiner Stimme. Okay. Das ist so far, aber okay. Ja. Unser Dumpster ist auch gleich wieder da. Wo ist der denn jetzt gerade? Wir fahren kurz Motorrad holen. Ah, okay. Was? So. Ich hab ja Kopfhörer. Ich hab grad so ein bisschen Musik auf einer anderen Plattform als Venture Music gehört. Die lösche ich immer wieder raus, die Scheiße. Die heißt Rose Playlist. Keine Ahnung, worum's da geht, aber die Musik ist echt witzig. Okay, gut. Ja. Also, äh, wo wollten wir hin? Code Center oder so, ne? Code Center, ja. Aber da denken nicht auch Leute, dass da was ist? Ja, wahrscheinlich. Aber wo denkt denn niemand dran? Da kommt jemand mit nem Cowboyhut, glaub ich, lass ihn verprügeln. Wo? Aggression. Hey, wo denn? Der ist schon verprügelt worden. Nee, 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 ist er nicht. Nee, ist er nicht. Doch, lass mich andre hab'n bisschen. Geht es dir gut? Glaub ich nicht. Go ahead Wyatt! Sollen wir ihn mal fragen? Oder Der sieht aber ein bisschen böse aus? also cowboy hüte sind für immer versaut für mich es geht einfach nicht und das macht mich auch traurig weil also das vorher kannte ich nichts erotischeres wirklich das leben ist ein art ist so ich schaue jetzt auf meine karte auf mein praktisches mobiltelefon vielleicht könnte man noch schauen in der saus bestimmt hat die nicht in der saus ist noch weiß ja vielleicht ist da ja was es ist ein bisschen ich habe ein paar orte gehabt wir sind ja ich habe ich das gefühl die verfolgen ja die haben auch zu mir gesagt wir verfolgen die der mit der genau die mit den schlechten klamotten geschmack ja glaube ich auch das war nicht gut aus oder so was ist mit den anderen zwei okay guck die kombination an die ist halt echt nicht gut ja vor allem bei der dame wer wird denn so einen oberteil tragen ist ja ganz schuldig aber das oberteil ist ja nicht schlimm aber die kommt jetzt so mit einer hose mit kette dran ist ein bisschen komisch du hast so ein oberteil oder bitte du hast so ein oberteil ne ich habe sowas mal getragen das war als ich dir erzählt hatte was er die teiler gefragt hat möchtest du mein monkey sein das war so die klub kleidung damals ich war noch eine andere ok ich hatte noch kein mode ich niemals ein stürmer ein stürmer ein stürmer kann ich ja mal schicken ne bitte nicht ich weiß nicht kannst du immer privat hören ok musst du mir mal schicken ja du alter keks du alter du alter superfruh ne hä alter ist doch kacke oh ne nein also das ist nicht im sinne von alt sondern du alter keks du alter müslischale ja ja ein stürmer was ist mit dem mit dem müslisch lecker ich schlürf nicht halt lecker mag ich halt ich nutze mich ganz gern sag das bitte niemals vor anderen leuten dass du nicht gerne schlürfst weil das könnte wirklich für ganz komische gespräche sorgen ok warum mach das denn einfach nicht was ist denn jetzt daran so schlimm ja dann sag's mal gleich ehmils dass du deine frau gerne schlürfst mal gucken was dann dann sag ich ihnen das gleich ja war da nicht irgendwas mit dem natur sekt nein 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 das vergisst du jetzt ganz schnell wieder weil ich ich dachte ich hätte das als motto party gemacht mit dir an dein geburtstag nein wir machen bist du warte nicht nein nein ich dachte das hat was ich werde das nicht erklären was es ist Josko ok es ist nicht das was ich geklärt habe aber es ist was ganz also ich werde das nicht erklären und das werden sie auch definitiv niemals tun also dass das was nicht so gut ist bitte frag nicht Barbara ok 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 proleten doch mein Gott du hast was ganz anderes gemeint oder Ariane für oh mein Gott weißt es nicht schlürfst du gern Müsli Müsli ja Müsli Oh du hast was ganz anderes gemeint oder Ariane he nein oh Gott Magst du was? geh einfach Josko komm wir gehen bei Kowalski in den Garten ähm Herr Kowalski Nee, Barbara wohnt ja auch schon halb hier, ne? Äh, oh, nee. Ja, das Tor ist ja offen. Ja, machen wir das Tor, ja, genau. Kein Ei, nur ein Auto. Oh. Klingel mal an, vielleicht ist er ja da. Klingel mal an. Ja, auf jeden Fall nicht da. Oh. Wissen Fenster hat mich vertanzt. Wir müssen beide, dass es nicht gut ausgehen wird. Wir gehen die andere Seite lang. Äh, ja. Wir sind sehr hoch. Ich geh mal dort an den Baum. Oh, Quatsch, gestört das nicht. Ich hab auch das so... Äh, Moment, Moment. Mein Mann ist auf der Rette und hier ist gerade nichts. Ich muss ja sagen, er kackt gerade in Kowalskis Garten. Äh, nein, Pipi. Hä? Okay. Ich... Seh ich da gerade was? Oh Gott, das ist aber hier ein bisschen schwierig. Scheiße. Scheiße. Mach ich denn jetzt? Oh Gott. Mach ich denn jetzt? Ja, aber ich kann es nicht nehmen, weil das ist ja Grundstück und so... Ich bin der viel bessere Mensch hier von uns beiden. Ich hab das. Er hat es einfach genommen vom Grundstück. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das passt schon. Was? Gar nicht. Es wurde fallen gelassen. Mann, ey. Dreh mich auf. Von mir fährt niemand etwas. Was? Gerade Gangs 1? Okay. Keine Gangs 1. So, du hast das eigentlich genommen. Äh, 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 ähm. Hm? Äh, ich wollte... Äh, wir sollten die Bieger machen, rufen wir Juska an. Ja, der ist pinkeln gerade. Hm. Ich hab nicht ganz gecheckt, was die gemacht haben. Fahrt schon mal los. Geht schon mal, äh, in den Wagen. Und Barbara, schnell. Die müssen weg. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, dann ruf sie an. Und die müssen weg. Was haben die gemacht? Ruf, ruf doch... Fank doch einfach. Ich bin alleine hier. Ich will nur wissen, was die machen. Wieso bist du gar nicht so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ich hab nur gesagt, ruf Barbara an. Das wäre gleich richtig. Doch, ich frag dich. Und du sagst, du ruf doch einfach an. Nee, der frag nicht. Meine Güte. Sie gesagt, ich war nur noch Gangs 1 gezeigt. Nicht wegen dem Ei. Keine Sorge, Ari. Ja, ja. Ich dachte nur nicht, dass sie es gesehen haben. Und deswegen jetzt keine Ahnung. Drei Bier ergeben. Komm zurück, wir fahren los. Und weiter. Schon cool, dass man die häschen Ohren hier so auch auf dem Helm setzen kann, ne? Mehr Aerodynamik. Mhm. Wenn sie mal... Nee, Kram, ne? Ja, ja. Gut. Auch einfach stark, dass das eingearbeitet ist. Aber für 150 Dollar erwarte ich das auch irgendwo, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon ein stolzer Preis. Warte, warte, sei ich genommen. Ich komm da immer noch nicht drüber hinweg. Sehr schön, wo sitzt Barbara? Ja, wir sollten auch hier sehr zügig verschwinden. Gab's schon... Ja, komm mal, jetzt wieder Zucker, weiß die Sau, bitte. Ja, komm ein Stück zur Seite. Ja. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch. Da wird zumindest Bescheid gegeben. Ja, sie hat jetzt auch angerufen, aber nicht geantwortet. Gut, wir sollten hier schnellstmöglich... Ja, deswegen will ich ja, dass Barbara kommt. Max, ruf sie nochmal, mach mal ein bisschen Druck. Ich glaube, sie ist auch gut. Guck mal, wenn Polizisten ein bisschen nervös sind, dann sollte die das doch eigentlich zeigen, dass es gerade nicht gut ist, wenn wir hier sind. Ich hab's doch gar nicht hinterfragt. Ich wollte nur wissen, was los ist. Meine Güte. Ja, es gibt Sachen, die kann ich halt nicht so sagen. Es ist schwieriger gewesen, besonders für mich. Ja. Ja, wir müssen... Also, hier können wir echt nicht suchen, Ari. Ja, alles gut. Alles gut, verstehen. Auch für die beiden ist es zu... Ja, ich würde mich jetzt interessieren, wo Barbara ist. Ja. Ich könnte trotzdem noch ein paar WhatsApp suchen nebenbei, bei unserem Haus war ja auch plötzlich ein Hase wieder, ne? Mhm. Ja, ja. Grape-Seed vielleicht? Ein Stück noch, ja. Hochgepuckert. Ja. Maze-Man könnte halt auch noch was sein, ne? Maze-Man-Müder, ja. Du kaufen auch. Vielleicht hier... Ah, da hinten kommt Barbara. Parkhäuser. Oh, ja, stimmt. Selbiges Parkhaus können wir noch gucken. Ich meine, es ist... Mh... Mh... Gehört das nicht zum PD? Ich hab da immer... Nein. Nein. Ich glaube... Oh, oh, okay, okay. Einfach nein. Ganz... Stamm-Platz mal gehabt. Okay, alles klar. Da gab es mehr als 1099 und alles tatsächlich. Ja, dann Maze-Bank Arena oder was? Äh, ja. Maze-Bank Arena... Arena meine ich, Entschuldigung. Maze-Bank Arena. Arena, ja. Uh, die Eiersuche ist dieses Jahr ein bisschen komplizierter jetzt, wo ihr dabei seid. Echt? Ach so. Meinst du... Also ich hab hier nie Ärger mit den Leuten gehabt. Mit dem Hintergrund, den ich jetzt hab, ist ein bisschen anders. Ja gut, jetzt bist du ein Teil vom PD und ein Teil von mir. Ja. Ich weiß. Ich hab gar nicht so Probleme mit den Leuten. Ich hab grad ein Ei gefunden. Echt? Oh. Ich hab es nicht genommen. Nein, es war ein sehr besonderes Ei. Es war auf dem Grundstück von dem Haus gegenüber bei Kowalski. Und dann ist Herr Miller gekommen und hat gesagt... Wir gucken mal, ob du spät dann nochmal... Er hat es einfach genommen. Weißt du, ich hab es nicht genommen. Ja, aber das ist halt auch kein Grundstück gewesen. Ich wollte es nicht gemein sein. Und dann kam Herr Miller einfach... Äh, Amy ist einfach das genommen. Vor meinen Augen. Drecksau. Die Eiersuche ist doch keine... Rücksicht auf Verluste. Ja, ich wollte es aber mal gut sein. Nein, ich bin auch im MRPD. Habe ich ein paar Orte ausgelassen. Weil ich dachte, denn die Rekruten sollen das finden. Ich hab auch meine Ohrchen vorher abgenommen, ne? Okay. Sumimasen. Alles gut. Weißt du, warum ich das erwähnt hatte? Joske, es ist wichtig, dass du sowas erwähnst. Ich bin, ähm... Ich wollte vermeiden, dass du Ärger bekommst. Ja, weiß ich doch. Ja, bei allen anderen wäre es mir egal. Aber ich wollte auch nicht, dass du jetzt das schreibst. Dass du Geld halt so... Ich glaub, Walter wird doch eh nicht das Geld nehmen, oder? Nee, hat er auch gesagt. Macht er nicht. Aber ich will trotzdem so ehrlich sein. Ja, okay. Ich dachte kurz, du bist irgendwie ein bisschen böse auf mich. Nein, überhaupt nicht. Du musst mir sowas sagen. Ich bin oft sehr ungehalten, weißt du? Ja, ich will aber auch dich nicht einschränken. Und deswegen sollst du ja losgehen und jagen. Okay. Mann, wieso sieht ja alles aus wie Eier? Ja. Haha. Hey. Alles okay? Ja, alles gut. Hast du dir Gas gegeben? Ich bin nicht im Spot, okay? Ich habe nicht unendlich Luft. Ari? Ja? Eine Sache ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Was habe ich gemacht? Bitte sei immer du. Bin ich denn? Dich verstellen, dich nicht zurückhalten, sei einfach du. Ich mag das Komplettpaket. Was? Hast du wirklich? Das Komplettpaket Ariane Koyama. Hm? Hast du wirklich? Das ist dir wirklich wichtig, oder? Das ist mir sehr wichtig. Weil du du bist. Und ich mag dich so, wie du bist. Joske, ich habe heute von jemandem was gesagt bekommen. Ja. Und die Person hat vorher gesagt, das Gespräch ist jetzt hier offiziell beendet. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat die Person gesagt, haben mir Komplimente gemacht und gesagt, dass ich ganz viel ausgewechselt wirke und dass ich sehr glücklich wirke. Und ich glaube, so durch die Blume gesagt, er war selbstbewusster in dem, was ich tue. Und dann wurde gesagt, wenn die Veränderung, wenn das zum Beispiel ihr Mann ist, der sie da unterstützt hat oder so, dann richten sie ihm meine Grüße aus. Und dann habe ich kurz Spruch über Labus gelassen. Dann hat er gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört, du musst aber lachen. Und ich wollte dir das einfach sagen. Habe ich mich sehr gefreut. Du hast einen positiven Einfluss auf mich. Das ist so. Hm. Habe mich auch gefreut. Du hast einen guten Einfluss auf mich. Das hast du ja auch als Reden öfters gehört. Ja. Und deswegen gibst du mir jetzt deinen kleinen Finger. Du versprichst mir, dass du immer du selbst bist. Raste aus. Zünd Bäume an, wenn du deine Eier hier suchst. Das ist mir egal. Ich finde es gut. Ich mag es. Warum ist der so süß? Das ist ja schrecklich. Schon wieder furchtbar, ne? Ja, ich glaube, hier finden wir tatsächlich keine. Da müssen wir jetzt in jeden Ding hier rein, ne? Ja, ist schon sehr, sehr süß, ey. Aber auch wenn er das nicht gemacht hätte, würde es zum Charakter passen, so, ne? Immer sehr unvorhersehbar. Bei Herr Kurayam. Oh ja, beide haben sich, habe ich ja heute gesagt, so, dass irgendwie ich Ariane gar nicht anders spielen wollte und sowas alles. Aber irgendwie ist das wohl so, dass das automatisch passiert, je nach Charakter. Ach, da hat er halt einen guten Einfluss auf sie, ne? Keiner, aber ich muss es ab und zu machen. Ja. Ich glaube, hier finden... Boah, ich denke immer, diese Lampen sind Eier, ne? Ja. 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 Ich glaube nicht, dass hier Eier sind, Ariane. Hast du... Okay, ich glaube dir, du hast diese Anziehungskraft. Wo sollten wir als nächstes gucken? Naja, irgendwo, wo manchmal Menschen sind, ne? Tankstellen, irgendwelche... Was ist los? Du hast so viele Eier schon gefunden und Herr... Herr Miller... Ich habe auch schon ein, zwei gefunden, wo ich euch eben sagen wollte, wo sie sind. Aber dann sollte ich dringend kommen, deswegen habt ihr sie jetzt nicht. Ja, das ist... Wir müssen da leider weg. Hörst du, gegenüber von Kowalskis Haus... Da war ein Grundstück, da war ein Ei, das habe ich noch nie so gesehen. Also ein weißes mit so schwarz, als hätte man mit Edding drauf geschmiert, ja? Und dann bin ich da hin, bin rüber, habe gedacht, ne, ist ein anderes Grundstück, da darf man ja nicht drauf. Und dann kam Herr Miller einfach und habe das Seil von meiner Nase genommen. Ich habe das einfach genommen. Weißes mit so einer Schrift? Ja, mit so einer schwarzen Schrift drauf, das habe ich noch nie gesehen. Ah, okay. Ich habe es nicht genommen, weil ich nicht scheiße sein wollte. Jetzt bin ich... Nicht das Weiße mit dieser Oster... Kennst du das Weiße mit der Osterschrift? Ne, also keine Ahnung, wie das aussieht. Das war so ein bisschen, als hätte jemand mit Edding draufgeschrieben. Ah, okay. Ja. Also ich glaube, ich weiß, welches es ist. Oh, okay. Ja. Also, wir folgen deinem Ruf. Wir folgen deinem Ruf. Ja, ich bin aber langsam mittlerweile, ich weiß langsam auch nicht mehr, wohin. Ja, du warst schon unterwegs. Mir fällt nichts ein, die Saus. Also ich glaube, da sind noch ganz schön viele, aber wenn wir da weg sollen, weiß ich gerade nicht, wo. Und Jost hat gesagt, wir sollten dennoch die gleichen Orte nochmal abfahren, denn als wir bei uns zu Hause waren, war da ein Häschen und hat ein Ei gepickt. Ja, ich habe ja auch eins vom Osterhasen. Vielleicht Kanäle bei euch, vielleicht um die Ecke, da? Ja, da ist auch so ein bisschen schwierig, aber vielleicht können wir ja nochmal Code Center dann gucken. Oder wie gesagt, Barbara sagt, da wo viele Menschen sind, dann mal hin. Was hat Barbara gesagt, wohin? Wo Menschen auch mal vorbeikommen, ist glaube ich logischer, ne? Ja, denke ich auch. Die ist ja, nee, also, ja, es sind sehr viele Menschen immer, ne, aber ja. Ja, Code Center kann ja auch sein, dass das mal jemand vorbeikommt. Ey, Miss, kannst du Barbara mal das Ei zeigen? Äh, ja, warte. Aber nicht tierisch sein und essen, ne? Äh, ja, ähm, ja, schwierig gerade mit dem Zeigen. Äh, okay, ja, dann, ähm, okay. Und das mag die, ich glaube, dann... Ja, habe ich. Hm? Wow. Was? Ja, halbzeit bereit. Okay. Ein bisschen übertrieben, ne? Sind nur Eier. Hast du dir das ganz genau angeguckt, das Ei? Ja. Was stand da drauf? Was genau, ja, nee, das kann ich nicht erkennen, was genau da drauf stand. Aber auf jeden Fall ist es draufgeschrieben. War das schwarze Schrift oder braune? Äh, braune. Ah, okay. Ja, weiß ich Bescheid. Okay, dann... Was steht da auf dem Ei drauf, wenn du Bescheid weißt? Ist da. Hihi. Sie kennen alle Eier. Ich habe das genauesten studiert. Ich habe einen Katalog zu Hause, ne? Ich habe alle sechs gesammelt. Alle Eier erfasst, ausgemessen, gewogen, gewichtet bestimmt. Ja, auch alle einmal gegessen mindestens. Also ich weiß, wie sie schmecken, wie sie aussehen, wie groß sie sind. Super, auch super. Ja, ja, Katastabladen. So ist es. So, wo schmeckt's? Keine Ahnung. Sobald er wieder da ist, würde ich mich auf jeden Fall verabschieden. Oh, okay. Ja, ich würde mich dann... Die Falle. Ich hoffe, Max ein. Piep, piep. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja? Ja. Äh, ja. Pann dich auch. Muss ich auch mal anlehnen, ne? Ja, nur nicht genau. Alles gut, Ariano? Ja, alles gut. Ein Mann wie ein Baum. Keine, keine Regung hier. So. Ist ein bisschen schwierig mit dem Overall, der ist manchmal so ein bisschen eng. Hm. Ja. Ja, bevor da irgendeine Naht aufgeht, ne, die nicht aufgehen soll. Ja, besser ist. Bisschen erst mal zurechtzupfen, so ein bisschen. Und wo ist Max? Ja. Ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Okay. Hast du was gefunden noch, oder? Weiß ich, ne, 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 aber wir sind ein bisschen weiter wahrscheinlich. Ich weiß gerade, was halt noch so Orte sind. Also ich sag mal klar, hier um Little Soul rum, hier in Young Tank Stelle. Aber das wird ja abgegrast sein wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich weiß schon mal sehr viel, wie beim Genki, aber da auch nicht. Observatorium. Da werden wahrscheinlich auch ganz viele geguckt haben. Vermutlich, ja. Armin, man kann ja trotzdem nachschauen. Kostet ja nichts. Oder hier beim Weinwurtsschild an den Buchstaben. Oh, da vermeide ich immer hinzugehen. Da sind so viele Leute gestorben, hab ich immer gehört. Und deswegen hab ich Angst, dass es da spucht. Ich bin sehr aber gläufig. Ja, ist doch ein Schutzthallesmann von mir. Der beschützt dich davor. Nicht, dass der irgendwann zerbricht oder sowas, ne? Oder hättest du dich gerne aufschauen. Dann machen wir einen neuen. Okay. Wie gesagt, ich würde uns dann verabschieden. Vielen Dank und sorry für das Missverständnis am Anfang. Schlafen Sie gut. Alles gut, alles gut. Ich werde zwar noch drei Nächte von träumen und mich schämen, aber sonst ist alles gut. Also ganz kurz noch, also war mega lustig, ne? Sorry für das Missverständnis am Anfang, aber wie gesagt, für das nächste Jahr sind wir dann auf jeden Fall im Spirit, okay? Da wissen wir, wie der Hase läuft. Oder hoppelt. Ich glaube, es wird ein nächstes Jahr nicht geben, wenn ich jedes Ei hab. Oh nein. Es wird immer ein nächstes Jahr geben, Barbara. Dann muss ganz dringend aus dieser Stadt ausreichen. Ich muss auf einen Brief an der Osterhasen schreiben, dass er neue Eier produzieren muss. Wer weiß, ist vielleicht eine Idee, ne? Es müsste drei goldene Eier auf der Insel geben. Drei goldene Eier. Was meinst du, wie viele Leute Eier suchen? Weiß ich nicht, aber warum gibt es das eigentlich nicht? Ich denke mir immer, dass es gibt die Eier. Oh, das wäre genial. Oh ja. Richtig wertvoller einfach. Nur drei. Einfach aus solidem Gold, so. Aber dann habe ich keins und muss die Person töten, die es hat. Das möchte ich nicht. Ja, genau, daran habe ich gerade auch gedacht. Before all einfach, ne? Ich meine es ernst. Ich würde mich mit dieser Person anfreunden und so lange eine gute Freundschaft vorheucheln, bis ich dann nach Hause komme zu denen. Dann ist es weg, das Ei. Und ich auch. Über alle Berge. Zurück in New York. Mit sieben Eiern. Naja. Oh, sieben ist auch die heilige Zahl. Es muss noch ein siebtes geben. Ja, stimmt. Ja. Viel Erfolg. Viel Erfolg euch noch, ne? Tschüsschen. Hallo. Guten Abend noch. Sumi. So. Jetzt. Super. werden wir alle Eier noch finden. Code Center. Okay, alles klar. So ist es. Mhm. Mhm. Du hast also noch ein Ei gefunden, hat mir Barbara gesagt. Mhm. Das ist im Kofferraum. Also gerade meine ich. Achso, ne, gerade nicht. Oh. Nur oben ist ja nicht schloss. Ah, okay, alles klar. Hab ich erst gefunden, ne? Hab ich nicht, ne? Ne, sie hat mir gar nicht gesagt. Ne, ne, deine Tiers schon präsentiert. Erstmal kontrollieren es noch alle drin. Präsentierst mir also dann deine... Bitte? Ne, alles gut. Das Auto ist sehr groß. Ja. Entschuldigung. Was notiere ich? Ich wollte dir sagen, du präsentierst mir dann also deine... Ah, ja. Also die liebe ich dir dann und dann darfst du dich ausleben. Meiergarten. Ja. Kortzentaner, ne? Genau. Bist du müde? Ne. Ich höre das aber an deiner Stimme, dass du müde bist. Deswegen beschließe ich gerade, dass du müde bist. Ne, ich bin nicht müde. Ich höre das an deiner Stimme, Jooste. Ich bin nicht müde. Ich höre das an deiner Stimme, Jooste. Ich höre das an deiner Stimme, Jooste. Bist du müde? Okay. Elf mal elf, Jooste. Und mit einstwanzig. Ari? Das weiß doch jeder. Siehst du, bin ich müde. Offensichtlich nicht. Stimme, Entschuldigung. Was ist hier? Wir sind bei den Tanks. Da können wir ja auch nicht so drauf. Ach, du meinst hier beim Helipad? Ja, aber da dürfen wir auch nicht so drauf, oder? Nicht drauf, aber wir können mal rüberleuchten und schauen. Wir können aus den Seabricks alle Eier da klauen, damit der Namuskanz... Da ist das, ne? Ne, lass mal lieber nicht drauf. Ne, ne, drauf auf keinen Fall. Wir haben gerade keine Uniform an. Also grundsätzlich kann man da als Privatperson natürlich drauf, aber... Das ist ja irgendwie unsinnig. Bippidi-bappidi-boh. Da tanken wir einmal. Ja, da tanken gut. Tankstellen sind fantastisch. Mh. Eins gefunden und Herr Miller hat's gemacht. Ach. Eier. 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 Er. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Leider nicht. Wir finden noch was. Okay. Kotz. Enter. Genau, genau. Wer von uns beiden soll müde sein? Frag nochmal so in den Raum. Herr Kurayama, bei mir ist das tatsächlich Normalzustand, möchte ich sagen. Ja. Nee? Genau. So ist es. Folgen wir wieder die Regeln, Miss Kurayama. Ich esse ihr Ohr auf. Ich schlabber an ihrem Ohr rumpf. Okay. Okay. Was macht das mit dir? Ich bin verunsichert. Manche Menschen mögen das. Okay. Ich hab dir so Gedanken drüber gemacht. Was ist hier mit dem koreanischen Denkmal? Ich kann mal rumfahren, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was finden, ist so gering, denke ich. Aber man kann ja trotzdem kurz schauen. Weil ein Guest von dir ist immer ein guter Guest. Nee, ich bin nicht so gut darin. Barbara hat da mehr. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, hier würden die auch nichts hinlegen mit Respekt vor der Kultur und so. Bist du dir da hundertprozentig sicher? Nein. Wir finden noch welche. Ja, drei Stück wären gut. Mindestens noch. Eigentlich fünf, aber drei ist auch okay. Ja, jetzt bockern wir schon ein bisschen niedrig. Ja. Ich muss aber sagen, ich fühl's heute nicht so wie sonst immer. Aber in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht will ich einfach mal privat ein bisschen rausgehen. Okay. Wo? Liegt das vielleicht doch an, dass wir da so ein bisschen unsichert waren? Nee, es ist so... Nein, das ist wirklich nicht. Okay. Aber ist die Suche nicht noch heute? Also... Nee, das ist die ganzen Tage. Je nachdem. Also wir haben auch schon ein paar Wochen danach oder so gefunden. Oh. Krass. Okay. Das letzte Ei. Das wollten wir... Der französische Junge war David. David de Roi. Und er konnte nicht dabei sein. Deswegen haben wir für ihn ein Ei. Und das haben wir ihm auch irgendwann übergeben. War sehr schön. Monate danach. Hat er es dann bekommen. Das ist schon süß von euch. Hm. Wir hatten alle zusammen. Bist du? Nicht. Wollte nur mal schauen. Hier habe ich früher mein Auto versteckt, tatsächlich. Als wir damals die Bedrohungsslagen durch die Mafia hatten. Oh. Deswegen ist es manchmal kein verkehrter Guess. Aber wir müssen das im Code Center rum. Und die lassen dich jetzt aber in Ruhe schon seit engeren? Ja, schon sehr, sehr lange. Hier darf man gar nicht lang fahren. Wurde mir immer gesagt. Dann wurde mir gesagt, man darf. Dann wurde mir wieder gesagt, nein. Und deswegen fahre ich hier immer lang. Man darf hier mit 10 mph langfahren. Man muss ja nur vorsichtig sein wegen den ganzen Leuten, die hier rumlaufen und so. Ja, natürlich. Dann Eingangsschraße. Nämlich auch gefragt, wie hier angeliefert wird. Aber das ist egal. Das ist eine lange Diskussion mit verschiedenen Offizern. Du weißt doch, wie es das ist bei uns. Der eine sagt das. Der andere sagt das. Ganz doof. Da, wo Lamus wohnt, wo ich ja auch eine Zeit angewohnt habe, können wir da nur vorbeifahren, weil da hatte ich mal ein Ei gefunden. Ja, können wir machen. Hier in der Staatsanwaltschaft könnte auch Eier gewesen sein, habe ich gehört. In der, ähm, in dem Gebäude. In einer alten Staatsanwaltschaft. In einer alten Staatsanwaltschaft, meine ich ja. Ja, ja. Genau, hier oben hatte ich eins gefunden. Willst du kurz rausflitzen? Ich werde mich trotzdem vorhin mal kurz hier rumgucken. Soll ich jetzt weiterfahren? Nee, nee, alles gut. Gut, ich mach das ganz schnell. Oh, scheiße. Ey, was ist das denn jetzt? Ey, ist das schon immer da? Kein Ei. Okay. Dann fahren wir erst mal weiter. Mhm. In der festen Überzeugung, wir werden noch gleich zu können. Hier wurde ich mal zusammengestarrt. Wen müssen wir in die Wüste bringen? Keine Ahnung. Oh, diese Burgershot-Tüten. Joske. Diese Burgershot-Tüten, ne? Ist ganz schlimm. Ja, ich hatte da auch schon mal ein, zwei Erfahrungen. Die sind so schlimm. Hatte ich gerade nämlich auch wieder. Ja, hatte ich auch so. Zehnmal gefühlt schon. Ja. Werden die beiden am Eier gefunden. Hundertprozentig. Mit Randhüten sind es zu langsam. Und dafür genieße ich das mit mir. Jede Sekunde gerade. Ich auch. Mein ab und zu hat dich. Ja, ab und zu sind dich heute gefreut. Und das gibt mir gerade so viel. Ja, ich... Ich versuche es zuzulassen, alles. Aber mit dir zusammen schaffe ich das. Nichts. Mit dir. Ich möchte das ja. Du bist sehr süß. Sagst du mir halt andere Perspektiven. Ja, das war heute ein bisschen zu viel am Anfang von der anderen Perspektive. Aber ähm... Ich bin manchmal für jeden Schabernach zu hafen, weißt du. Ja, das finde ich gut. Das finde ich ja cool. Generell an euch. Ich brauche halt nur leider da so... Ich weiß. Und du musst noch mal extra ein bisschen aufpassen. Das weiß ich ja auch. Ja. Leider bei manchen Sachen schon. Du hast ein großes Wanted auf deiner Stirn stehen. Hm. Wanted bei Ari. Das ist ja ein schönes Wanted. Hm. Sag, wenn du schlafen gehst, möchtest du dich mit? Ja. Ich bin wach. Hellwach. Was ist denn? Ja, ich bin wirklich hellwach. Mach dir keine Sorgen. Ja, bin ich mir nicht so sicher bei dir. Ich kenne meinen Ehemann. Nein, ich bin hellwach. Wirklich. Dann lass uns mal umschauen. Aber am besten nicht auf dem Tag. Nee, nee. Das ist mir auch zu... Nee, ich mag das da oben nicht, weil... Ich war da schon ein paar Mal oben, aber es kam immer so vor mich einen blöden Schritt macht, dass es nicht gut ausgehen kann. Auch wenn alle sich da immer sicher fühlen. Ich bin mich da nicht sicher. Es ist sehr windig dort oben. Juste Kurayame. Ariane Kurayame. Wie das Leben so spielt. Jetzt suchst du mit Ariane Ostereier. Und das macht Spaß. Und ich habe mir Aja gefunden dazu, glaube ich. Ich habe eins gefunden und dann nimmt es einfach Amos vor meiner Nase. Kacken, dreist aber. Ich sage, nee, ich kann das halt nicht nehmen. Ich stand davor, ich kann das halt nicht nehmen, weil es ist ja auf einem anderen Grundstück. Ich will es auch nicht gemeint. Ich sagte, okay, ups. Und ist weggegangen. Ist einfach weggegangen, Joskel. Es hätte das sechste sein können. Hätte das sechste sein können. Das werde ich ihm lange nicht vergessen. Irgendwann werde ich es ihm zurückzahlen. Du kannst es einfach aus dem Haus mobsen beim Umzug. Nee, nee. Von seinem Grundstück. Was geht das? Ja gut, wenn er wirklich das Ei auf sein Grundstück packt, ist es weg. Das sage ich dir. Das will ich wohl. Wir müssen das Grundstück definieren halt. Oh, Max hat ein Ei. Max, du benimmst dich verdächtig. Wir haben schon durchgeschaut. Hier ist nix. Ist das so? Ja. Hundertprozentig so. Max, komm aus der Richtung. Na, ich will auch nicht nach oben. Nee, das ist ja okay, das hier oben. Ist oben bist du cool? Ach, weiß ich nicht. Hey, weißt du, Max hat in den Irrgarten geguckt von oben? Das könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen für dir guckend. Ja, von Irrgarten muss man richtig reingehen, wo man genau suchen kann. Soll man das machen? Max steht nicht umsonst da. Max hat Barbara angerufen. Irgendwas ist da nicht richtig. Oh, ich glaube, Max ist da auf mich. Warum? Weil immer, wenn ich Max was sage, so ein bisschen PD-mäßig, so gerade so, hey, Max, ruf Barbara an. Und wir müssen hier weg. Dann haben wir immer das Problem, dass Max dann so ein bisschen so, warum, was ist denn? Dann sage ich, nee, komm, bitte ruf Barbara ganz schnell an. Und dann sagt Max, hä, warum bist du denn jetzt so? Was ist denn? Und so, und dann kriege ich immer einen Hippel. Weil das ist eine Situation, wo man nicht nochmal nachfragt, sondern vielleicht mal kurz vertraut, dass das Sinn macht, wenn ich das sage. Ich glaube, deswegen ist Max das aber auf mich. Das ist leider der Fluch an unseren Job halt, ne? Ich überlege gerade, ob es irgendwann mal einen Zeitungsartikel oder einen Newsartikel von uns gab, wo wir die Gebiete aufgezeichnet haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil dann nur gehst du da mit die Interna. Ja, stimmt. Und dann wäre es halt okay. Aber ich bin mir wirklich gar nicht sicher gerade. Ja, sicher ist sicher erst mal nichts. Ich bin nur, nicht, dass irgendjemandem von den beiden was passiert. Deswegen... Also, er wird es schon verstehen. Vielleicht braucht er mal ein bisschen. Vielleicht, um das zu realisieren. Ich wirke immer sehr kratzbürstig in so einem Moment, weil ich dann einfach... Weil das dann so... Weil ich das nicht mag, wenn ich noch was erklären muss. Weil ich kann es ja eh nicht erklären, weißt du? Und dann machst du halt Sorgen auch um die dann. Voll. Voll. Also sehr, meine ich. Ein bisschen wie im Großendorf, ne? Ja, nicht ganz. Ich möchte jetzt was wissen. Ja. Wir sind im Großendorf. Und wir haben jetzt gerade Zeit für uns zu zweit. Aber ich habe dir meine Liebe nicht gestanden vorher. Was passiert? Dann hätte ich deinen perfekten Ort gesucht, um dir meine Gefühle zu gestehen. Aber wie? Das bleibt dein Geheimnis. Hey, Moment mal. Ich kriege das Geheimnis aber niemals raus. Das ist aber ein bisschen doof, ja? Und bitte, Josuke, sag mir das. Nein. N-n-n. Warum denn nicht? Hm? Wie macht ein Josuke Kurayama das? Ja. Ich... Hör doch mal. Ich lasse dir in deiner Fantasie dort freien Lauf. Okay, meine Fantasie ist so. Du geile Sau. Jetzt hör mir mal zu. Du bist mein und ich bin dein. Hast du gehört? So, und jetzt kommst du mit mir mit nach Hause und ziehst ein. So, in etwa. Das hört sich auf jeden Fall nach Josuke Kurayama, oder? Wenn du mir nicht gegenteilig sagst, ist das jetzt meine Wahrheit. Dann ist das jetzt erstmal deine Wahrheit. Boa, Josuke, Mann! Boa, Josuke, Mann! Ich bin der Korayama. Du bist der. Sagst du es mir jetzt? Nein. Bitte. Nein. Ich lasse wirklich mich aus dir raus? Nope. Mann! Mein Telefon klingelt. Gemeiner. Ja? Ich fahre Max kurz nach Hause. Er ist müde, ja? Okay, ist Max sauer auf mich? Nee, Max ist nicht sauer. Warum? Da habe ich gerade das Gefühl gehabt, wegen gerade. Als Max sich anrufen sollte, dass du zu uns kommst. Also, er hat Max nichts gesagt, aber dann solltest du ihn lieber mal selber fragen, ne? Ja, mach ich später. Ja, mach ich, äh, mach ich später, dann fahr Max erstmal nach Hause. Okay. Mach ich ja, okay. Bis dann. Bis dann. Bis später. Bis später. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich kann kurz mal einen 357 halten, damit ich einen SD für Kasten holen kann. Ja. Ich kann uns eigentlich auch Barbara mitnehmen, oder? Wenn ich das möchte, kann sie gerne mitkommen. Müsst ihr nicht alleine rumfallen? Nö, auf jeden Fall kann sie mitkommen. Können wir ein bisschen quatschen noch alle? Ja. Ich hätte noch beides mit ansteigen können. Von der ganze Zeit. Ja. Weißt du eigentlich, dass du einen total coolen Gang drauf hast? Ist das so? Das ist... Ja. Hekura, ja. Was war das? Was war das? Ich habe einen Flieger im Garten. Ich habe einen Flieger im Garten. Was denn? Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Eine Fata Morgana. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ist das so? Mhm. 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 Ich gucke mal, was du aufhattst. Vielleicht ist das ein guter Anhaltspunkt. Und schreib mal in Barbara. Mhm. Mhm. Dann holen wir Barbara gleich ab. Wir machen da mal einen kleinen Abstecher erst. Ah. Was? Was? Josika, was? 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 Wo? Das ist ein Zettel? Was? Was? Ich glaube, es ist Müll. Es ist Müll. Ein weißes Papier im Busch. Oh, guck mal. Und hier ist eine Burgershot-Tüte. Oh, guck mal. Ah. Müll. Scheiß Müll einfach. Gut. Ich fahre jetzt erst zu Tchumisch-Nord. Ja. Wie gehen wir jetzt einkaufen? Mhm. Mhm. Ich geh einkaufen, weil du hast schon jetzt die Blume und alles bezahlt. Mhm. 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 Vielleicht ist da neu. Okay. Und anschnallen natürlich. Das ist ja wichtig. Natürlich. Und wie hättest du mir so deine Liebe bestanden in Gusedorf? Ist ein Geheimnis, Ariana. Das intrigert mich ein bisschen. Was? Ja. Ich würde das gerne wissen. Ja. Weil ich... Weil ich... Ja. Ich würde so gerne wissen, Jos. Ich wünsch mir, dass du am Geburtstag, dass du mir das sagst. Ja, da hab ich ja noch ein paar Monate Zeit, ne? Ein paar Monate, ja. Mhm. Wie war dein Tag heute? Ich habe... ganz viel Serie geschaut. Mhm. Und dann... Wie warst du? Gut. Mhm. In der Serie waren die sehr auf Erkundung aus, heute. Ah, mhm. Ja, ja. Schön, ja. Ja. Mhm. Und, ähm... Ja, und dann... hab ich den Fernseher ausgemacht. Dann erst ein bisschen geschaut. Dann ist etwas passiert, was ich noch nicht verrate. Ähm... Ähm... Und dann... habe ich, ähm... Noch ein Geheimnis. Blumen gekauft. Das ist etwas Positives. Okay. Dann habe ich die Blumen gekauft. Ja. Und dann habe ich gewartet. Mhm. Entschuldigung, dass du warten musstest? Nein. Nein. Das steige ich mir direkt wieder in den Satz. Aber du hast nicht alleine gewartet, oder? Hattest du Telefonate? Ist irgendjemand vorbeigekommen? Ist das auf dem Balkon? Habe einfach das Wasser genossen. Warum? Hm? Du sollst nicht warten, Joske. Ich mag das tatsächlich hin. Doch, hä? Nein. Alles gut. Ich saß da. Habe ein bisschen das Wasser genossen. Habe einfach... Ähm... Videocall gehabt mit meinem Tablet. Kommt mit Menschen reden. Soll ich meinen Job aufgeben? Was? Nein. Ja? Ich habe gar keinen Fall. Wo kommt das denn jetzt her? Weiß nicht. Eigentlich wollte ich auch nur so. Okay. Du machst deinen Job sehr gerne. Du gibst dir gar nichts auf. Gar kein Diskussionsthema. Oh, du weißt schon, dass wir beide durch die Gummdünn gehen, ne? Ja. Wolltest du nur einfach... Ich wollte es nur allgemein nochmal sagen. Wir gehen immer durch die Kunde. Wir halten immer zusammen. Wir sind eins. Wir sind eins. Wir sind eins, ja. Eine Kirschblüttenwelle sind wir. Eine Kirschblüttenwelle. Wir sind Yin und Yang. Wir sind verflochten mit einem roten Faden. Hm. Fashionmäßig sind wir das schönste bei der Sonne. Hm. Definitiv. Auch so. Auch so. Nicht nur Fashion. X können uns nicht nachmachen. Ja. Wir können uns nicht nachmachen. Aber das ist... Beunruhigend. Wirklich beunruhigend. Ja. Auch dass da... Dass du direkt angerufen wurdest und so. Es ist... Ja. Hm. Hm. Ja, Fauli hat mir das heute erzählt. Hm. Er hat gefragt. Er wollte halt... Er war nicht um unsere Sicherheit besorgt. Er wollte... Oh mein Gott. Fahr zurück. Fahr zurück. Dass die Informationen rausgeben. Entschuldigung. Ich erzähl weiter. Entschuldigung. Und dann kaufen wir dir so ein Auto. Ja. Ich würde... Ich erzähl weiter. Was ist das? Volli wollte halt, dass wir äh... Informationen rausgeben. Was? Also uns da so umhören. Ich denke mir, du sagst so Volli Volli. Das ist die Mayhem. Yellowjack. Was erwartest du gerade von uns? Was ist so... Das nimmt aber... Ähm... Lass uns... Lass uns das aber im Blick behalten, weil ich das so ein bisschen schwierig fühle. Ja. Definitiv. Habe ich definitiv im Blick. Du wolltest jetzt was essen wollen, ne? Ja. Ich muss mal Geld holen. Hm? Den muss. Komm. Ja, das Hilfekasten habe ich schon geholt. Dein Bussi. Mua! Mhm. 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 Okay. Okay. Ja, das geht mal. Ja, das geht mal. Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Wow, Toya! Oh, mein... Wow, Toya! Joste, guck dir mal bitte da vorne im Kühlfach die gegrillten Lachsröhrchen an und sag mir mal, was du von den Preissen hast. Ich guck mal. Ich guck mal, Ariane. Was hast du alles gekauft, Joste? Wo soll ich schauen? Hier, die gegrillten Lachsröhrchen, so unter den Käsespätzle, die ich übrigens geholt hab. Äh, der Mann ist so froh. Ne, das ist unter den Käsespätzle, das steht auch mit dem Schild gegrillte Lachsröhrchen. Ja, ja. Zwei Stück 34 Dollar, meine Güte. Was soll so was? Sechs Stück für 102 Dollar. Ja, hast Bock. Willst du welche? Ne. Du wolltest Essen holen, ne? Ja, ich hab jetzt nicht so viel geholt, aber ich will nochmal richtig einkaufen, aber jetzt sollten. Ist einfach so to go, so damit wir verpflegt sind. Joste, gell? Ja. Was hast du gekauft? Ich weiß es nicht. Hast du... Aber eine Sanduhr gekauft. Hast du Kokosnusswasser gekauft? Ja, nee. Was ist das hier? Ich bin wieder in deiner Zeit. Wow, ganz kurz in einer Zeit gewesen, ey. Ganz schwierig. Ich muss mich wieder einpendeln. Die Zeit mit dir vergeht auch in dem Flug. Kommt mir auch mal sofort. Wollen wir kurz... Wollen wir kurz am Pier schauen? Ja! Ja! Willst du was essen? Ne, grad nicht. Okay. Ja, das Auto grad auch schon? Hm... Weiß ich. Was ist das hier? Ich guck nur. Wir nehmen den faulen Weg. Okay. Nehm ich auch. Ja, ich will auch schon, ob sich irgendjemand bewegt. Äh... Ja, natürlich. Oh, shit. Es bekommt bestimmt Barbara. Dann lass das mal Richtung Barbara fahren. Oh. Ich ruf mal ganz kurz Max an, ja? Mhm. Ich schau eben um nach AI. Okay. Soll ich Auto aufwiesen vor sich selber? Ne, alles gut. Alles gut. Ähm... Ne. Nein, das war eher nur witzig gemeint, weil wir dachten wirklich, du hättest einen Anhaltspunkt gefunden und wollten dann an dir vorbeigehen und so provozieren. Aber... Ich dachte gerade, du wärst sauer auf mich. Ich muss das mal kurz erklären. Aber es ist so schwierig, das zu erklären. Ähm... Da ist dann grad was passiert. Und äh... Ich musste das auch erst lernen, was so ein bisschen, wo die Alarmglocken bei allen anging, ne? Deswegen wollten wir da ganz schnell weg. Und äh... Und äh... Deswegen hab ich auch so gedrängt, dass du Barbara anrufst. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, was genau da passiert ist. Weil... Das wär tatsächlich interner gewesen. Deswegen ist das manchmal in so einer Situation voll schwierig für mich, weil ich da gerade einfach nur in dem Moment auch Kacke in der Buchse hatte. So ein bisschen Schiss. Und... Es tut mir deswegen... Es tut mir neid, okay? Nein, alles gut. Es ist schon okay. Ich versteh das. Ähm... Ja, aber das ist... Ich hätte das anders irgendwie formulieren müssen. Alles gut. Ich sehe... Entschuldigung, ich muss gerade laufen jetzt. Wir sind ja im Chuma-Spiel. Und Jos gerät unten so rum und sucht die Eier aber oben drüber. Ist ein Paar mit... Hasenohne und denkt sich wahrscheinlich, was macht der Weißhaare gewandt. Oh. Meine Güte. Ja. Nein, ich bin froh, dass du da nicht sauer auf mich bist. Aber... Ich hab gerade auch mit den anderen geredet, die meinen auch, dass das immer super schwierig ist. Und manche verstehen das Leute nicht im Sinne auch so irgendwie sauer auf einen. Aber... Ich... Oh nee, alles gut. Ähm... Sag mir einfach nur... Äh... Kannst du mal ein Code-Wort ausmachen? Wenn du möchtest. Aber... Ich glaub dir schon, dass wenn du sagst, wir müssen jetzt ganz schnell weg, dass es wichtig ist. Aber... Ich weiß... Wir müssen jetzt ganz schnell weg. Dann frage ich, äh... Was ist los? Dann kannst du mir einfach sagen... Äh... Nee, nicht unbedingt warum. Wenn du sagst, das ist halt schwierig, sondern einfach... Ist jetzt wichtig, wir müssen hier einfach schnell weg und dann ist die Sache weggegessen. Ich würde sowas sagen wie vertrau mir einfach, okay? Okay. 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 Dann... Das wird fantastisch. Gute Nacht und die nächsten Tage können wir weitermachen. Die Eier sind ja noch ganz lange versteckt. Ich denke nicht, dass alle finden. Äh... Welche fehlen euch denn noch? Also wir? Uns fehlen noch ein paar tatsächlich. Äh... Wir haben einen Eiergarten hier. Welche habt ihr denn schon? Boah, weiß ich gar nicht. Äh... Joska hat die jetzt direkt eingepackt. Ich weiß nicht, aber wir haben ganz viele Herzchen Eier. Also ich habe auf jeden Fall noch ein... Lavendelfarbenes abzugeben. Oh... Nee, komm wir... Aber wir können... Wir könnten gerne tauschen. Das können wir machen, wenn wir welche doppelt haben. Ja, ich habe aber alle. Ja, trotzdem... Du weißt ja... Guck mal, du weißt ja, wie es ist. Man freut sich so mehr, wenn man es selber findet. Ähm... Sehr gut. Deswegen behalte das ruhig, dekoriert schön bei euch. Ähm... Lavendelfarbenes? Das habe ich noch nie gesehen. Sicher? Wir haben davon viel Stück gefunden. Sicher? Boah, das ist aber voll lange her, ne? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Äh... Ja gut, also wenn du doch willst, tack Bescheid, ansonsten... Ja, können wir mal die Tage schauen. Okay, machen wir. Schlaf gut und äh... Pass auf dich auf. Und nochmal Entschuldigung. Bis später auch. Bis später. Nein, alles gut, alles gut. Tschüssi! Au! Bist du fertig? Ja, ich habe ein bisschen Bein gestoßen. Nein. Ja, guck mal, ich bin da einfach so gerade, äh... Gegengelauschen. Gegengelauschen. Das ist gar mein Kopf. Hey, Joski, bleib mal so bitte, ja? Ja. Ja, ich streiche da... Oh mein Gott. Joski! Ja? Ich streiche da ganz deinen Kopf, ist das okay? Das machen wir heute zu Hause nochmal, ja? Ja, machst du das nochmal? Das tat gerade so gut. Ja. Eichstede. 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 Ja, warte mal. Ja. Du bist ja süß, weißt du das? Ja. Okay, was geht aber weiter? Ja. Sollen wir Barbara abholen? Magst du sie anrufen? Was kann Barbara Rino sagen? Oh mein Gott, wo kam das denn her? Probier das mal. Entweder kriegst du eine gepfeffert, oder sie findet es nice. Ach, ist okay, wenn ich noch mal ganz kurz auf Toilette gehe? Ja, ich muss es auch immer. Wenn du möchtest. Ja, die Musik, ey. Bist du nicht? Ja, die Musik. Ich habe so einen Scheißhunger gehabt. Ich hoffe, der Erik ist manchmal eine Kleinigkeit. Moment. Moment. Oh, echt, was für ein Kuchen? Ich gucke kurz in den Modchat einmal mit einem Handy. Ah, Indica kam heute raus. Hint? Ich gucke kurz in den Fokko-Idee. Boah, ich habe heute auf dem Bild gesehen. Ich mag Mandarinen auf Torte so gar nicht. Also wusste ich damals gar nicht. Aber ich habe seitdem irgendwie richtig Bock. Ich habe es glaube, dass ich euch morgen beim Bäcker gucke. Irgendwie ist das heute so ein Osterding. Boah, gesundheit. Oh, war das süß. Hallo. Haben wir schon Eier gefunden? Also ich. Heute schon, aktuell nicht. Wie viele haben sie heute schon gefunden? Äh, sieben Stück. Sieben Stück? Ich war aber auch heute Mittag unterwegs. Hm. Oh mein Gott, war da ein besonderes dabei. Hm, was ist denn ein besonderes? Ist das von einer besonderen Farbe, ein besonderes Muster? Ne, mir, also, mir fehlt eins, glaube ich. Welches denn? So ein weißes mit, äh, ich glaube es sind Herzchen, rote oder pinke Herzchen oder so? Hm, welches würden sie dafür eintauschen? Hm, ich kann anbieten als doppeltes? Ja, ich kann anbieten als doppeltes, aber ich habe es gerade nicht dabei, leider. Ähm, habe ich einmal so ein pinkes mit, äh, ich glaube es ist pink, mit weißen Häschen. Ja. Oder ich habe, ähm, ich glaube es ist so mit so gelben Blumen. Ah, ach verdammt, ne, ich habe gerade auch einem Freund von mir gesagt, dass ich nicht tausche. Scheiße, das kann ich doch nicht machen. Hm, ja. Welches fehlt Ihnen? Weiß ich tatsächlich nicht, wir haben die, äh, ja. Es gibt noch eins mit weißen, mit so Schriftzügen drauf. Genau, das hätte ich gerade beinahe bekommen, aber dann hat das mir jemand von der Nase weggeschnappt. Oh mein. Aber das heißt, es gibt die ja anscheinend noch jetzt hier. Ja, mit so einer braunen Schrift habe ich gehört. So, ne, also ich konnte es mir nicht genau angucken, da war es schon weg. Ja, das ist mit brauner Schrift, ja. Ja. Aber ich glaube, ich, aber nur einmal. Mal, also gut, wenn Sie eh sagen, Sie wollen nicht tauschen, dann hätte ich gesagt, können wir uns auch nicht nur austauschen, dann kann ich nochmal schreiben. Ja, alles gut, ich habe gerade meinen Freund gesagt, also meinen, äh, einen Freund, äh, einen Freund, dass ich nicht tausche. Also, weil es immer noch was Besonderes finde ich, wenn man die findet, ne, weil dann hat man, dann hat man es halt einfach selber gefunden. Das macht so ein bisschen den Reichen. Ja, ja, macht es. Ja, das stimmt. Klar. Aber ich hatte so viele Eier, als ich der Teile zusammen liegen gelassen habe, weil sie einfach, wirklich. Oh. Und dann habe ich auch noch eine Acht von diesen mit den gelben Blumen haben können. Und das fand ich irgendwie nicht so sinnvoll. Und warum haben Sie die denn so rumgegangen? Äh, Ampyr war relativ viel, dann da rund ums F, die, äh, wo habe ich noch was gefunden? In der Stadt so ein bisschen verteilt. Okay. Also die meisten wirklich Ampyr tatsächlich. Applikatorische Frage. In dem, in, in dem Licht haben die Öhrchen einen leichten Grünstich. Ich habe auch das Gefühl. Mhm. Wirkt so ein bisschen, ne? So ein bisschen, äh, floristierend. Wie nennt man das? Ich weiß nicht, was ich meine. Mhm, ja. Vielleicht so Holo-Ohren. Ja. Schwarze Holo-Ohren, ja. So oder so ähnlich. Genau, genau. Ja, nun, ähm, dann, Moment, ich muss mal ganz kurz, oh, da habe ich erst ein SMS. Ich war nämlich gerade auf der Internet, habe ich nicht mitbekommen. Ich muss ja ganz kurz dein Telefonat finden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück, dass Sie das weiße Ei mit den, ähm, herzen. Ja, danke. Okay. Auch Ihnen noch viel Glück. Ihr Fall selber beim Suchen. Dankeschön. Äh, ich komme sofort raus. Ich hole mir gerade noch ein Bessergebiet. Äh, wir wissen gar nicht, wo du bist. Ich habe doch gesagt, vor mir zu Hause. Okay, wir sind noch in Schumash. Wir fahren sofort bei dir los. Wir mussten auf Toilette, okay? Okay, gut. Tschüss, geil. Kaffee, ich trink Kaffee, trink ich, gib ihn runter, Kaffee, äh Kaffee, ich bin lieber, ich trink Kaffee und hab einen Schuh, mach die Kuh, dann werd ich ganz klug. Ah, so wie machst du, ja? Ich? Hm? Ich war auch kurz auf Toilette. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich war hier gerade am Automaten. Ja, Barbara wartet zu Hause, die dachte, wir sind schon unterwegs, weil ich etwas übersehen oder überhört hab. Ich hab ihr gesagt, wir sind fünf Minuten da. Ja, ich hab ihr gesagt, wir sind noch Pipi machen. Okay. Ich hab eine ganz wichtige Frage. Hm? Wer ist der schönste Mann im Universum? Was denn? Nichts. Warum nachst du? Egal. Oh, oh, was? Okay. Ich hab was Falsches gesagt. Nein. Du hast diese Frage fies gestellt. Wieso? Weil ich nicht sagen kann, du. Joskes. Ich schau mal zwischen meine Beine und hier an meiner Brust. Ja. Ich bin... Ne, das kannst du nicht sagen. Nein, ich habe sie sehr spezifisch gestellt. Ja. Äh. Johnny Depp. Sieht auch gut aus, aber es gibt tatsächlich jemanden, der viel, viel besser aussieht. Also, wer ist der schönste Mann im Universum? In unserer Welt. Lonnie. Fläpp. Joske. Du bist nah dran. Na? Schrumi. Fläpp. Ach, du kannst mich mal... Du. Ich werd das nicht sagen. Du. Du. Ich werd das nicht sagen. Du. Ja. Sag ganz einfach. Das ist einfach in den Spiegel. Ja, da seh ich immer dich. Ne. Wär ein bisschen gruselig, aber... Eigentlich begrüßen es. Ich hab ja kein Spiegelbild, deswegen seh ich ja immer dich. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Das ist nochmal anders gruselig, ne? Herr Korayama. Ja. Ja, Miss Korayama. Ja. Es ist schön, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ja. Wir sind ja gar nicht hier, ähm, unterwegs und machen, äh, schreienden Officer zusammen. Hm, wie Officer zusammen schreien? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du damals so gemacht hast. Ich stell's mir immer einfach so vor. Hatte du damals auch Privatleben? Nein, nur mit mir. Ja, wir... Tatsächlich hatten wir mal ne große Freundesgruppe, Gabriel. Nein, wir. Okay, nur mit dir. Ja. Nein, viel Spaß. Bin ich... Bin ich jetzt kurz... Bin ich jetzt kurz ne Toxic Bitch gewesen? Naja. Du bist ne... Cutie Bitch. Oh mein Gott! Josuke! Das ist... Hey, du... Nicht gut, jetzt? Ja, irgendwie schon, aber aus deinem Mund ist das halt nochmal, ähm, an mehr Gewichtung. Okay. In gutem Sinne? Ja. Ja. Okay. Das darfst aber auch übrigens nur du zu mir sagen und Mix, sonst keiner. Und... Wenn das jemand anders wieder sagt, steh ich die Person. Ähm... Kümplig mit der Person. Eichtere. 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 hallo du da auch das ist ein toller sorgen wirklich die muss ich später noch mal privat das ist mit euch warum hört ihr so komische nieder ich höre total normal ich hab ja mein ohrstecker drin das ist ein ohr das ist ein oster song das ist kein komisches naja ich hab's gehört wegen gerda in gerda ja das muss ich gleich mal zeigen das ist ein ganz keckes video die so hasen zähnchen plötzlich und wird zu einem hasen ich finde das toll wirklich ich auch gerne dieses programm aber naja sieht schon ganz frech aus muss ich sagen also da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei dem Parkhaus habe ich immer das Gefühl, dass unser Wagendach hier mit... Ja, das hatte ich gerade auch im anderen Parkhaus. Da dachte ich, wir kommen hier nie wieder raus. Oh nein. Wisst ihr, wie ich mich hier hinten fühle? Wie denn? Wie so ein kleines Kind, das bei Mama und Papa mitfahren muss. Sollen Mama und Papa sich mal küssen? Nee, bitte nicht. Oh, okay. Aber Mama kann mir gerne mal sagen, dass ich die Familie vernachlässige. Dann würde ich es sich auch richtig... Ich bin doch nicht scheiße. Also, also nicht so, Schatz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leider Spaß. Ja, gut. Ich meine, ich würde das nicht sagen, weil du bist immer für uns da. So. So ist es. Oh mein Gott. Kannst du einmal sagen, dass du stolz auf mich bist? Nein, schon gut. Wir wollen ja nicht, dass ich weine. Ich bin stolz. Barbara, ich bin stolz auf dich. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Meine Mutter ist sehr stolz auf mich. Wie kann man auch nicht stolz auf mich sein? Mal so ganz ehrlich. Joske, bist du auch stolz auf Barbara, dass sie so lange hier in der Sand das ausgehalten hat? Ja, ich bin sehr stolz. Ja. Siehst du? Joske ist auch stolz. Dankeschön. Worauf? Naja, du hast heute gesagt, dass das mit den Eiern blöd ist. Nee, das soll ja die Musik geantworten. Joske. Warte, Joske. Ich bin stolz auf deine Rede, die du gehalten hast an unserer Hochzeit. Und dass du straight durchgezogen hast, unsere Gäste zu bespaßen. Siehst du? Weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, das ist so wie... Himm doch mal an. Ich bin stolz. Nein, ich bin stolz, wenn du eine Goldmedaille gewonnen hast. Hättet man doch mit rechnen können, dass die Rede von mir perfekt wird und die Geschichte natürlich auch. Nee. Es ist wie, als wenn mir jemand sagt, dass ich gut aussehe. Danke, ich weiß. Worauf würdest du denn... Was würdest du denken? Worauf könnten Leute bei dir stolz sein? Naja, auf alles. Ja, das wird das ja mit einschließen. Ja. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Boah, ich drehe durch. Alles okay, Jus? Äh, ja. Ja. Ich schreib gerade nur unser SMS. Ach so, okay. Alles gut. Alles gut. Are you dreaming? Little dreamer, boy. Wake up. Oh, das ist ein Ohr. Oh, ich drübe, ich schenke. Ähm. Ähm. Also mach ich mir da selber Mod-Status und dann banne ich alle weg. Ich hätte gedacht, hier gibt's eins. Ja, aber wir müssen auch nicht mehr so lange machen. Ähm. Alles gut. Ich bin fit. Ähm. Du auch? Immer. Äh? Ähm. 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 Ich dachte, ich hab mich verguckt, alles gut. Was denn? Hallo, du. Nee, ich dachte kurz, das wäre dein Jugula wegen... Aber das ist kein Rot und deswegen wollte ich gucken, ob das ein Jugula ist. Wollte ich darauf hinweisen, damit du gucken kannst, ob es ein Jugula ist. Äh. Der Jugula packt in unserer Nachbarschaft. Nee, jetzt wirklich? Ja. Oh. Ich glaube, es müsste in meiner Gewissen sein. Genau. Vom Tuning, vom Pearl Effect und alles kommt das sehr genau hin. Ja, knacken wir auf, alles in Ordnung? Nö. Nein, machen wir nicht. Hat sich ausgejugulert. Fühlt sich vielleicht irgendwann wieder Jugula an. Hm. Kein Jugula mehr. Lange du keine neue Freundin holt, ist alles in Ordnung. Was? Warum sollst du? Hä? Wo kommt jetzt wieder her? Meine Angst. Ich hab dich gerade angeguckt. Ich hab dich gerade angeguckt. Ich dachte schon wieder, meine Güte, wie hab ich denn so einen perfekten Mann verdient? Hä? Ich guckte schon in Korea nach, wie wir am besten uns zusammennähen können. Oh mein Gott. Ich würd's machen, Jus. Das weißt du. Aber dann hätten wir das Toilettenproblem heute. Wo wir heute dann geredet haben. Weil ich... Ne? Das schon. Hör mich stört das nicht, wenn die Tür bei dir offen ist. Na, ich mach die Tür ja nicht auf. Ja? Ich mach die Tür nicht auf in der Toilette. Also... Hä, aber wir können das Toilettenproblem easy lösen. Einfach eine Augenbinde und eine schaltdichte Kopfhörer. Und ein... Etwas auf die Nase. Kann auch ein Nabelzehrenzug ausziehen. Ein Stil. Ein Stil. Hör auf! Barbara, dass du, wenn du auf die Toilette gehst und merkst, da ist, dass du die Toilettentür auf... Barbara? Nein, ich mach sie zu. Okay. Ja, nun, okay, ja. Dann hätten wir diese Frage heute auch geklärt. Wunderbar. Ja, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Das ist jetzt lustig, ja? Ja, das ist gut, ich... Okay. Ja. Ja, nun, ähm... Mhm. Gut. Hat, ähm, Tom sich denn schon gemeldet bei dir, Barbara? Ach, 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 nein, natürlich nicht. Das wäre mir aber auch peinlich nach dem Spruch. Willst du ihn darauf ansprechen, dass du das aus der Welt schaffst? Vielleicht hat er sich wirklich falsch ausgedrückt? Ist es meine Aufgabe, seinen Fehler aus der Welt zu schaffen? Ich denke nicht. Ja, aber vielleicht weiß er ja nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Vielleicht in seiner Wahrnehmung war das... Und da ist das Problem, ne? Denn wenn man das nicht erkennt, ja, dann will er die Waldfee mein Beilein. Was wirst du machen, wenn er anruft und nicht... Echse. Bitte? Was? Was ist das? Ach, in letzter Zeit. In letzter Zeit drücke ich bei meinem Video immer auf Pause und dann geht das doch immer noch eine Sekunde weiter. Was hast du gesagt? Guckst du gerade ein Video über Hexen an? Ja, so ist es. Aha. Denn zur Osterzeit ist es wichtig, sich auch mit den heidnischen Sachen auseinandern. Aber natürlich. Danke für die Follows. Danke für die Follows. Eben. Was hast du gefragt? Was für eine Voll... Was? Hä? Was für eine Volllust. Hast du gerade ein Video angehört? Ja. Ein Podcast über Hexen, denn viele Hexen, viele Hexen empfehlen... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann nicht... Wollte ich nach mich hinein... Was? Zeig mal dein Handy. Was ist das für ein Podcast? War mal das. Ich liebe Sova. Ja, folgendes würde ich mich jetzt sehen. Also. Ja. Egal. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe die Frau. Ich liebe die Frau. Scheiße. Das kann jetzt noch ein paar Mal passieren. Stellt euch drauf. Ich kann nichts für. Das ist mein Handy. Das ist kaputt. Ja, es geht. Ja, klang. Okay. Der war halt jetzt zum Pieh, ne? Ja. Korrekt? Super. Ja. Aber die Stimme. Barbara, ich liebe dich. Das war ganz knappe Sache. Böch. Will sie jetzt sich einen Burger holen, oder? Ich glaube, sie will sich einen Burger holen. Ich muss mal auf Klo. Leider kein Klo, ich wollte mal kurz gucken. Jetzt mitgenommen. Oh, ja ich... Schade. Ich müsste mal ganz kurz. Oh ja, pass aber auf, ich hol dir die bestimmten Scheiden. Pilz, leg die Klopapier auf die Brille, okay? Ich glaube, sie hat sich schon hingesetzt. Boah, ich schaff das nicht mehr, ne? Ja, Karton, hatten Sie schon mal einen Scheiden, Pilz? Ich muss gar nicht auf Klo. Okay, hätte ja sein können. Ich muss mich mal kurz beruhigen. Ich weiß auch nicht, warum. Wie das rote Gummiboot sich so aufgerichtet hat und dann Harald einfach meinte, du dumme Kuh. Das ist lustig. Toll mit der Musik, also auf Ariane hier einfahren. Sorry, ich muss mich muten. Ich habe mal was zu trinken. Ich habe mal was zu trinken. Hochschulein. Ja, ich habe mal was zu trinken. also wenn du wirklich in meine schieße ich hatte glaube ich schon lange nicht mehr wenn sie vielleicht ein foto von mir machen ist auf dem klo finde ich das cool ja klar das gerade ein angenehmer anruf reingekommen in der telefon gesellschaft übernehmen geld von ihnen so wenn sie vielleicht mit dem bearbeitungsprogramm so hashtag broken in zeit draufschreiben ich weiß nicht wie das geht die sind gut geworden sehr schön danke kein problem aber schöne toilette haben die dann ich weiß ich liebe diese toilette wie so ein ja heimattreffpunkt ja also wenn du mal droht naja hallo du da ich wünsche dir frohe ostern heute sind wir alle frohe ostern ich muss gleich noch mal ganz dringend so geheimnisse während ich dabei bin damit ich mich fühle wie das dritte rad am wagen wirklich meine liebsten geschehen ist es ist was ernst ist tatsächlich nein nein damit ich hinter mir habe können wir das gleich jetzt irgendwo machen ja weil wir für das familienfeeling also fenster ein bisschen runter machen fenster runter alles gut ich hab das in dem film mal gesehen wir sind sofort wieder da barbara behütet bitte ja wir haben jetzt ähm 2.09 Uhr ja und es war ein echt schöner tag also ein schlimmer tag ja ist dann auch ein schöner tag ich hab gekündigt Ariane heute ist der erste april scheiße Mann wieso weißt du das ich wusste jetzt nicht womit ich das machen sollte was nicht so tragisch ich meine schon tragisch aber ach die Sache ist wieso wusstest du das ich bin zwei Jahre im LSPD oh da lernt man was der erste april ist ok wie machen wir das jetzt mit barbara ich bin sicher dass ihr das äh aushält und es kommt auf einmal zu machen richtig hm Aishteril du Mann wie ist gut Aishteril Reisen nach Japan aus One-Way-Ticket Schmatsch ich hab ja jetzt mit dir geredet über etwas ok ich kann es machen Walter zieht bei uns ein das glaubst du nicht ok ok wo ist hier du sagst was ich hm oh nicht dass sich alleine irgendwo rumläuft um die Uhrzeit hm ich glaube die gibt jedem eine Pause ja das stimmt schon wir wurden mal unser Taxi wurde mal entführt die sind freiwillig wieder ausgestiegen das ist auch eine meiner liebsten Erinnerungen also da hinten sehe ich irgendeinen Schattenumriss woher denn oh mein schau mal ja das könnte barbara sein die gerade dort so ein Ding ins läuft Barbara ja super ja das ist aber fantastisch die Frau ne aber was ist ihre Mission gerade ha 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 Entschuldigung sie ist hingefallen ja Jupski wir müssen nach Hause fahren weil ich dich langsam einsperre zu meiner Frau wirklich ja gut wir fahren mal mit den Dubs da hinterher ja bitte ich kann das wirklich nicht mehr ich kann das wirklich nicht mehr hey ich hab ne Idee mhm wir bringen äh Fake Yori um ja let's go ja ich ich find's halt wirklich doof ja ich find's kurios besonders ja ich mein die können ja nix dafür wie sie aussehen ne aber vielleicht sind das ja irgendwelche Leute die uns wirklich ganz toll finden ne warte so vertreten bin ich nicht auf venture das kann nicht sein oder vielleicht ist das eben was böswilliges das kann halt alles sein weißt du wie ich mein oh Gott das ist halt wirklich ein Zufall wie großer Zufall Herr Kurayama ja verstehe ich schon sie haben schon einen außergewöhnlichen Klamottenstil würde ich sagen hm ja 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 ich hab' schritten bei mir hm 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 Das ist so Weil okay kann ich nicht wungen genug kriegen würdest du sie mal anrufen ja das ist jetzt zurückläuft und their Kristen up gone Bochtet ja yes amerika Eh yes amerika du bist irgendwie am Strand wir haben dich noch gesehen und wir fahren hier grad auch lang um dich einzusammeln Ja, damit du nicht den ganzen Weg wieder zurück musst Achso, das ist ja lieb Was habt ihr besprochen? Weißt du mich ein? Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich bis Ende der Woche warten aber wir können jetzt gleich darüber reden Was denn? Um Gottes Willen Äh, ich wollte Wo bist du gerade? Hier, hier hinten Ich bin gerade Tony Hawk Warte, ich komme, ich springe jetzt drüber Siehst du uns gerade? Ja, ich sehe euch Ich gebe mir jetzt Mühe, ich gebe mir jetzt richtig Mühe Hallo Hallo Ich bin ganz Ohr Ähm, erinnerst du dich noch daran dass ich gerade zu dir sagte, dass ähm Merkst du, dass ich dachte, dass Max sauer auf mich ist? Ja Es gibt manchmal Sachen, die kann ich dir oder kann ich euch nicht sagen, okay? Aber das wisst ihr ja Ja Deswegen musst du mir einfach manchmal vertrauen, wenn ich dir sage, dass ähm ich bestimmte Dinge einfach nicht erklären kann und sie einfach so hinnehmen Was hat das jetzt mit, ich wollte es erst Ende der Woche sagen zu tun? Ähm, weil ich eigentlich heute und die ganze Woche noch eine schöne Zeit mit euch haben wollte Achso Verstehe ich nicht Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ähm Jusko und ich werden nicht nur in die Flitterwochen fliegen, sondern wir bleiben für längere Zeit weg, über mehrere Monate Ach wirklich? Wir haben jetzt das Haus Wir müssen aktuell keine Miete mehr bezahlen und ähm Ja Das trifft sich auch ganz gut, das ist auch das große Glück, das wir gerade haben und ähm Wir müssen für mehrere Monate weg Ich weiß noch nicht aktuell, wann wir wieder zurückkommen Ja, Gott sei Dank Also Ja, ähm Ich fühle mich ein bisschen blöd, das jetzt hier im Auto zu sagen Aber ich habe mir tatsächlich auch, äh diesen heutigen Tag so genommen Dass ich dann nach der Osterärsuche gucke, dass ich mich wirklich auch ans Ausreisen mache Aber ohne Wiederkommen Aber wenn ihr eh ein bisschen länger weg bleibt Vielleicht bin ich ja dann doch wieder da bis dahin Ich plan's zwar nicht Das heißt, vielleicht können wir ja zusammen auf Reisen gehen Hm, ist das okay, wenn du Max hier alleine bist? Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Max mitkommen würde, ne? Hm, Jusko, können wir die beiden denn mitnehmen? Ja, also ich würde schon alleine, aber man kann sich ja ab und zu mal treffen, ne? Hm, ne, das können wir nicht Ich tu mir leid, ich, ach so, oh ja dann Deswegen sag ich ja, ich kann dir nicht alles sagen Es geht halt einfach nicht Ne, ist alles gut Ich mein's nicht böse, Herr Karton, aber fremden Piloten vertraue ich nicht so Ich bin einmal mit Chiplais geflogen und da war ich im Dschungel ne Woche lang, ne? Ja gut, dass ich nicht mit sowas so fliege Oh, du müsstest Jusko mal Ja, ich hab auch einen eigenen Jack, aber es war ne Ausnahme, ne? Oh, danke schön Du müsstest Jusko mal die Bilder von, äh, davon schicken irgendwann Stimmt, meine Bilder aus dem Dschungel Oh, schön Hab ich schon lange, hab ich die überhaupt noch? Bestimmt Also, reisen wir jetzt zu viert aus und du kommst ab und zu wieder hierhin zurück, oder wie ist das jetzt? Nein, also ich würde schon, also ganz, für immer, tschüss Achso, wir hätten nämlich eigentlich jemanden gebracht, der so ein bisschen das Haus zittet Ne, da musst du dir jemand anders suchen, ne? Achso, okay Und wann macht ihr das? Ja, eigentlich nächste Woche, aber jetzt ist gerade was passiert, dass wir das heute noch machen müssen Achso Dann hättest du das vielleicht dann nicht gleich doch direkt, Max, sagen können, wäre das nicht ne gute Idee gewesen Ich hab die Info gerade erst gekriegt Achso Scheiße Aber dann hatten wir doch wenigstens einen schönen letzten Tag zusammen Ja, schon, bis dass ich auch ein bisschen Sorgen hab, dass wir, äh, vielleicht dann den Flughafen verrecken Na gut, das wird schon nicht passieren, ne? Jemand mitten hinter euch hat einen Tracker bei euch dran, ne? Weiß ich nicht Dann ruft ihr die Polizei an, wenn es so ernst ist und dann sollen die euch mitnehmen für das Stück Ja, die war doch nur reverse die alte Drecksau Oh mein Gott, der fährt zum Flughafen! Nee. Fährt er jetzt nicht zum Flughafen jetzt durch? Jetzt in der Sekunde. Da musst du mir aber seine Telefonnummer geben, ne? Ja, mach ich dann gleich. Sonst kann ich dir das nicht geben. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das nicht schaffst. Wie lange soll man das jetzt noch durchziehen? Ich glaube, dir zieht das an, ob das knallt bis zum Ende durch, dass wir nach unten gehen. Was ist denn das Ding da? Ich wollte gerade schon aufhören. Wir hätten ja bedrohlich sein sollen. Irgendwie sowas. Was, ich weiß nicht, was zieht ihr bei Barbara? Kacke. Ist der Mund? Ja, er guckt trotzdem nach einer Wursterei an. Guck mal. Entschuldigung. Alter. Alter. Der ganze Tag heute, ne? Kannst du das Max erklären? Gut. Ja klar, natürlich. Ich glaub's nicht. Wenn's um eure Sicherheit geht. Also da hat Max Verständnis, ne? Vielleicht ist er erst ein bisschen enttäuscht, aber sonst... Bitte ganz ohne Gepäck. Barbara? Ja. Da unten warten gleich Leute auf uns. Ah, okay. Ja, dann gib mir jetzt schon mal den Schlüssel, oder? Ja. Moment. Ich schreib auf den Schlüssel noch kurz was drauf. Ja. Ein April-Scherz vielleicht. Ja. Dankeschön. Tschüss, ich hab euch lieb. Nee? Hab ich ihn jetzt auch? Nee. Achso, ja. Ja, den Schlüssel brauch ich noch. Nee, ja. Ah, ich schau mal, ob das der richtige Schlüssel ist. Kannst du den noch drüber geben. Ja, der richtige. Ah, hier. Oh mein Gott. Ich glaube es kaum. Die Kacken. Ja, okay. Da habt ihr mich wohl reingelegt. Ich hab von Anfang bis Ende wirklich gedacht, dass ihr jetzt geht. Nein. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Wie gemein von euch. Mein Herz. Oh weh. Okay, wen können wir jetzt noch um die Uhrzeit verarschen? Oh mein Gott. Ah, das weiß ich auch nicht, nee. Da hinten ist doch Toilette, da kannst du noch was frisch machen vor Trauer. Ob wir hier von Eis? Gut, wir können wir die mal gucken. Ich glaub nicht, ich war eben schon hier, nee. Das ist keine Hoffnung. Das wäre kurios. Okay, hier war ich nicht ab. Das wäre aber ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ich fand wir mal gar nicht mal so schlecht. Oh, was macht sie da? Ich glaub, sie hat's geglaubt. Ich glaub, Barbara macht Barbara Dinge. Ja. Ähm. Was macht sie denn? Keine Ahnung, können wir ja rausfinden. Oh ja, gute Idee. Sie richtet sich voll auf. Warum richtet sie so auf? Warum macht sie das? Ja, sie hat manchmal, sie hat, ähm, ja, sie hat das manchmal. Es ist aber diesmal keine Milchtonne. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich hab's ge... Äh, ich schau mal... Ja, oh mein Gott, ist das da hinten schön. Nee, die macht nix. Alles okay? Oh, warum bist du so gewalttätig? Ich bin nicht gewalttätig, was meinst du? Wir haben dich beobachtet mit dem Fernland, so was gewalttätig. Ich war noch nie gewalttätig. So was lass ich mir von dir nicht sagen, Ariane. Meine Güte, was war ein Tag? Hm. Wir können bei... Enzo, Karl, oder wie auch immer der Mann jetzt hier heißen. Mal schauen, ob da einer ist. Hm. Den cremigen Typen, na? Hm. Der noch mal ein anderes Fahrrad hat. Äh. Ja, das können wir, das können wir machen. Hm. Puh, Leute sind echt... Hm. Wir wissen gar nicht mehr wirklich, wie man mit Eigentum macht. Okay. Jusuke? Ja. Warum gibst du eigentlich nicht auf? Weil ich hab immer dich schon aufgegeben. So, ich dachte, wir sind noch voll drin. Du hast aufgegeben? Nein. Ich... Wir fahren ja immer noch zum Strand, da wo Amosi wohnt. Hast du denn schon jedes Ei, Ariane? Ich glaube nicht. Dann darfst du aufgeben. Vorher nicht. Wie viele habt ihr? Ihr habt das Hasenei, nicht wahr? Habt ihr das Ei mit der Schrift? Weiß ich nicht. Aha. Glaub nicht. Wenn du das Ei mit der Schrift nicht hast, musst du ein weiteres Jahr in Los Santos bleiben. Das ist wie ein Fluch. Denn man kann erst gehen, wenn man alle Fünfer... Oh, ich will gar nicht gehen. Ich bin bei Jusuke bleiben für immer und ewig. Ja, dann nimmst du ihn nicht mit. Wohin soll ich ihn mitnehmen? Nach Deutsch. Keine Ahnung, ein anderes Land. Wir haben eine Loft in New York. Wir haben eine Wohnung in Tokio. Ach, ist doch toll. Geht nach New York. Ist eh viel schöner da. Hey, da hab ich auch. Oder hab ich auch ein Haus? Guck, dann sind wir direkt beieinander. Schön. Ob ihr euch irgendwann mal trefft in New York? Durch Zufall. Naja, New York ist groß, ne? Ja, ja. Wobei, wo wohnst du denn? Wo wohnst du denn? Manhattan. Manhattan. Och, ja, das trifft sich gut, ne? Wo genau in Manhattan? Ja, wo genau wohnst du denn in Manhattan, Barbara? Ja, das möchte ich jetzt erstmal hören, ne? Von ihm. Ja, er hat schon geantwortet. Jetzt bist du dran. Ja, aber Manhattan hat ja viele einzelne, ne? Aber ist halt, muss es sein. Aber ist halt, oh. Und du warst da? Ich wohne im Hudson Yards, ne? Da in der Nähe. Ich hab aber auch tatsächlich noch in der Nähe vom Central Park einen kleinen Loft ganz oben, ne? Weil ich den Central Park sehr mag. Denn wisst ihr warum? Da wohnt eine Freundin von mir. Die heißt Tupu. Wie heißt sie? Tupu Tupu heißt die. Kennst du die? Nein. Tupu Tupu Tupu. Ich weiß auch nicht, warum ich sie kenne. Ich mochte sie eigentlich nie. Aber irgendwann hab ich mich an sie gewöhnt. Moment. Oh, ne. Bitte keine Ahnung. Hm. Es ist Zeit, dass du Bürgermeisterin wirst, damit der scheiß Müll hier verschwindet. Ja, ich hab es heute auch schon bemerkt. Es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Aber nein, wir brauchen ja keine Bürgermeisterin. Wir haben ja die tolle Polizei, nicht wahr? Die hat ja alles regelt. Habt ihr den Bürgermeister mal gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Sind wir vielleicht in einer Monarchie? Ich denke schon. Eine Monarchie, von der wir nichts wissen. Ich glaube, wir stehen ja alle unter Beobachtung. Ich sag's euch, wie es ist. Deswegen traut sich auch niemand was zu sagen, weil Leute, die was sagen, ausgemerzt werden. Nur bei mir. Ja, da traut man sich nicht. Warum? Weil man wüsste, dass man mich vermissen würde. Natürlich würde man das. Und die ganze Stadt würde nach mir suchen. Nur deswegen hab ich Glück gehabt. Nur deswegen hab ich die Möglichkeit, was zu sagen. Aber trotzdem kann man nichts tun, weil alle anderen schlafschaften sind und nicht aufwarten. Es ist schrecklich. Du hast schöne Augen, Barbara. Dankeschön. Bitte schön. Die sind grün. Die Augen von meinem Papa. Grün ist die seltenste Augenfarbe der Welt. Mein Papa ist tot. Das ist wirklich so, ja? Boah, ich wünschte, ich hatte grünen Augen, aber ich hab braune Augen. Ich auch. Das wär's total schön. Also ich hab ja grüne Augen. Scheiße. Ich hab jetzt grau-grüne Augen oder so. Meine Güte. Boah, das wär bestimmt, als würde man in den betrübten, regnerischen Himmel schauen. Genau so wär's. Okay. Gott sei Dank hast du braune Augen, nicht wahr, Alani? Ja, ich bin doch sogar keine Hexe. Jeden Tag. Hm? Der ist traurig, wenn man jeden Tag, äh. Ja? An Regen denken müsste, wenn man dich anguckt, ne? An schrecklichen, dunklen Regen. Deine Augen sind aus der Himmel. Hm. Ist das so? Ja, jetzt würde ich in den Himmel schauen. Ja. Du bist süß. Du bist süß. Oh. Fahr'n wir doch mal weiter. Weiter geht's. Kurzer Disclaimer. Wenn ich mir vorstelle, eine Augenfarbe zwischen grün und blau, wäre das natürlich wunderschön. Aber nicht so schön wie deine Augen, Jus. Denn deine Augen sind für mich die schönen. Ich finde deine Haselnussbraune Augen sehr, auch sehr schön. Die haben so ein besonderes Braun. Oh. Habe ich noch nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die immer langweilig. Ich finde die immer noch schön. Die haben so einen besonderen Braunton. Kann man sich so... Ich mag Nasen. Ja, Ari hat auch eine wunderschöne Nase. Arigato. Ja, das ist wahr. Lange Nasen, bei Frauen ja auch wirklich immer sehr attraktiv. Und wird oft gesucht. Und Leute, die was anderes sagen, haben in der Regel keinen Geschmack. So ist es. Wieso ist es? Mhm. Das fühle ich ja mit meiner Nase. Dennoch ist es nicht verwerflich, sie sich operieren zu lassen, wenn man da das Geld hätte. Man sollte immer kräftig Geld geben an Leute, die sich ihre Nase machen lassen wollen. Das habe ich mir mal sagen lassen. Ist das so? Ja. Was ist denn hier vorne, Nase? Okay, schön. Bin die nackt? Soll ich einfach mal hupen? Ja. Oh, Barbara, weißt du noch? Ich dachte noch mal mehr Autos, meine Güte. Stimmt, Jost, du hast gesagt, du hast ja auch mal gewohnt. Ja, so, ja, so, ja, so, ja, so, ja, offiziell. Hm, warum schmeckt das denn so gut? Mensch, liegt das etwa daran? Meine Güte, diese Werbung auf dein Handy ist so laut, so super. Was ist denn das für eine Werbung, Barbara? Erzähl doch mal. Oh, zufällig ist das... Jo, Zeit tut mir nicht gut, Leute, wirklich nicht gut. Nicht so schön haben. Ja, Barbara, warum geht's? Möchtest du es wirklich wissen? Was darf ich mir mal rausfangen? Mensch. Was ist denn? Helf uns. Ach, nee, was ist denn? Das ist ganz traurig, der Junge, also das muss man jetzt auch mal fragen. Oh, Gott, der ist bestimmt gerade richtig in so einem ernsten Film, jetzt kommt Barbara. Hallo. Ich bin das eh nicht schlecht. Josuke, halt mich. Ich kann nicht mehr. Ich wollte das. Was macht sie? Guck mal, ist überhaupt die... Wer steigt hier nicht ein? So, was war nicht? Oh, Gott, stell dir mal vor, sie bietet... Oder ist das ein R oder nicht? Ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Oh, ich kann... Mein Gehalts tut mir so... Er ist ein R. Da ist ein Hustenbomber in der Mittelkonsole, nimm das doch. Husten? Ja, das hilft bestimmt. Hier. Sehr schön. Bitte? Bitte? Bitte, was hast du gemacht? Ich bin gerade in... Das war ganz schnell weg. Das war ganz schnell weg jetzt. Was denn? Okay. Er hat gesagt... Ich habe gesagt... Ich habe ihn lieb und es gibt immer jemand, der ihn vermisst. Und dann meinte er, ja, sagen Sie mir das mal nicht jetzt. Ich habe morgen meine Scheidung. Da habe ich gesagt, Scheidung ist was Schönes. Gerade von dem Partner, den er nicht mag. Und dann meinte er, naja, es ist andersrum. Sie will die Scheidung, aber ich nicht. Oh, nein. Oh, Mann. Ich habe mich nicht mehr, was ich sagen soll. Scheiße, Joske, geh doch mal zu ihm hin. Nee. Nee, jetzt lass ihn mal. Lass ihn mal. Lass ihn mal. Die lässt sich bestimmt mit gutem Grund von dem scheiden. Barbara. Bitte. Ja, wahrscheinlich. Was soll ich denn da jetzt sagen? Wer ist das so eine, die sich so rumtreibt? Weiß man ja auch nicht, ne? Der arme Mann. Du bist ja nicht immer da so, ne? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt doch gar nicht, wer das ist. Vielleicht ist er mit Lamus befreundet. Ich habe da so ein Gefühl. Das kann natürlich sein. Das wäre auch für mich entscheidend gut. Apropos Lamus. Ich würde wirklich gerne bei Seabreeze gucken. Keine Sorge, wir haben eine Million Uhr. Er dürfte sowieso nicht mehr da sein, wenn er da gewesen wäre. Können wir gleich machen. Ist das denn für euch so ein, also, was hat das mit dem Namen auf sich? Ist das so ein Ekel, der sich da auftut und dann sagt man Lamus? Ne, das ist eben so eine mystische Figur aus Japan, meinte ich. Wisst ihr? Ja, das ist ein Pokémon. Pokémon. Mal ganz langsam low-move, sagt. Der passt auch ganz gut. Ist doch so Pokémon. Musst du mal venture, hat einen richtig netten Gesichtsausdruck. Also, jetzt nicht mehr. Guck mal so euphurisch. Mach so. Ich finde Manga-Hentai immer nicht so, das ist nicht so meins. Tut mir leid. Klar, musst du es gerade nicht mehr machen. Was? Hä? Wir sind verwirrt, warte mal. Hä? Hä? Oh. Yusuke, ist sie, äh? Ist nicht mehr. Wird umgebaut. Oh nein! Oh, ich war so sehr. Sie ist das. Da hatte ich mal an der Cover-Einsatz, wo ich aussah wie aus Miami. Yusuke? Ich finde es so unglaublich schmixi, wenn man mir von einem anderen Cover-Einsatz-Dienste. Aishteri. Aishteri. Guck mal, Like-Bee. Siehst du die Uhr da auch unten? Ja, ich finde sie. Achso, ich dachte, das wäre Bacon. Sie hat ja mal so eine Uhr verloren. Hä? Ähm, warum? Das ist ja auch fällig. Oh, ich bin verwirrt. So müssen wir sie mal liegen. Ja. Sicher, dass, dass nicht, dass man das, okay. Nicht, dass irgendwie eine Person morgen vermisst wird und dann, ja, weiß ich. Nein. Denk ich nicht. Ja, dann. Fängen sie ein. Wo ist Barbara jetzt wieder hin? Sammeln wir mal die wilde Barbara noch ein. Oh, was ist hier mit den, ja, ist Müll, ne? Da ist bestimmt kein Ei. Ich war Barbara hier drinnen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du so süß bist. Bist du süß, doch. Nein, bin ich nicht. Das bist du tatsächlich, du. Und das ist ganz schlimm. Und ich denke mir immer, jedenfalls drehe ich noch durch mit dir. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Ich bin einfach dein Junge. Ein bisschen mehr als das. Richtig, ich bin dein Gushu-Gin. Ein bisschen mehr als das. Was ist diese Frau? Oh, Entschuldigung. Keine Ahnung. Guck sie mal an, ob sie schon drüber gegangen ist. So, machen wir das mit Barbara vorhin mal. Also, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind Mutter und Vater jetzt heute. Ja, so ein bisschen, ne? Sind wir gut daran? Kind, ja, sind wir. Kind, wo bist du? Äh, bitte nicht, Kind. Ah, ich sehe euch. Ich komme gerade aus dem Gebüsch gerannt. Sie kommt gerade aus dem Gebüsch gerannt. Ich bin hier. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Links, 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 links. Wir können hier nicht umdrehen. Wir sind hier auf dem Parkplatz. Sie kann da rüber laufen, über die Wiese. Ja. Kannst du über die Wiese hier rüber zum Parkplatz? Ich kann mein Leben opfern. Ich versuche es. Du sollst nicht über die Straße, sondern hier nur auf dem Parkplatz, auf den anderen, okay? Hier ist eine Ampel. Hier ist eine Ampel, und zwar ein Übergang ist, aber keine entsprechende Ampel für die Fußgänger. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil sich auch hier mal wieder niemand umgekümmert hat. Wahrscheinlich. Na ja, ich bin jetzt da. Ja, bis gleich. Äh, wieso kommen sie denn von da? Bis gleich. Hä? Äh, ich bin fertig. Äh. Am I jetzt, let's go? Oh, wow. Ich würde gerne wissen, was draufsteht. Dann kann ich sie wieder zurückstehen. Äh. Ähm. Oh. Ah. Wieso? Alle finden sie immer Eier. Ich finde gar keine. Äh. Äh. Irgendwie riecht sie nach Urin. Oh. Oh. Oh, wie viele Treppen denn noch? Okay, hier kann ich wirklich Glück haben. Ja stimmt, hier kann ich wirklich Glück haben. Jetzt weiß ich ja, wo Barbara herkommt. Ja. Immer wenn ich die Jetty Apartments da vorne sehe und das hier alles. Das hier, das hier, das hier. Ich muss immer daran denken, dass ich tatsächlich genau diesen Weg hier gegangen bin. Erstmal da vorne, um mir Arianes Wohnung und so anzugucken. Arianes Wohnung und so anzugucken. Dann hier, das habe ich ja auch gesehen. Dann bin ich rüber nochmal in den Park, der halt riesengroß ist. Also es ist viel weiter auseinander als das jetzt. Und dann hin, da wo die Jetty Apartments sind und dann nochmal zurück und dann bin ich tatsächlich über diese Brücke gegangen. Ah, okay. Dann bin ich tatsächlich über diese Brücke gegangen und diese Brücke hat so krass nach Pisse gerochen. Ich muss, ich sag nicht Urin, ich sag tatsächlich Pisse. Das war, das ist schon so alt da gewesen. Also wirklich richtig, richtig alt. Das ist wirklich diesen, kennt ihr das? Was, wenn irgendjemand hinpickert und dann fährt die Sonne auf und es vergehen Ionen. Und es ist einfach nur total ekelhaft und widerlich. Und dann, das hatte, das, es kam dir so in die Nase wie ganz krasser Ammoniak. War, war, war wahrscheinlich Ammoniak, ne? Also richtig unangenehm einfach. Und ja. Das, äh, war das Ding da, ne? Deswegen immer, wenn ich jetzt gerade auch, hast du ja gesehen, dass es ja so dreckig war. Und ohne Scheiß, das ist jetzt gerade noch, war es noch sauber im Gegensatz zu dem, wie es in Real Life ist. Da bin ich ganz furchtbar. So, so Sura zum Beispiel würde ich irgendwann mal gönnen, äh, Pisse gerochen. Nein, Sura würde ich irgendwann mal gönnen, dass sie auch mal diese GTA-Orte sieht. Einfach, weil sie ja schon aus den Ewigkeiten spielt, ne? Genauso wie Niku. Oder Senpai. Irgendwann sparen wir alle sehr viel Geld, ne? Ich nehme natürlich die Erik mit. Irgendwann sparen wir alle sehr viel Geld und kommen in einen ganz bittigen Motel in, äh, Los Angeles unter, weil da kostet ja alles, äh, 20.000 Nieren mittlerweile. Und dann machen wir die GTA-Livestream-Tour und werden unterwegs 20.000 Mal erschossen. Aber, ähm, das wäre halt cool, so mit RP-Leuten einfach diese Orte besuchen. Das wäre nochmal was ganz anderes, ne? Ähm, ähm. Ja. Ja. Rockstar, ne? Sagt da Bescheid. Äh, ich glaube, das lohnt sich total für euch, für GTA 5 nochmal so eine Kampagne zu machen. Ähm, ähm, ähm. Wir brauchen noch ein paar Sponsoren natürlich, die dann Flug und Hotel bezahlen, ne? Ganz, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ja. 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 Wir brauchen uns am Elend irgendwie, ähm, entertainen lassen. Holy Shit. GTA 5 für die nächste Konsole dann. Ah, ich glaube bis dahin ist GTA 6 draußen. GTA 5 sieht halt immer noch nice aus, ne? Das ist halt immer noch sehr krass. Ich meine, klar, man hat jetzt hier Redux drauf und Reshade und sowas alles, ne? Aber es ist nicht viel gemacht. Sieht immer noch geil aus. Ähm, ähm. So, auch wenn es hier stinkt, wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit. Guck auch noch mal auf die Dächer. Ja. Uh, ich ling kann. Chao. Tschüss! ... 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